Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Hahahaha! Finale von House of the Dragon, der ersten Staffel und ja, zwei Jahre später ist exakt nochmal das gleiche passiert. Die achte Episode dieser Staffel wurde ins Internet geleakt, eine Woche vorher. Wir haben uns davon aber soweit es geht ferngehalten und besprechen die Folge jetzt regulär auf Basis eines Screeners und das tue ich natürlich nicht alleine. Hallo, ich bin der Dom, hallo und Vala Morghulis an den Sven. Finale. Oh. Finale Plattformen wie TikTok und so weiter. Da wurde tatsächlich relativ viel geleakt, allerdings auch wirklich in einer beschissenen Qualität und ja, ich muss sagen, ich war ein bisschen überrascht, dass wir jetzt dann doch Presse-Screener bekommen haben, weil wir hatten ja eigentlich aufgrund dessen erst recht nicht mehr damit gerechnet, ne? Ja, das stimmt, aber ich habe kein TikTok und da habe ich mir überhaupt nichts angeguckt und nicht reingeguckt und ich finde es halt immer wieder erstaunlich, dass es trotzdem teilweise Serien oder Finalschnipsel dann irgendwie doch aus dieser Hochsicherheitsburg rauskommen. Aber ich meine, ich möchte nicht der sein, der es geleakt hat und den sie dann erwischen, weil ich glaube, die machen dich da echt einen Kopf kürzer. Oh ja, auf jeden Fall. Also HBO geht ja auch wirklich radikal vor gegen die Leaks. Also ich hatte jetzt auch nochmal geguckt, auf TikTok ist wirklich fast alles weg und ja, eigentlich hatte man verkünden lassen, dass man als eine der drastischen Maßnahmen gegen das Ganze eben, also Krisenmanagement-mäßig, keine Screener mehr vorab rausgibt. Und ja, dann haben wir den deutlich eher bekommen als den letzte Woche, ne? Na Gott sei Dank. Ja, wir nehmen das hier am Samstagvormittag auf und ja, ich sag mal so, vor exakt einer Woche haben wir um die Zeit erst einen Screener gekriegt, aber ich will mich ja nicht beschweren, vielen lieben Dank generell an Warner Bros. und HBO, dass wir wirklich die komplette Staffel vorproduzieren konnten anhand von Screenern. Dafür ein riesengroßes Dankeschön, das hilft uns sehr. Also ich hab mal nachgesehen, wir sind glaube ich teilweise, also zumindest am Anfang so die ersten vier Folgen und da waren wir wirklich deutschlandweit mit die allerersten. Also ja, ob Folge 8 jetzt so dieses ganze Hickhack um Leaks und Staffelfinale wert war, das werden wir jetzt hier gemeinsam herausfinden. Sven, du hast ja die siebte Folge nicht mitbesprochen, sondern die sechste, bevor ich dazu aber noch ein paar Ergänzungen und auch Korrekturen mache zur siebten Folge. Sag doch mal, wie hat sie dir eigentlich gefallen? Oh, ich fand die gut. Die hat mir Spaß gemacht, die hat ein paar schöne Elemente drin gehabt. Ich hab mir natürlich auch den Podcast zur letzten Folge angehört und ja, hat mir wie immer sehr gut gefallen. Auch wenn es ein paar Sachen gab, wo ich gedacht hab, da hätte ich einen anderen Interpretationsspielraum benutzt, aber ja, ne, mir hat die letzte Folge echt gut gefallen und die hat ja, ja, die hat super Elemente drin gehabt. Auch gerade so wieder, dass wir auch ein bisschen wieder Alicent haben, die so ein bisschen losgelöst ist von ihrem, von ihren Ketten, die sie da in Königsmund bekommen hat und die da so wieder auf ihrem eigenen, versucht ihren eigenen Weg zu finden. Das hat mir auch mal wieder gut gefallen, weil ich finde, sie ist so ein bisschen hinten runtergefallen die letzte Zeit. Ja. Hast du ein Beispiel für Interpretation? Jetzt auf die Schnelle fällt mir jetzt tatsächlich nichts ein. Ich hab mir nichts aufgeschrieben. Ich hab nur gehört und gedacht, ja, okay, das hätte ich vielleicht ein bisschen anders gesehen. Okay. Aber die Szene im See wird ja auch ziemlich, ziemlich beleuchtet, also von überall, da hat ja jeder sein eigenes, sie geht jetzt rein. Also die einen sagen, ja, ach Gott, das wäre ja ein Selbstmordversuch gewesen, hab ich alles nicht so gesehen. Na, na. Ja, ich glaub eher, dass sie, wenn du ja unter Wasser bist, ist ja dieses Ruhige, du wirst komplett abgekapselt, du kriegst von der Außenwelt ja nichts mit. Also ich hab das eher als Findungsphase sozusagen interpretiert. Ja, ja, kann man, kann man ja auch, aber es gab halt eben einiges, also dieses von wegen, sie nimmt nur eine Wache mit, sie weiß gar nicht mehr, ob sie überhaupt nochmal zurückkommen will. Und dann eben auch noch die Szene in der zweiten Folge, wo sie auch so in der Badewanne untergetaucht ist und wir beide so das Gefühl hatten, dass das so ein klein wenig in die Richtung deuten könnte. Und dann eben auch noch, wie es inszeniert war, dass man halt zuerst so ihre Haare unter Wasser sieht und, also die Interpretation Suizid fand ich jetzt nicht so abfähig, muss ich zugeben. Ich weiß nicht, dass sie nur eine Wache mitgenommen hat, okay, das könnte schon sein, dass sie mit dem Kleid reingeht, okay, aber ich weiß nicht, das war mir, ja, inszenatorisch nicht prägnant genug, sagen wir es mal so. Also, also für mich kam es eher so vor, dass sie ihren Campingausflug dazu benutzt hat, runterzukommen, Gedanken zu sammeln, um dann praktisch wiedergeboren oder neu erstarkt aus dem See wieder ins Geschehen hineinzukommen, um einfach die Gedanken zu sortieren und zu sagen, okay, ich muss jetzt gucken, dass ich da einen klaren Kopf kriege. Also so habe ich es zumindest verstanden, weil, also ich meine, da gibt es, sie könnte ja auch zum Master gehen und könnte, was weiß ich, sich horten von Mondtee bunkern und sich da damit abschießen und dann in die Badewanne legen. Das wäre effektiver gewesen, weil, ich meine, also sich im See zu ertränken ist jetzt nicht so einfach. Auch bei Game of Thrones nicht. Viele haben da ja tatsächlich doch einiges reininterpretiert, auch im Hinblick auf das zukünftige Schicksal ihrer Tochter Helena, was ja auch schon in der sechsten Staffel so ein bisschen foreshadowed wurde, sage ich mal. Aber da werde ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. Wozu ich aber noch was sagen möchte, ist, wir hatten ja, also du hast ja unseren Podcast gehört und wir waren ja relativ kritisch im Umgang mit dem Ende. Also dieses Endbild ist auch nach wie vor stark, auch wenn ich da deutlich was falsch interpretiert habe, was ich aber weggeschnitten habe. Also ihr habt das nicht gehört. Ja, ich muss sagen, also ich bleibe dabei, dass das irgendwie so ein bisschen zu überstürzt war. Also auch hier mit Ulf, als ich das dann nochmal gesehen habe, dachte ich mir echt so, wow, Rhaenyra schickt jetzt jemanden, der gerade mal lernt, überhaupt halbwegs Kontrolle über diesen Drachen zu haben, schickt sie jetzt anscheinend als Lockdrachen zur Rotenfeste, um dann da irgendwie Aegon aus der Reserve zu holen. Also ihm eine Falle stellen zu wollen. Und das war mir echt zu, das kam mir zu sehr holterdipolter leider. Also das wirkte auf mich so von wegen, oh, wir brauchen jetzt nochmal irgendwas Großes, was man dann auch sehr, sehr prominent in den Teaser zur siebten Folge gepackt hat, von wegen, oh, Varga ist wieder da und greift an. Und dann eben dieses Schlussbild, was zugegebenermaßen aber ziemlich toll war. Also irgendwo hatte ich auch gelesen, Emma Darcy wird langsam übersichert zur Queen of Cliffhangers. Krass. Ja, es stimmt. Also ich fand die Drachenauswahlszene teilweise krass, weil sie schubsen die Leute dahin und hauen ab. Und dann gucken wir mal, was passiert. Also nachdem wir die Ersten anfangen da zu brutzeln, ziehen sie sich ja zurück und gucken dazu, wie die Leute gefressen, abgeschlachtet werden von den Viechern. Und da hast du dann, wo ich gedacht habe, naja, das ist schon, das ist schon bitter. Also dann die Tore zuzumachen und die Leute da rumzoggen. Und da hat sich aber auch keiner irgendwie groß drüber aufgeregt. Also zumindestens mal im Netz war da kaum irgendwie Kritik, wo man gesagt hat, das ist schon sehr krass und sehr abgedroschen, ja, kaltherzig. Und zu sagen, okay, jetzt schauen wir mal, jetzt haben wir mal einen Rudel und treiben dann immer wieder ein paar rein, um zu schauen, ob das dann funktioniert oder nicht. Das fand ich schon bitter, wo ich gesagt habe, uh, aber ja, es war toll gemacht. Ich hatte, ich hatte auch trotzdem meinen Spaß. Bevor wir zur eigentlichen Folge kommen, habe ich zu der letzten auch noch ein paar Ergänzungen. Und zwar die Gardisten, die hier zur Mauer geschickt wurden. Das waren ja nicht nur irgendwelche Gardisten, die, ja, Krisenmanagement nicht so richtig verstanden haben, beziehungsweise Deeskalation. Da hattest du ja auch drüber gesprochen im sechsten Recap mit uns beiden. Also es sind keine einfachen Leibgardisten gewesen, glaube ich, sondern das sind genau die gewesen, also ehemalige Saufkumpel von Aegon, die der in die Königsgarde berufen hat. Und indem Aemond die aus dem Weg geräumt hat, hat er natürlich auch weiterhin Mauern seines Bruders abgebaut, weil das waren ja letzten Endes Loyalisten von Aegon. Also da sieht man auch wieder, wie er eben Stück für Stück da die Macht übernimmt. Zu der Samensatzszene, da hatte ich ja erwähnt im Podcast, da war Paul nicht so richtig drauf angesprungen. Da ist ja derjenige, der als erstes vortritt und der so ein merkwürdig verrutschtes Auge hat von den Bastarden. Er sah ein bisschen komisch aus, fand ich. Und das ist tatsächlich eine Figur aus den Büchern namens Silber Dennis. Ja, der heißt wirklich so, das ist jemand, der taucht da auf Dragonstone auf im Buch und der behauptet, abzustammen von König Maegor, dem Grausamen, also dem zweiten Targaryen-König. Das konnte aber nie wirklich nachgewiesen werden und im Buch stirbt er auch anders, also er wird da nicht einfach so abgefackelt, sondern er versucht da, den wilden Drachen Schafsdieb zu zähmen und verliert dabei einen Arm. Dass er jetzt hier auftauchte, es war schon ein sehr kleiner Auftritt, weil ich hatte nämlich im Nachhinein nochmal geguckt, es gab sogar News darüber, dass dieser Schauspieler in der Rolle besetzt wurde. Und jetzt so im Nachhinein dachte ich mir, aha, das ist jetzt irgendwie auch nur reiner Fanservice gewesen, ne. Aber war schon trotzdem okay so. Also auch, die haben ja so oder so die ganze Schafsdieb-Handlung geändert, wie wir jetzt endgültig erleben in dieser Folge hier und daher. Dann noch eine Verbesserung, auch im Hinblick auf die Bücher. Man hat ja diese Szene, wo Hugh über seine Mutter spricht, die in einem Freudenhaus gearbeitet hat. Und daraus hatte ich geschlossen, dass es eventuell auch Alissa gewesen sein könnte, also die Mutter von Damon und Viserys, also die, mit der Damon ja so pro forma sich vergnügt hat in seinen Halluzinationen. Und ich hab dann aber nochmal nachgesehen, es dürfte tatsächlich eher die Schwester sein, genannt Sarah. Beide sind Töchter von König Jaehaerys dem Ersten gewesen. Und Sarah war aber eine, die als überaus störrisch und eigenwillig galt. Also die wollten Jaehaerys und seine Frau Alissa sogar ins Kloster praktisch schicken. Also die sollte zwar keine Scepter werden, aber die sollte dort halt ein bisschen Demut lernen. Die hat dann darauf aber keinen Bock gehabt und sich abgesetzt, ja, ins ferne Lyss, wo sie dann in Freudenhäusern verkehrt hat und wohl einige Bastarde gezeugt hat. Und einer davon dürfte sehr wahrscheinlich Hugh gewesen sein. Hm. Habe ich knapp daneben gehauen, aber ja, also ich meine, sie wird ja jetzt hier nicht namentlich erwähnt, aber das dürfte sie sehr, sehr wahrscheinlich sein. Und also er sagte ja auch, dass sie in einem Freudenhaus gearbeitet hat und dass die aufgrund ihres silbernen Haars da irgendwie leichteres Spiel hatte als viele andere. Wurde auch darauf aufmerksam gemacht, dass ich wohl auch in einem Podcast, wahrscheinlich sogar im sechsten, von Hure gesprochen habe. Das heißt ja, wenn er irgendwie Prostituierte oder Sexarbeiterin, ne, also schöne Grüße an Timo. Dann noch zu der Schwimmszene, über die wir ja gerade gesprochen hatten. Da hatte ich ja den Witz gemacht, dass sie da in Kreuzpose schwimmt, weil sie ja wohl kaum irgendwie den siebenzackigen Sternen machen kann als Schwimmfigur. Was mir dann da aber so ein bisschen entgangen ist über diesen Witz hinweg. Sie sieht ja dann Vogel am Himmel und blickt dann hoch und versucht dann dessen Flügeschlag nachzuahmen irgendwo auch, ne, im Wasser. Und last but not least, vielleicht fällt es vielen dann in der Folge hier mehr auf, aber kurz nach der Veröffentlichung von Folge sieben ging herum, dass niemand Geringeres als George R.R. Martin einen Cameo-Auftritt in der Episode hatte. Und wahrscheinlich haben ihn die meisten aber gar nicht bemerkt. Also, um das zu sehen, muss man ja auch schon wirklich, also da musst du schon wirklich am Bildschirm kleben. Jaja, auf jeden Fall. Also, ich finde, jetzt in Folge 8 könnte man schon eher sehen, ne, weil man da jetzt auch wirklich so an dem Baum dran ist. Aber ja, Stichwort Baum, George R.R. Martin hat tatsächlich einen Gastauftritt in Anführungsstrichen als Gesicht des Wehrholzbaums in Harrenhal, also in diesem Götterhain. Das ist nach seinem Vorbild modelliert worden. Ich glaube, es gab sogar einen kurzen Making-of-Clip, wo man gesehen hat, wie Martin da pose stand und irgendwelche Produktionsdesigner oder auf jeden Fall Modellierer das so nachgestellt haben. Das ist aber ganz lustig, weil George R.R. Martin hat ja nicht zum ersten Mal eigentlich einen Gastauftritt gehabt. Also, er wäre eigentlich bereits in der ersten Staffel Game of Thrones gewesen. Das war allerdings in dem ursprünglichen Piloten, den man gedreht hatte für HBO und der dann nochmal komplett unkonzipiert werden musste. Da wäre er als Gast auf Daeneres Hochzeit gewesen eigentlich. Okay. Und es ist schade, dass sie ihm nie wieder wirklich ein Cameo gegeben haben. Ich meine, David Benioff und T.B. Wise hatten ja dann sogar selber mal einen irgendwie als trinkende Wildlinge oder was in der allerletzten Staffel. Und George R.R. Martin hat auch eigentlich immer gewitzelt, dass er meinte, eine perfekte Gastrolle wäre für ihn. Er kommt einmal ins Bild, sagt, Winter is coming und ist wieder weg. Gut, das soll es dann aber auch wirklich gewesen sein. Wir kommen zur eigentlichen Folge. Das Finale ist ja, wie schon öfters angeteasert wurde, inszeniert von, also von mir angeteasert wurde, von der wunderbaren Jita Waisen Patel, die ja auch bereits die dritte Episode inszeniert hat. Und freue mich auch sehr, dass ihre Kamerafrau Catherine Goldschmidt auch wieder mit am Start ist. Das Drehbuch stammt erneut auch von einer Rückkehrerin, Sarah Hess. Die hat ja die zweite Episode geschrieben. Und wenn man jetzt überlegt, Regie, dritte Episode, Drehbuch, selbe wie die zweite. Hier kommen ja schon so einige Elemente wieder zum Tragen, die wir aus den beiden Folgen kennen. Da versteht man, glaube ich, schon, warum man sich dafür entschieden hat. Findest du nicht, weil du hast ja halt das mit Alicent und Rhaenyra ähnlich wie in Folge 3 und du hast auch wieder das Aufeinandertreffen von Daemon und Rhaenyra nach ihrem Streit. Und den Streit hatte ja auch Sarah Hess geschrieben. Naja, stimmt, hast recht. Der Vorspann hat sich nochmal ein wenig verändert, ne? Aber du hast wahrscheinlich nicht drauf geachtet? Ich hab versucht, drauf zu achten. Ich würde auch sagen, es gab mehr Drachenkampf. Äh, deutlich mehr, ja. Bis zu einem bestimmten Punkt ist er noch gleich geblieben. Dann ändert es sich aber spätestens, wenn wir eigentlich die Rattenfänger sehen würden. Also da ist ja erst so, J. Harris, Kehle wird ja erst so durchtrennt und da werden dann an dem Faden werden dann die Rattenfänger aufgehangen. Aber nein, stattdessen kriegen wir hier ordentlich Drachen auf die Augen. Und ich glaube, es dürften nahezu alle Bekannten sein. Relativ prominent in Szene gesetzt dann Varga und Syrax, glaube ich. Und wir sehen auch schon den blauen Drachen Thessarion. Also den von Daron Targaryen, den wir ja noch nicht zu Gesicht bekommen in dieser Folge, aber zumindest seinen Drachen. Es war ein bisschen schwierig, das so zu entziffern, was da passiert, ne? Ja, das stimmt. Also nachdem du wieder gesagt hast, ah, da ändert sich wieder was, hab ich natürlich mehr drauf geachtet. Aber eigentlich müsstest du dann nebendran den Vorspann der letzten Folge laufen lassen, damit du wirklich auch alles irgendwie erfasst. Aber die Drachen sind mir sofort aufgefallen. Alle, nahezu alle Bekannten dürften das sein. Und hier zieht sich dann, also eben dieser Wandteppich, der wird ja gewebt und der Faden zieht sich dann so quer durchs Bild und zieht ne Blutspur mit sich mit, die dann so an allen Drachen vorbeizieht, bei manchen sogar förmlich so durch den Körper und die Flügel. Dieser goldene Faden, der zieht sich dann bis zum Thron und macht dann aber halt vor, ja, verbrannter Erde, bevor die Titelfong erscheint. Aber ich hoffe, dass sie diesen Vorspann jetzt auch wirklich beibehalten, auch dann für Staffel 3 und immer weiter fortentwickeln. Der ist wirklich, der ist fantastisch. Dabei bleibe ich. Ja, ja, allerdings. Davon ausgehend bekommen wir allerdings etwas völlig Ungewohntes als allererstes. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich hatte im Moment den Gedanken, bin ich hier in der falschen Serie gelandet? Ja, mich hat der Anfang auch sehr überrascht und ich dachte noch, okay, was ist das und wo sind wir? Ja, das ist nämlich eine wirklich exotische Location, würde ich schon sagen. Wir sind auf jeden Fall nicht in Westeros, wir sind auf Essos. Hier liegen Schiffe vor Anker, also wirklich eine ganz schöne Flotte. Ist auch, glaube ich, ich meine, es sind Lannister-Banner auch zu sehen. Und ich dachte mir, ja, vielleicht ist das eher Lannis-Port, aber nein. Und ja, was kriegen wir hier zu sehen? Also ein wirklich richtig exotisches Ambiente, also mit Palmen. Da muss ich allerdings sagen, das sah ein wenig Fake aus, ne? Also so ein bisschen zu überstrahlt. Auch der Affe, der da reinkam. Ja. Das war so, und dann der Hintergrund, dachte ich noch, okay, habe ich vielleicht beim Screen da wieder ein bisschen Qualitätseinbrüche. Aber das war schon so, wo man gedacht hat, ach, da hätte dann vielleicht ein bisschen Feinarbeit machen können. Ja, und wir hatten jetzt auch hier kein Disclaimer oder so, dass das irgendwie unfertig sei oder so. Ich meine, es ist ja schon im Netz gelandet, naja. Ja, wir sehen hier einen Affen, der in ein relativ großes Zelt läuft. Und ja, was kriegen wir zu sehen? Tilland Lannister, der hier verhandelt mit verschiedensten Vertretern der Triarchie offenbar. Was ja bereits, ich glaube, in Folge 6 erwähnt wurde. Und wenn ich jetzt so überlege, stimmt, Tilland war in einigen Ratsszenen, die es ja in der letzten Zeit gab, nicht mehr mit am Tisch. Da saßen irgendwann nur noch Ironrod und Larys zusammen mit Aemond. Ja, ich dachte auch, habe ich irgendwas verpasst? Macht er jetzt Urlaub in der Karibik? Was ist denn mit dem? Aber ja, stimmt. Sie haben ja gesagt, sie wollen ja die Triarchie mit an Bord holen, um Schiffe und Männer zu haben, um die Gurgel anzugreifen. Und ja, da befinden wir uns. Und das hatte schon so ein bisschen Fluch der Karibik-Vibes. Ja, oder auf jeden Fall von so Beduinen-Völkern eigentlich schon. Also, wie die da wirklich in diesem großen Zelt sitzen. Es sind wirklich einige, die sitzen da alle im Schneidersitz und barfuß. Tilland hat sich dem Ganzen auch so ein bisschen angepasst. Die verhandeln da die Bedingungen für dieses Bündnis und fordern auch ganz schön was ein. Und da war ich dann doch ein bisschen überrascht, weil im Verlaufe des Gesprächs oder dann später stellt sich heraus, dass Tilland eigentlich der Meister der Schiffe ist. War er nicht der Meister der Münze bisher? Dachte ich auch, aber er ist jetzt Schiffmeister und soll verhandeln. Und ich habe mir da wirklich, ich mag ihn. Ich finde, der hat echt eine knuffige Art, wo du denkst, oh du armer Kerl. Dann dachte ich mir, okay, gut, warum? Also, dann schickt man doch jemand anders da zum Verhandeln. Die fressen den ja zum Frühstück. Ja. Und ich meine, sie machen ihn ja auch wirklich, also sie putzen ihn ja auch wirklich runter. Sie merken, sie haben da leichtes Spiel und verlangen und verlangen und wollen ja die Trittsteine haben und sagen, du nach. Oder nehmen wir sie auch du nach, mir ist das egal. Und ich finde auch, er sitzt da und der ist mit allem überfordert. Ja, total. Ach ja, und ach Gott, und ach ja, ich weiß nicht. Und ja, müssen wir mal gucken. Und dachte ich mir, um Gottes Willen, dann hätte da doch besser jemand anders da dahin geschickt. Also, man sieht auch, dass ihm das auch wirklich zu schaffen macht, das Ambiente. Also, der fühlt sich da nicht wohl und der schwitzt auch ganz schön. Die lassen sich dann auch nicht abspeisen von ihm, weil die ganze Szene wird ja damit eingeleitet, dass sie irgendwie sagen, sie fordern 100 Golddrachen. Und das nicht nur pro Schiff, wie er denkt, sondern pro Mann, der für sie kämpfen soll. Und das ist wirklich schon eine dreiste Forderung, auf die sich Tilland auch erst nicht einlassen will, weil er meint ja hier, wir brauchen das Gold auch noch nach dem Krieg. Und ihr profitiert ja auch von der Brechung dieser Blockade. Und es stellt sich aber heraus, die Triarchie ist längst nicht so auf die Krone angewiesen, wie die Krone auf sie. Weil die sagen, ja, also Essos ist groß genug. Wir finden hier auch genug Abnehmer für unsere Teppiche und Duftwasser, was ich auch so ein bisschen amüsant fand. Ja, du hast schon richtig gesagt, sie wollen die Trittsteine haben, wo ja wirklich generationenlangen Krieg drum geführt wurde. Also sie wollen nicht nur einfach diese Region endgültig besetzen und vereinnahmen, sondern sie wollen dann in Zukunft auch Zölle erheben für die Passierung des Ganzen in die Gurgel. Und das sieht Tilland dann aber ehrlich gesagt als fast schon Erpressung an, weil letzten Endes wollen die damit Handelswaren verteuern, die ja so eigentlich bisher zu haben sind. Also das ist schon, man muss sagen, das ist schon auch echt dreist, was die hier machen. Aber die haben alle Trümpfe in der Hand, wie es aussieht. Naja, und dann hast du halt auch noch so einen Lauch vor dir sitzen, dem du dann auch alles irgendwie sagst, ja, hier friss oder stirb. Also da ist die Win-Win-Situation eigentlich schon geregelt. Aber sie wissen zum einen natürlich auch, wen sie hier vor sich sitzen haben, nämlich einen Lannister und dem kaufen sie es ums Verrecken nicht ab, dass er nicht genug Gold hätte. Weil die meinen dann so, hier, eure Heimstätte, die wurde doch förmlich in Berg aus Goldminen gehauen. Also erzählt uns doch nichts, ihr habt keine Kohle. Tilland wird dann versprochen, dass, also er bekommt eine eigene Kriegsflotte, um die Blockade zu durchbrechen. Unter seinem Kommando will ich dann so relativ widerwillig darin ein, auch wenn er meint, ja, also Aemond könnte mich theoretisch dafür hängen lassen. Und die meinen dann aber, äh, mit unserer Flotte könnt ihr ihn stürzen und selber den Thron besteigen, theoretisch, ne. Und als Tilland dann schon gehen will, weil er meint mal, also er braucht ein Bart und eine Karaffe Wein, äh, wollen die ihn aber immer noch nicht vom Haken lassen, denn die haben noch eine Bedingung. Ja, also der liebe Tilland braucht natürlich Unterstützung und neben ihm sitzt eine Frau. Ja, die, die kommt hinter ihm rein. Die kommt hinter, also der, die kommt hinter ihm rein, ja, genau. Und das ist Loha und, äh, Loha braucht er, um alle Captains auch mit an Bord zu holen. Eigentlich sogar ein recht ähnlicher Plot wie, äh, mit Damon in den Fluss landen, ne. Ja. Und als sie dann reinkommt und sich neben ihn hinsetzt, dann siehst du auch schon, da ist ihm auch schon wieder direkt, ach ja, die Buchse etwas eng wird. Ja. Weil er dann auch schon wieder Schiss kriegt und denkt, um Gottes Willen, die, die verspeist mich auch noch zum Frühstück. Und das fand ich sehr witzig, weil sie ihn genauso wie leichte Beute beäugt und denkt, naja, also mit dir werde ich leichtes Spiel haben. Also die Quintessenz ist ja, sie müssen gegeneinander antreten und er muss sie besiegen. Genau, weil die, äh, meint, dass sie mit keinem segeln will, den sie förmlich zum Frühstück verspeisen könnte. Genau. Und dann nimmt er ihre Herausforderung an. Zu der Schauspielerin habe ich mal ein bisschen nachgesehen, da gab es auch schon vor einigen Monaten News zu. Das ist Abigail Thorn, das ist sowohl eine Schauspielerin, Autorin, Regisseurin, aber unter anderem auch YouTuberin. Die hat einen Philosophie-Kanal irgendwie auf YouTube und hat sich Ende 2021 als Transgender geoutet tatsächlich. Und, äh, jetzt spielt sie eben diese Rolle, die im Buch, ja, eigentlich ein Mann ist tatsächlich. Hm. Ah ja, und, äh, noch, noch als Ergänzung zu dieser Abigail Thorn, äh, um dem Ganzen noch die Krone aufzusetzen, die war zuletzt auch in der sehr umstrittenen Star-Wars-Serie The Ecolite zu sehen als irgendwie, äh, lesbische Space-Hexe. Und, äh, ja, wer, 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 wer dazu mehr wissen will, kann gerne in unseren Podcast reinhören. Sowohl der Ersteindruck als auch in der Staffel-Recap, äh, mit, äh, den Kollegen Till, äh, Johannes und mir. Aber, äh, das nur am Rande. Sie etablieren ja auch einen ähnlichen Running-Gag eigentlich sogar wie bei Damon, denn, äh, über, äh, sämtliche Sequenzen mit ihr schafft sie es nicht, seinen Namen richtig auszusprechen, ne? Also, sie foppt ihn da damit noch mehr und will ihn noch mehr irgendwie aus der Reserve locken, um vielleicht auch natürlich zu sehen, okay, wie weit kann sie es treiben? Ja. Und auf der anderen Seite dachte ich, sie gibt ihm vielleicht da damit auch so vielleicht den nötigen Mut-Arsch-Tritt, den er vielleicht auch braucht. Möglicherweise, ja. Möglicherweise. Ich, ich, ich fand's ja sehr amüsant, dass sie mal am Anfang, also wie gesagt, sie sagt ja ständig seinen Namen falsch und direkt am Anfang nennt sie ihn Tywin. Eine ganz bewusste Anspielung wahrscheinlich von Sarah Hess. Tywin ist ja, soweit ich weiß, also ist ja dann später sein direkter Nachfahre, ne? Weil der Vater von Thailand und Jason ist, äh, Tethos Lannister und das wiederum ist der Vater von, äh, Tywin. Ähm, äh, also ich hatte auch die Ahnung, dass es ein Verweis auf diese YouTuberin ist oder auf, äh, das, das YouTuberinnen-Dasein von Abigail Thorne, als sie ihn irgendwie fragt, ja, was für eine Sorte Mann ist er? Ist er ein Poet? Ist er ein Philosoph? Ne? Und da sagt er dann ja, ja, ne, ich, ich bin Meister der Schiffe, ne? Also das, das schien mir auch eventuell ein Verweis, äh, darauf zu sein. Ja, insgesamt durchaus amüsante Szene, äh, aber ich bin ganz ehrlich, ich hab da wirklich überhaupt nicht mit gerechnet und frag mich auch ehrlich gesagt, wofür das ja alles da ist. Also das mag jetzt hart klingen, aber dieser ganze Plot, der ja auch noch wirklich, also wär das jetzt hier einfach nur am Anfang gewesen, dann wär's, glaub ich, völlig okay. Aber das nimmt ja erstaunlich viel Screentime ein und das Ganze ist auch, also so von den Kostümen und vom Ambiente ist es auch nicht ganz unaufwendig. Und ich frag mich wirklich, hat es das gebraucht? Nein, hat's nicht. Also ich muss da wirklich, da bin ich, man wird's merken im, im Lauf des Casts, ich bin sehr unzufrieden mit dieser Folge. Ich, das ist immer noch hochwertig und das sieht alles noch super aus. Aber das ist so ein Beispiel, was mich diesmal wirklich so ein bisschen geärgert hat. Ja. Das ist eine Szenerie, die hätte man locker mit einem kurzen Einspieler abfrühstücken können oder als Erzählung mit einbringen können. Ich musste da, die haben mich beleidigt, aber ich hab mich durchgesetzt. Okay, gut, man hätte vielleicht noch ein, zwei kleine Einspieler nehmen können. Vom Flammkennchen. Ja, das kommen ja schon doch ganz, genau. Weil es kommen ja doch ganz interessante Sachen dann zum Vorschein, wo ich gedacht hab, oh, guck mal da. Aber hätte man kurz halten können. Ja. Und nicht so ausbauen. Es ist unterm Strich, ist es eine Randnotiz. Ja. Also selbst in der Vorlage. Also es ist so von der Herangehensweise erinnert es so ein bisschen an das, was sie in der ersten Staffel mit dem Crapfeeder gemacht haben. Und darüber war ich ja auch nicht so gut. Der kommt zwar in der Vorlage irgendwie vor und das hier auch. Wobei man muss sagen, in der Vorlage verhandelt Otto Hightower tatsächlich mit denen. Und auch schon sehr, sehr viel früher. Das ist ja alles so ein bisschen zeitlich versetzt. Aber Tilland hat hier überhaupt nichts mit zu tun. Ich hatte ja schon gerade gesagt, es erinnert so vom Aufbau her ein klein wenig an den Daemon-Haren-Hall-Plot. Und mit dem habe ich auch dasselbe Problem für sich genommen. Finde ich die Szene eigentlich echt gelungen. Aber ich frage mich so wirklich, hat das alles so seine Daseinsberechtigung? Und während das mit Daemon, gut, das ist auch so relativ ab vom Schuss. Aber das ist ja zumindest noch irgendwie eine Handlung, die so jetzt über die restlichen Folgen jetzt auch vorangetrieben wurde. Und dieser Plot hier, der kommt halt wirklich komplett aus dem Nichts. Also ich habe da wirklich, hatte ich ja schon gesagt, ich war am Anfang wirklich am überlegen, ob ich hier die richtige Serie am Wickel habe. Ja, es stimmt. Ja, wie gesagt, es ist alles hochwertig, alles super. Aber ich habe mir auch gedacht. Es sieht alles auch wirklich gut aus. Also außerhalb der Außenaufnahmen sieht es wirklich so die Kostüme und so und auch die Anleihen an Beduinen, Völkern, Orient. Also die haben ja da selbst so riesige Palmenfächer und so. Nee, das ist schon gut. Und das ist auch ein Ort, wo ich denke, oh cool, das würde ich mir gerne mal angucken. Ja, aber es kommt zu spät auch. Ja, es kommt zu spät und ich hatte so nach der Folge so das Gefühl, ja, da haben wir einfach Zeit verplempert. Ja, also da ist jetzt zum ersten Mal wirklich, da muss ich leider wirklich das böse Wort Füller wirklich langsam mal in den Raum schmeißen. Also ich habe mich da lange drumherum gedruckst bei dieser Staffel und ich würde die Staffel insgesamt auch nach wie vor nicht als Filler sehen, aber hier ist es durchaus mal angebracht. Aber dazu später mehr. Wir kommen dann auch wieder zurück in etwas vertrautere Gefilde, zumindest ein vertrauterer Anblick. Wir bekommen nämlich, und das war eine Aufnahme, da ist es mir wirklich eiskalt den Rücken runtergelaufen. Wir kriegen nämlich ein Close-Up von Varga. Ja, und zwar wirklich, also wirklich so nah, dass wir sehen können, wie sich die Nüstern blähen von diesem Monstrum, ne? Das ist auch wirklich ein imposantes Vieh, hey. Also ja, immer wieder, immer wieder. Wahnsinn. Du siehst auch wirklich, dass die deutlich älter ist, ne? Also zwar Vermithor, der schlägt zwar in derselbe Kerbe, aber wenn du halt auch mal siehst bei Varga, was da vor allem so am Hals, also an diesem langen Hals, was da so alles runterhängt. Als wäre die schon wirklich alt. Und natürlich sitzt auch Aemond auf ihrem Rücken, ist ja klar, ne? Aber ja, beide hocken hier auf einem Vorsprung vor einer brennenden Stadt, wo wir dann auch im Verlauf oder relativ schnell im Verlauf dieser Folge erfahren, dass das die Stadt oder die Burg Schafspitze ist, deren Namen wir ja schon mal gehört haben in der sechsten Episode. Da wollte Corlys ja mit seinen Schiffen hin Sege setzen zu diesem Lord Bar Aemon, ne? Aber daraus wird wohl nichts, denn Aemon scheint, ja, die Stadt so aus einem wütenden Impuls, der ja so aus seiner Niederlage in der letzten Folge erwuchs oder zumindest aus der Demütigung in dieser Schlussszene, hat er anscheinend die komplette Stadt niedergebrannt. Ja, und man hätte vielleicht Tillens Szenerie ein bisschen abmildern können und hätte uns lieber den Angriff auf Schafspitze gezeigt, anstatt nur das Resultat zu sehen. Ja. Was ich trotzdem ja auch bemerkenswert finde und auch tolle Aufnahmen sind, aber da habe ich mir echt, das ist, ja, da ist mich echt, ja, ich habe mich da echt auch geärgert, wo ich gesagt habe, oh, kommt, also so langsam könnte man mal ein bisschen mehr Fahrt mit reinbringen und, ah. Ja, ich hatte mich auch gefragt, wie geil wäre es zum Beispiel gewesen, wenn die Folge mit diesem Close-Up von Varga eröffnet hätte, ne? Das ist echt ein bisschen schade. Also, wir sehen zumindest mal so ganz kurz im Anderes, sehen wir da irgendwie, ja, halt wirklich Feuer, Schreie, hören wir, wir sehen brennende Menschen. Das weckt da auch so ein bisschen Erinnerungen an Staffel 8 von Game of Thrones, muss man sagen, ne? Ja, wahrscheinlich war es zu aufwendig. Es passiert schon tatsächlich sehr im Off. Das ist schade. Also, ich hatte jetzt auch nochmal nachgeguckt, also, ich glaube, in der Vorlage gibt es das tatsächlich in der Form auch nicht, dass Aemond da aus so einem reinen Wutimpuls heraus die ganze Stadt abwackelt. Ja, ich meine, gut, das sagt natürlich auch wieder viel über seinen Charakter aus, ne? Auch dann im weiteren Verlauf dieser Episode. Er begibt sich dann auch relativ schnell auf Varga, äh, in die Luft und wir landen, äh, in King's Landing bei, äh, Aegon in seinem Bett. Dem geht's jetzt ein klein wenig besser, aber, äh, eines seiner Augen ist immer noch nicht so richtig offen, ne? Ne, ich glaub, das wird auch nimmer. Wenn das da alles verbrannt und vernarbt ist, dann kriegst du das ja auch nimmer so gescheit hin. Aber ich fand's auch mal wieder interessant. Er ist wacher, er ist fitter, sie trainieren ja immer fleißig, heimlich laufen, wo ja auch immer da sagt, alles klar, raus aus dem Bett, du, er macht hier den Krankenpfleger. Ja, er demütigt ihn aber auch, ne? Ganz, ganz bewusst. Ähm, fand ich nett. Also für, für mich ist das eine Mischung aus Mitleid und zugleich auch irgendwie Genugtuung. Wo oder wie demütigt er ihn? Also ich fand es eher wie, äh, Florence Nightingale, bloß in King's Landing, weil er, er sagt raus, er muss raus, er muss mobilisiert werden und das ist, hey, das ist ja wirklich schon Krankenpfleger. Einmal eins. Ich fand's auch mal, wo dann Orwell meint, ey, der ist fertig, ne? Also, und, äh, auch dann die Szene in der sechsten Folge, wo er mit, also wo, wo Laris eben, also das, das hatten wir ja zusammen besprochen und, äh, ich hab schon den Eindruck, dass das schon eine ambivalente Mischung ist von, von Laris ausgehend. Mhm. Also aus medizinischer Sicht hat er vollkommen recht, ne? Der muss raus aus dem Bett, da müssen die Muskeln und alles aktiviert und wieder trainiert werden. Ja. Ich glaub, also ich hab's nicht so ganz verstanden, ich kann mich jetzt gar nicht zurück dran erinnern, aber es ist eher so, und das bestätigt sich grad so jetzt im Laufe der Folge, dem, dem brennt auch die Buchse, der hat Schiss. Laris. Laris, meinst du? Ja. 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 Und deswegen versucht er ihn immer weiter und immer fitter und, äh, so weit zu treiben, dass das passiert, was dann halt auch später passiert. Mir tat er tatsächlich so zwischendrin leid, gell? Diese Folge war's wirklich so, wo er dann im Bett liegt und halt auch wieder mehr von sich gibt und, äh, da hab ich ihn mal angeguckt und dachte, irgendwie bist du schon ein armer Wurm. Ja, äh, ein armer Wurm ohne einen armen Wurm, äh, vor allem. Ja. Also hier ist es ja, Laris kommt ja erst dazu, vorher, äh, bittet er Master Orwell, mal irgendwie einen Schluck Rum trinken zu dürfen und, äh, die haben nicht mal sowas wie eine Schnabeltasse. Bei dir, man hört schon raus, bei dir kommt der ehemalige Krankenpfleger durch, ich hab ja von sowas keine Ahnung, aber, äh, es gab doch da mal bestimmt sowas ähnliches wie eine Schnabeltasse, oder? In Game of Thrones oder in echt? Ja, also schon so im Mittelalter vielleicht auch, weiß ich nicht. Keine Ahnung, ich weiß es nicht, ich glaub auch nicht, dass die Bettpfannen haben, also, ich weiß es nicht, also, ob der dann irgendwie, ob sie da ein Loch in, in sein, in sein Bett reingestehen kann, damit alles durchblumpst und dann, weiß ich jetzt nicht, will ich mir auch gar kein Bild drüber machen. Wie, 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 wie hieß das in Game of Thrones? Das hat doch Masansa irgendwie erzählt, ein Bett scharf schalten, irgendwie scharfsdung unter, unter die Matratze und dann weiß man nicht, wo der Gestank herkommt. Ja, egal. Äh, sowas hat, äh, Aegon nicht, äh, Larys kommt rein, will ihn sprechen, äh, Orwell, äh, verzieht sich dann relativ schnell und Larys, äh, ja, erzählt ihm dann eben hier, wir müssen die Stadt verlassen. Rhaenyra hat drei neue Drachenreiter gefunden. Äh, Aegon will das erst nicht so wirklich glauben, von wegen, das kann doch unmöglich sein, aber er kriegt dann ja zu hören, Aemond dachte das Gleiche und fühlte sich in der Übermacht und, äh, wurde davon überrascht, was da jetzt für eine, eine Streitmacht, äh, aufzieht von Rhaenyra und Dragonstone und ist dann ja auch wirklich, also, er sagt, es heißt, dass Aemond wirklich in Panik geflohen sei und, ja, sein Zorn darüber oder seine Frustration an, äh, der Stadt Schafspitze ausgelassen hat oder auf jeden Fall dem, dem Stützpunkt Schafspitze ausgelassen hat, der jetzt in Schutt und Asche liegt. Und, nachdem Aegon ihm ja offenbart, was alles so nimmer funktioniert und, wie es so um seine gesundheitlichen und, äh, männlichen Geschlechtsteile bestimmt ist, fand ich's ganz interessant, wie Larys dann auch sagt, er will müssen gehen und dann auch richtig Klartext spricht und sagt, Aemond wird dich versuchen zu töten. Und das war vorher ja auch schon das Risiko, hat er, hat er ja vorher angedeutet. Ja, ich gebe zu, also ich seh's, ich, ich traue halt Larys nicht. Also vielleicht hat das Mitleid auch die Oberhand gewonnen, aber ich hatte den Eindruck, dass der schon so ein bisschen auch so, weil letzten Endes hat er ja ganz ähnliche Leiden wie er, ne, und Larys läuft damit ja sein ganzes Leben rum und, äh, Aegon war ja jemand, der immer über ihm stand, jetzt steht Larys da und, und lacht zuletzt. Aber, äh, hier will er Aegon schon irgendwie helfen, er erzählt ja dann, dass er sein Vermögen aus Harrenhall, äh, wie wir ja schon auch mal von, äh, Sir Simon gehört haben, dass er das, äh, hat wegschaffen lassen, aber er hat es gar nicht nach King's Landing bringen lassen, sondern nach Braavos zur Eisernen Bank. Also der hat im Prinzip, ja, äh, also, äh, in unserer Welt wäre das wahrscheinlich so, jemand schafft irgendwie was zur Seite auf Kontos, auf den Cayman Islands oder hier Mossack von Zekka wahrscheinlich, ne? Er macht dann jedenfalls den Vorschlag, dass Aegon, äh, dort residieren könnte, also dass sie beide dort hinfliehen und residieren könnten, bis der Krieg vorbei ist. Aegon sieht sich aber wirklich als absolut wertlos an, weil sein Drache ist tot, er ist verbrannt, er ist ein Krüppel und, ja, er hat nicht mal mehr, äh, einen Penis und, äh, also damit hat sich dann Aegon, der Drachenpimmel, auch erledigt sozusagen. Also anfangs denkt er ja noch, er hat die Möglichkeit, Aemond, äh, möglicherweise noch vor die Tür zu setzen, ne? Also hier von wegen, schafft mich, schafft mich zurück auf meinen Thron und sobald er, äh, mein Bruder zurückkehrt, werde ich ihn einfach verhaften lassen. Aber, ja, vielleicht überschätzt er da zum einen so ein bisschen seine Macht und Larys weist ihn eben auch drauf hin, ja, und was ist, wenn Rhaenyra dann mit ihren sieben Drachen angerollt kommt und, äh, ihr habt dann nicht einmal mehr Varga, ne? Da, ja, ich verstehe schon, also ich, klar, ich traue Larys natürlich auch nicht und der schafft natürlich auch in seiner eigenen Tasche, keine Frage. Ich hatte mir da gedacht, so, äh, vielleicht geht's klar darum, die Bande zwischen beiden richtig zu festigen und natürlich auch, um Aegon ein bisschen zu isolieren, damit er ihn besser manipulieren kann, ne? Also ich bestelle ihm da jetzt jetzt nicht hier irgendwie wirklich nur Florence Nightingale-Vibes. Aber ich fand's schon interessant, weil er ja auch sagt, wenn wir in Braavos sind, sollen die sich abschlachten und wir kommen dann mit einer Armee zurück und übernehmen das wieder. Genau, genau. Und er macht ihm das ja dann auch wirklich schmackhaft mit so, äh, er hatte ja schon in der sechsten Folge, hatte er schon drauf hingewiesen, ja, ihr seid ja jetzt schon eine Legende, ihr seid, ihr seid der erste Mensch, der jemals irgendwie Drachenfeuer überlebt hat und da könnte man ja noch einen draufsetzen, wenn man dann, äh, nach Jahren, äh, wo, wo, wo das Volk irgendwie unter, äh, Aemond oder Rhaenyra leidet, äh, dann zurückkehrt als der wahre König und sich dann, äh, feiern und bejubeln lässt und dann hier, äh, schmeichelt er ihm auch schon so mit Titeln, ne? Der Siegreich, der Friedenstifter, der Erneuerer und Aegon wird dann so langsam geil dabei, glaub ich, auf den, auf den Gedanken, also anderweitig geil werden kann er ja nicht mehr, oh Gott, wir müssen echt aufhören damit. Ich muss sagen, es ist ein Motiv auch so ein bisschen, was man ja auch aus Game of Thrones kennt, ne? Also so sind ja letzten Endes auch Viserys und, äh, Daenerys in, äh, damals weggeschafft worden, ne? Und so hat man dann ja auch jahrelang, äh, äh, Daenerys Bruder Viserys dann irgendwie das schmackhaft gemacht. Äh, ja, äh, die, die warten da eigentlich die ganze Zeit auf die Rückkehr ihres wahren Königs und sie sticken Drachenbanner und sonst was, ne? Also, erinnert sie mich sehr dran. Ja, du hast ja schon gesagt, also diese, diese neuen Titel und du wirst noch krasser zurückkommen als sowieso und das, ja, das, das, das Marker, da steht er drauf. Definitiv, ja, ja, da, da irgendwie von wegen Aegon die, die, die Wonne des Reiches oder irgendwie sowas. Genau, ja. Ja, wo das dann hinführt, äh, sehen wir dann ja später. Ich glaub, wir sehen auch zwischendurch dann eigentlich nix mehr von Aegon, ne? Und auch nicht mehr von Larys. Ne. Äh, diese Folge ist, äh, ziemlich vollgestopft und auch sehr fragmentarisch. Sie hat ja, ich glaub, die hat Überlänge, irgendwie 70 Minuten, ne? Also, die Screener laufen ja immer ein bisschen länger. Ich schätze mal, es werden so 65 sein. Also, so fast so ähnlich wie letztes Mal. Aber diese Folge ist wieder stark zersplittert und das merken wir auch jetzt an der nächsten Szene, die wirklich ganz, ganz kurz ist. Die wieder Rainer im grünen Tal zeigt, die mittlerweile doch ziemlich erschöpft ist, zu einem Bachrennen unter Wasser schöpft. Und ja, dieser ganze Rainer-Plot, boah, ich weiß nicht. Also, das hätte man echt, also, ich mein, klar, man will jetzt irgendwie auch zeigen, dass das ein länger, also, dass das vielleicht auch ein langwieriger Prozess ist, für die diesen blöden Drachen-Schafstieb da zu finden. Aber schon in der siebten Folge, jetzt auch so im Nachhinein, es müsste doch auf welchem Mal aufgefallen sein, dass die sich abgesetzt hat, oder? Danke. Das ist mir nämlich, ich hab auch gedacht, es kann ja nicht sein, dass die da einfach sich von der Gruppe nach rechts löst, da keiner mitgeht, es kein Schwein interessiert und die dann einfach weg ist. Ja, also, ich meine, gut, die hat ja gewartet, bis das Tor dichtgemacht wurde, aber ehrlich gesagt ist es auch so ein bisschen verantwortungslos, weil die lässt da letzten Endes die Kinder von Rhaenyra, lässt sie mit komplett Fremden alleine eigentlich, ne? Und sie hat an für sich die Verantwortung für die, also, das ist mir im Nachhinein nochmal so aufgegangen. Denk mal jemand an die Kinder. Also, vielleicht ist die auch noch ein bisschen unreif, was das angeht, beziehungsweise, man kann ja auch verstehen, warum sie sich jetzt diesen Drachen da holen will, aber dieser ganze Plot holpert so ein bisschen und unter anderem auch deswegen, weil das in der Vorlage ja wirklich überhaupt nicht so ist, ne? Hatte ich ja, hatte ich ja ausgeführt. Also, Nessel werden wir jetzt endgültig nicht mehr kriegen. Ne, und das andere ist ja halt auch, klar rennt sie dem Drachen hinterher, aber was passiert denn, wenn der Drache sagt, hab ich keinen Bock, ich hab keinen Bock auf dich, dann frisst er dich oder verbrutzelt dich. Ja. Und was machst du dann mit den Kids? Die lässt du dann irgendwo, also, klar, natürlich kann man sagen, die ist jung, die ist naiv, die ist sonst was. Ja, und sie ist ja auch immer erpischt drauf, ihren Drachen zu haben, weil sie sich ja ohne wertlos fühlt. Aber trotzdem, also, da hab ich mal auch gedacht, naja, ihr legt auf so viele Kleinigkeiten echt wert, aber da habt ihr auch irgendwie so ein bisschen, ja, so ein bisschen verbummelt, finde ich. Ja, und das tut der Dramaturgie nicht gut. Also, all diese Sachen, die wir schon öfters halt bei Folgen angesprochen haben, dass das Narrativ einfach echt so ein bisschen zersplittert ist, das bricht sich hier in dieser Folgebahn. Also, ich hab mir auch so im Nachhinein gedacht und dahingehend ist es dann vielleicht doch irgendwo ein Staffelfinale, auch wenn es sich nicht so wirklich so anfühlt. Und diese Folge hier, die bündelt im Grunde um sämtliche Stärken und Schwächen der gesamten Staffel nochmal so zusammengepresst in 70 Minuten. Das, das würde ich sagen. Aber anyway, wir kommen da später nochmal hin zurück. Falls ihr euch da draußen jetzt wundert, warum wir das jetzt wirklich doch chronologisch abgehen, es gibt ja nochmal eine Szene mit Rainer, die ja wirklich extrem kurz ist, aber da ist der Schnitt einfach sehr clever. Und deshalb möchte ich das dann doch beibehalten. Wir wechseln aber rüber nach Dragonstone zu Jace, den wir ja in der letzten Folge relativ, ja, wütend erlebt haben. Also, dem behagt das halt wirklich überhaupt nicht, was Rhaenyra da jetzt treibt mit gemeinem Volk als Drachenreiter. Und das kommt dann auch in dieser Szene hier wieder zum Tragen, denn er begibt sich ins Ratszimmer und man hört da schon von weitem Ulf irgendwie rumkrakehlen und mit Hugh reden. Und während Hugh so relativ ernst ist und meint, ja, wir sollten hier trainieren mit den Drachen und die Kommandos lernen, hat Ulf seine Füße auf dem Kartentisch und schiebt sich ordentlich Essen rein, ne? Also, Party-Ulf ist tatsächlich wirklich ein absolutes Highlight in dieser Folge, auch wenn es mir so zwischendrin echt, wie soll ich sagen, also auch mal ein bisschen sauer aufstößt. Aber, ja, Ulf kann da, also Ulf wäre in Malle auf dem Schinkenkönig oder wie das Ding heißt, da wäre der Number One. Ja, der hat auch so eine Jürgen-Dreefs-Frisur, so ein bisschen, ne? Genau, wenn er aufstehen würde, würde ich sagen, Wahnsinn, Dingsbum, da würden alle mitgehen. Also, Ulf ist wirklich an Respektlosigkeit kaum zu überbieten. Also, die Füße auf dem Tisch, am Kopf der Tafel, Jace kommt rein und guckt schon so und denkt, Alter, was ist denn hier los? Ja, und Ulf kümmert sich da einen Scheiß direkt drum. Ja, geil, dass er sich nicht noch an den Eiern kratzt, ist echt alles. Ja, das, vor allem, was ich so bezeichnend fand, er zieht sich hier anscheinend Fisch rein, den er ja in der Schenke, in der sechsten Folge, wo er da diese Suppe bekam, also da wollte er ja keinen Fisch. Und da merkt man direkt, ja, es gibt Fisch und Fisch wahrscheinlich, ne? Also, für das gemeine Volk und für die Adeligen, ne? Und, naja, er hat ja das Gefühl, dass er jetzt hier wirklich, ja, ich meine, er ist ja auch aufgestiegen, er hat einen fucking Drachen. Aber er ist trotzdem respektlos und nimmt dann auch Jace nicht wirklich für voll von wegen, was willst du hier, Bengel? Und als Hugh ihn dann darauf hinweist, dass es der Prinz ist, da schlägt die Stimmung dann aber um. Also, da wird Ulf dann doch etwas demütiger. Ja, ich hab mich da auch nochmal dran erinnert, er hat ja eigentlich so viel auf Jace gegeben, als er da so in der Kneipe saß, in der dritten Folge schon, ne? Da hat er irgendwie gesagt so, ja, Jace ist der wahre Erbe und Rhaenyra die wahre Königin, ne? Ja, aber auch wenn er aufsteht, also er steht auf und Bursche oder Junge sagt er ja zu und nachdem Hugh ihm dann auch so ein bisschen, ja, so ein bisschen klar macht, vor wem er da eigentlich steht, finde ich trotzdem nicht, dass der Respekt da zunimmt, weil das kam mir eher so vor, hey, wir sind doch alle gleich, alles easy, Junge. Ja, wir machen es mit den Drachen, wir reißen es schon. Ich würde es nicht direkt als Respekt bezeichnen, aber es hat zumindest so ein bisschen, es hat den so ein bisschen aus seinem Schlendrian geholt, aber der ist dann trotzdem immer noch so relativ von oben herab und vor allem versucht er Jace dann sogar auch in die Haare zu fassen. Ist so ein bisschen spöttisch, aber unterm Strich sagt er ja, eigentlich sind wir ja alle gleich, ne? Also von wegen, wir sind beide Drachenreiter, wir sind aus demselben Holz geschnitzt und Jace grenzt sich dann aber noch ab von wegen, ja, also hier, das ist das, was wir machen. Das ist noch weitaus mehr, das ist ein heiliges Erbe, von dem ihr nichts wisst. Ja gut, da denke ich mir so, natürlich, er weiß vom Lied von Eis und Feuer, aber er misst dem A nicht wirklich so eine Bedeutung bei und B, ja, ist es auch, glaube ich, so das, woran er sich noch so klammert jetzt, ne? Weil wir haben es ja in der siebten Folge gehabt, er ist A, ein Bastard und B, hat er jetzt nicht mehr als einziger einen Drachen und das Einzige, woran er sich jetzt noch so festhalten kann, ist diese Prophezeiung, die ja wirklich kaum einer kennt, ne? Ja, eben, also ich denke auch, dass er da, ja, was wir schon vorher hatten, das geht ihm alles so dermaßen gegen den Strich und dann hast du auch noch hier Party Ulf, der, der denkt, ich kann machen, was ich will und keinen Respekt zeigt und, ja, du hast ja irgendwann in den vorherigen Cast auch schon mal gesagt, ohne die Drachen sind sie eigentlich nichts Besonderes, ne? Richtig, Jace hat ja vor allem auch noch die Vermutung gehabt und das fand ich halt einen Gedanken, den gab es, glaube ich, nicht einmal in der Vorlage oder ich kann mich jedenfalls nicht so wirklich dran erinnern, er hat ja gegenüber Rhaenyra aufgeworfen, ja, was ist eigentlich, wenn einer von diesen Drachenreitern hochmütig wird und sich denkt, hey, eigentlich könnte ich doch auch herrschen, ne? Ja, eben. Also die könnten sich auch gegen sie wenden und ich muss ja sagen, also diese Szene hier brachte auch, fand ich nochmal gut zum Ausdruck, dass die Drachenreiter jetzt nicht unbedingt die feinsten Leute sind und Ulf, ja, der ist ja auch wirklich, also Hugh hat ja zumindest noch so ein bisschen Anstand, Adam auch, aber Ulf ist halt wirklich schon so ein, ja, Prolet eigentlich schon, ne? Also heißt es dann ja auch, dem sind Gepflogenheiten bei Hofe fremd und ich muss sagen, sie bringen das hier auch sehr gut rüber. Ja, wobei er ja in der Schenke, als der König kam, ja schon Anstand gezeigt hat, also ich meine, klar, der hätte ihn, der hätte ihn gekillt, keine Frage und ich denke auch Ulf weiß, dass sie ihn halt brauchen als Drachenreiter und das, ja, das ist so seine Erfolgswelle, auf die er gerade mitsurft. Ja, obwohl jetzt in der Schenke die Szene, da musst du bedenken, da hat er sich ja letzten Endes auch gedreht wie so ein Fähnchen im Winde, ne? Also erst von wegen Rhaenyra ist die wahre Königin und kommt, kommt Aegon an Heil Aegon, ne? Ja, also durchaus auch ein bisschen opportunistisch unterwegs, was auch, ja, auf etwas hindeutet, was noch kommen könnte, mehr sage ich dazu nicht. Auf jeden Fall ist Jace wirklich überhaupt nicht von ihm begeistert, meint dann ja, während ihr hier rumhängt und müßig seid, hat Aegon Schafspitze niedergebrannt, tausende Tote vermisste, der Hafen liegt in Asche, die können das alles völlig vergessen. Und droht ihm dann wirklich auch schon, wenn ihr euch weiterhin so aufhört oder uns, ja, schon wirklich behindert mit eurer Faulheit oder Selbstgefälligkeit, dann lasse ich euch hängen und an die Hunde verfüttern. Das macht auf Ulf dann doch relativ viel Eindruck, er entschuldigt sich und beide gehen ab, während Jace echt so ein bisschen, also der ist schon richtig geladen teilweise, ne? Ah ja, klar, kann ich verstehen. Stell dir mal vor, du hast in deinem Haus sowas drin sitzt wie Ulf. Ja, und auch noch mit den Füßen auf dem Kartentisch, also das war schon sehr, sehr dreist. Aber die haben eben von jetzt auf gleich, ja, das ist es halt, ne? Das Gefühl der Macht macht auch vor denen nicht halt. Ja, ja, klar. Aber wir werden sehen, wie sich das weiterentwickelt. Wir landen als nächstes allerdings nicht direkt bei unehelichen Kindern, sondern eher bei dessen Vater, nämlich bei Lord Corlys, der hier mit Rhaenyra am Pier in Driftmark steht. Beide unterhalten sich und da muss ich sagen, da ist mir erst mal bewusst geworden, ich meine, Lord Corlys ist zwar noch nicht so lange die Hand der Königin, aber es hätte vielleicht schon mal eher eine Szene zwischen ihm und Rhaenyra gebraucht, oder? Ja, ich finde so gerade, nachdem sie ihn doch, doch in der Folge, wo sie ihn ernannt haben, wo er auch dann dasteht und sich die Nadel ansteckt, da hätte man das ein bisschen vielleicht am Ende der Folge auch nochmal oder mittig bringen können, dass die sich da unterhalten und dass er ihr ja auch endlich mal halt mehr Tipps gibt, weil sie unterhalten sich ja jetzt drüber, dass er auch sagt, wir haben die Drachenreiter, wir haben die Schiffe, wir haben die Armee, wir müssen jetzt endlich auch mal losschlagen, bevor die losschlagen. Bevor Aemond Zeit hat zu handeln, ne? Genau, und macht ihr eigentlich auch klar so von wegen, ja, wir sind sehr gut aufgestellt, also besser als die anderen. Also Rhaenyra trägt dann ja erst mal an ihn ran, grundsätzlich sind für sie die neuen Drachenreiter ein Segen, sie hat aber so ein bisschen Zweifel an den jeweiligen Charakterstärken von den dreien da, was ja auch nicht unbegründet ist, also sie merkt dann ja auch, er kennt Adam, also der hat ja bekanntlich in seinen Diensten gearbeitet und da ist Corlys dann aber auch relativ zurückhaltend, meint dann so, ja, der gilt als relativ integer, aber er kennt ihn nicht so wirklich gut und da kommt dann auch schon so, also das sagt er dann ja auch, er bedauert es, dass er ihn nicht kennt, ne? Und das wird dann ja auch noch so ein bisschen fortgeführt mit Alin in dieser Folge, aber dazu später. Aber wie du schon richtig sagst, die Drachenreiter sind ein Riesenvorteil und sie sollten jetzt hier losschlagen. Rhaenyra ist aber immer noch so halb auf der Bordsteinkante, so von wegen, jetzt setzt sich alles auf eine Karte, denn sie meint halt, ja, bisher hat sie auf Abschreckung gesetzt, diese drei Reiter, mit denen hat sie jetzt endgültig Vaga übertrumpft. Und Corlys meint dann, ja, es ist aber doch nicht so einfach, weil es gibt ja nicht nur Vaga. Ja, Rhaenyra nimmt das dann nicht, also lässt das dann so wirklich so passieren, auch so ein bisschen für den Zuschauer, hatte ich das Gefühl. Also von wegen, welche Drachen gibt es denn jetzt noch auf der Gegenseite? Also zum Beispiel, dann erwähnt sie auch hier den von Daron Targaryen, also Thessarion. Drache und Junge sind noch relativ unerfahren und der Drache ist sogar noch jünger als Vermax, also der von ihrem Sohn Jace. Und Corlys meint dann, ja, ihr vergesst aber noch einen und Rhaenyra dann so, aha, Helena, auf Traumfeuer, die ist doch keine Kämpferin. Aber ja, vielleicht hat Corlys damit nicht so Unrecht, weil Traumfeuer ist schon ein ziemlich alter Drache. Also da heißt es dann, der ist geboren zu Zeiten von Aegon, dem Eroberer und ist schon ein relatives Riesenvieh wohl, wobei nicht so groß wie zum Beispiel Vermithor. Also Vermithor ist wirklich nach Varga der größte lebende Drache hier zu der Zeit. Ja, schon, aber als sie Helena erwähnt haben, habe ich auch erst mal laut aufgelacht und dachte, um Gottes Willen, Luna, Lafgott auf den Drachen. Ja, ja. Weißt du halt auch nicht, also so die letzten Folgen, du hast ja auch nie gesehen, dass die irgendwann mal ausgeritten ist und das passt ja auch nicht zu ihrem Bild, das dargestellt wird. Also dieses Verträumte, ich bin eigentlich nie wirklich anwesend, habe hier kleine Insekten in kleinen goldenen Käfigen eingesperrt und guck hier und wo ist man gesagt, oh Gott, das will ich stellen dir mal für dich auf den Drachen vor. Rhaenyra lächelt ja auch so, also guckt da hin und sagt, Helena, ehrlich? Rhaenyra lächelt ja auch so, aber Cordes sagt halt, eventuell könnte man sie dazu bringen. Mhm, könnte Eamon sie zwingen, ja. Genau. Und das fand ich noch, wo ich gedacht habe, ja, könnte ich mir auch gut vorstellen, aber wäre interessant zu sehen, wie er da rangeht. Und also sie einfach nur draufzocken und zu sagen, auf klar, jetzt flieg mal dahin, ich komme mit und dann brennen wir alles nieder, wird bei ihr nicht funktionieren, sondern er muss da schon gewisse Knöpfe drücken, denke ich. Und vielleicht auch erst mal sie in eine gewisse Richtung pushen und das kann er ja. Ja, das sehen wir ja auch noch, ne, zumal er ja auch mit Helena, an der liegt ihm ja auch durchaus was, ne, also Eamon scheint ja wirklich schon auf seine Schwester zu stehen, so ein bisschen, ne. Das hatten wir ja, glaube ich, auch in einer Folge irgendwie mal, also das kam ja da schon durch, ne, und hier ist es ja endgültig offensichtlich. Corlys meint dann aber auch, also sie soll Eamon weder unterschätzen noch überschätzen und auch nicht denselben Fehler machen wie er, weil er hielt sich für unbesiegbar mit Varga und wurde jetzt vom Gegenteil überrascht. Und ja, das, was er daraufhin mit Schafspitze gemacht hat, das dürfte dann nur der Anfang sein. Und dadurch, dass er jetzt halt so impulsiv handelt, könnte er Rhaenyra eventuell auch wieder zuvorkommen. Rhaenyra muss ihm dann halt so, nicht jetzt zähneknirschend beipflichten, aber sie gibt ihm dann doch recht und sie stehen dann beide vor seinem Schiff, wo sich dann herausstellt, dass es nicht nur besser in Schuss ist als jemals zuvor, sondern dass Corlys dem Ganzen auch einen neuen Namen verpasst hat. Ja, und da dachte ich, oh, das ist eine schöne Ehrerbietung, also aus Seeschlange wurde the Queen never was. Genau, im Deutschen die Königin der Herzen. Das ist schon auch wirklich eine Ansage, dass er den Namen Seeschlange da ablegt, weil dieses Schiff ist ja so das Fundament seines ganzen Ruhms gewesen. Also damit hat er seine neuen Reisen unternommen, die wir hoffentlich irgendwann in dieser Animationsserie zu sehen kriegen. Ich habe da so Bock drauf, deshalb bewerbe ich die immer wieder. HBO, gib grünes Licht! So, also das meint er ja auch, das ist ja die Geste dahinter. Alles, was ich jetzt tue, tue ich nur noch für sie, beziehungsweise für ihr Andenken. Ja, es ist eine schöne, schöne Geste tatsächlich. Und man merkt auch, dass er wirklich, der Verlust von Rhaenys, der hat ihn schon echt, also angenommen Rhaenyra würde ihm jetzt nicht irgendwie, hätte ihm jetzt nicht eine neue Aufgabe gegeben, dann wäre der wahrscheinlich einfach sonst irgendwo hingesegelt und vielleicht dann irgendwann ins Meer abgetaucht oder irgendwie sowas. Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Kommen ja jede Menge Schuldgefühle jetzt auch bei ihm hoch, was auch so seine beiden unehelichen Söhne angeht. Ja, er sagt trotz allem, also natürlich, er tut das alles für Rhaenys, aber Rhaenys hat ja Rhaenyra unterstützt und deswegen ist Corlys ihr jetzt auch ergeben. Er warnt sie aber auch gleich davor, ja, die Lannister-Armee marschiert, die Hightower-Armee marschiert von Alsace aus. Er meint dann, sie soll jetzt nicht zu lange warten, sie soll die Bestie bei den Hörnern packen und enthaupten. Ja, weil wenn die, wenn die sich zusammenschließen zu einem Riesenherd, dann wird's schwierig. Ja, vor allem nehmen die da ja jetzt auch Dämen in den Fluss landen ins Visier, ne? Also die greifen ja von beiden Seiten an und da wird es bald knallen, aber leider nicht mehr in dieser Staffel, wie wir wissen. Aber Stichwort Dämen, denn der ist ja auch noch im Game. Immer noch auf Harenhall, obwohl ich eigentlich gedacht hatte, dass dieser Plot jetzt mal so langsam beendet wäre. Aber er ist ja zumindest nicht mehr ganz so verschwurbelt wie in manchen Sequenzen, zumindest zum Teil in dieser Folge, ne? Ja, fand ich auch. Also ich hab mir das angeguckt und dachte, oh, Sir Fürstelot ist ja auch noch dort und irgendwie sieht Harenhall jetzt aufgeräumt aus und sind ganz viele Soldaten drin und er sieht nicht durch aus. Also wahrscheinlich hat er vielleicht mal tatsächlich ein paar Stunden geschlafen irgendwie, ohne jetzt irgendwelche Hardcore-Visionen zu haben. Ja, er war fresh, er war frohen Mutes, er ist bereit und freut sich über seine Armee, die er jetzt hinter sich versammelt hat. Läuft so rum und guckt sich das an und man kriegt so einen schönen Überblick wieder. Das sieht alles gut aus, es sieht auch nicht mehr so gespenstig aus. Klar, sie haben halt ein bisschen aufgeräumt, aber... Und die sind ihm auch jetzt durchaus treu ergeben, ne? Also zwischen ihm und dem Flusslord war ja wirklich schon so böses Blut. Ja, ja. Aber dass er Sir Willem getötet hat, beziehungsweise gerichtet hat, das scheint dann jetzt wohl doch so die Wogen geglättet zu haben. Also da ist auch hier dieser Lord Piper, der ihn ja wohl eigentlich überhaupt nicht abkann. Und der ist dann aber deutlich respektvoll gegenüber ihm und sagt dann, ja, wir haben hier keine Schafe mehr auf unserem Land. Also einer meiner Vasallen hat keine Schafe mehr. Ja, frisst euer Drache denn auch Schweine. Ja, und das ist anscheinend die bevorzugte Mahlzeit von Caraxes, ja. Du hattest ja schon gesagt, Daemon läuft rum und es ist ja auch handwerklich echt wieder toll, ne? Denn wir haben eine Plansequenz einmal mehr. Ja, alles sieht super aus. Ist wirklich toll gemacht. Du siehst einfach, wie sich die Burg entwickelt, dass wirklich was gemacht wird. Und ja, also optisch ist es wie immer absolut hochwertig. Ich fand die Szene tatsächlich auch sehr dynamisch. Also Daemon kommt da erst rein, wird da angequatscht von diesem Lord, dann prüft er da mal irgendwie kurz ein Schwert, was ihm gereicht wird. Und das halt alles wirklich ohne Schnitt. Die Kamera ist immer so um ihn herum. Er ist so immer relativ im Zentrum des Bildes. Und selbst dann als Sir Simon dann zu ihm kommt, dass hier jemand auf ihn wartet. Nämlich Sir Alfred Broome hat es nach Haarenhall geschafft und will dann Daemon auch direkt sprechen. Weil er hat ja bekanntlich einen Auftrag von Rhaenyra bekommen. Ich glaube, in der fünften Episode wurde er ja weggeschickt, um jetzt mal irgendwie den Status Quo auszumachen bei Daemon. Also von wegen, wie geht's dem? Und wie geht diese ganze Heerschau da voran sozusagen? Und Daemon ist dann leicht belustigt, als er Sir Simon als Herr Alfred sieht und meint dann, ja, also er kommt ja gerade richtig, um ein tolles Heer zu bestaunen. Der prahlt da schon damit, ne? Also hier guck, ist geil, ne? Ja, ja. Ich hab was geschafft. So ein bisschen wie jemand, der seine neue Luxuskarre zeigt, ne? Von wegen so, ja. Ja, so kannst du ja. Ihr könnt es ruhig zugeben, ist schon geil, ne? Und ich fand's aber auch handwerklich einfach wieder gut, weil während sie dann da irgendwie in so einen engeren Gang gehen, also wirklich, die Kamera geht einfach mit, läuft vor denen her und kein Schnitt, das ist so gut, wirklich. Also da kommen halt wieder die Qualitäten von, äh, Jita Patel und ihrer, äh, ihrer Kamerafrau durch, ne? Die ja schon in der dritten Folge waren und das wirkt so stimmig und einfach wirklich richtig gut gemacht. Also für Fernsehen ist das wirklich richtig hochwertig. Ja. Weil hier laufen, hier laufen schon wirklich einige rum. Vom Prinzip her ist es eigentlich sogar fast eine ähnliche Szene wie die in, äh, Flohloch in der dritten Folge, die ja auch von, von beiden realisiert wurde, ne? Und Daemon ist aber relativ hohen Mutes, er hat auch das Gefühl, die Lannisters sind so ein bisschen am Zaudern, was er hört und, äh, bis die ihn einholen, ist er längst in der Hauptstadt und hat die eingenommen. Aber Ser Orphid beharrt dann darauf, dass er ihn, äh, im Vertrauen sprechen will. Dementsprechend gehen dann beide auch in den, äh, Götterhain, wo dann Ser Orphid auch meint, dass er relativ offen, äh, zu Daemon sein will und ich weiß gar nicht, äh, kannten die sich vorher eigentlich? Ähm, ne, ich, ich glaub's auch nicht. Ja, Ser Orphid ist halt auch so einer von vielen Lords, ne? Ja. Obwohl der schon heraussticht mittlerweile, ne? Also man merkt, der ist schon, der ist schon wichtiger als andere und der wird auch noch seine Rolle zu spielen haben, das sag ich nur. Ja, das ist halt der Stänkerer Number One, ne, der im Rat immer ordentlich auf den, auf den Tisch geklopft hat, um, äh, Rhaenyra da vorzuführen. Anders, da kann man's schon gar nicht mehr sagen, ne? Genau, und jetzt macht das vertretungsweise Lord Bartimus für ihn, der ja schon eine, äh, geklebt bekommen hat von Rhaenyra. Ja, aber Ser Orphid, äh, schenkt Daemon rein, Wein ein, ja, er war Viserys treu ergeben und damit auch Rhaenyra, auf die er sich eingeschworen hat und er betont auch nochmal, er würde niemals den, den Hightowers dienen. Die gehen dann da beide durch den Götterhain oder weiter rein auf den Wehrholzbaum zu und dann hört Ser Orphid auch irgendwie Geräusche, ne? Also ihm ist das da auch nicht so ganz geheuer. Nee, 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 du siehst schon, es kommt ja dann ein, ein Windstoß und man hört so, äh, ja, leises Geflüster, was man jetzt nicht wirklich, äh, zuordnen kann oder was da auch gesagt wird und es, man sieht's schon, es läuft, Ser Orphid dann auch schon wirklich eiskalt den Rücken runter und der guckt rum und denkt, um Gottes Willen, also, ähm, ganz koscher ist mir das ja auch nicht. Und Daemon ist so abgeklärt, äh, 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 den, den Spruch fand ich auch super von wegen, dieser Ort bringt einen dazu, nachts den Mond anzuheulen. Tja, der weiß, wovon er redet. Ja, der, der, der spricht aus Erfahrung. Ser Orphid meint halt, ja, Rhaenyra, schön und gut, aber jetzt zieht ihr einen Krieg herauf und während sie die ganze Zeit gezögert hat über die komplette Staffel eigentlich, hat Daemon hier eine Armee aufgebaut und da muss man sagen, da ist Ser Orphid, also der ist ja, glaube ich, echt kein, kein Dummkopf. Also, es ist die Frage, kann der eigentlich wissen, was dazu nötig war, dass Daemon die Flusslande jetzt so hinter sich gekriegt hat, weil das war ja alles andere als ein Zuckerschlecken, ne? Ja, das stimmt, ich glaube es auch nicht. Ich fand es eher so, als er mit ihm dann wirklich auch Tacheles redet und sagt, wir brauchen dich, wir brauchen einen Anführer, wir brauchen einen, ja, wirklich, also er betont es ja auch. Wir brauchen einen König. Wir brauchen einen König, genau. Dachte ich mir noch, das hätte ich, glaube ich, ihm jetzt auch nicht so forsch direkt ins Gesicht gesagt, sondern ich hätte es erst mal, ich hätte erst mal abgetastet, inwieweit er da für empfänglich wäre. Also er redet mit ihm wirklich schon ordentlich Tacheles und sagt, ey, pass auf, also wir haben es versucht, aber Rhaenyra kriegt es einfach nicht auf die Kette. Ist zu eigenwillig. Genau, und das hatten wir ja bei Calles genauso, auch wo ich dann, das hat mich auch so einen kleinen, kleinen Ticken geärgert, so dieses, ja, das ist Abschreckung, wo ich gedacht habe, sag mal, letzte Folge war doch eigentlich klar, dass Abschreckung nichts mehr hilft. Dieses Zögerliche, ja, wird jetzt halt auch nochmal aufgeworfen und ich dachte tatsächlich in dem Moment, ich war mir nicht so ganz sicher, ob Daemon jetzt drauf eingeht und sagt, ja, irgendwie hast du schon recht, oder ob er sagt, ich fordere, also ich köpfe dich, ja, oder. Bring dich um oder lass dich von meinem Drachen fressen. Weil das könnte ja auch genau so sein und ja, war da auch schon so ein bisschen verwundert, dass er nicht direkt drauf angesprungen ist. Ich muss ja sagen, ich bekomme mir bei Sir Alfred Broom endgültig so Vibes von Roose Bolton, wenn auch noch nicht so ganz, also es ist ja nicht so, dass er Rhaenyra nicht treu ergeben ist. Und er meint auch, die hat gute Absichten und alles, aber jetzt, jetzt brauchen wir einen Mann an der Spitze, ne, das ist halt so. Also, da muss man auch sagen, da ist seine Figur auch absolut konsistent, weil er war ja wirklich derjenige, der, es ist nicht so, dass er nichts von Rhaenyra hält, aber, ne, von wegen so das sanfte Geschlecht und, und immer, immer so ein unterschwelliger Sexismus, ne. Und Damon, du hast schon recht, der springt da nicht so richtig drauf an, der ist eher so zurückhaltend, meint dann, ja, Rhaenyra ist ja schon, schon immer ihre eigenen Wege gegangen und ist dann auch so ein bisschen, also so, so ein bisschen süffisant überrascht, äh, von Sir Alfred, weil er meint ja dann zu ihm, ja, wenn ihr euch jetzt hier und jetzt zum König erklärt, dann werden diese Männer euch folgen. Und Damon ist dann so, hm, also ich hatte euch eigentlich nie für einen Wendehals gehalten, ne. Ja. Und so richtig drauf eingehen tut er nicht, weil da merkt man, also auch im Hinblick auf die siebte Folge und auch jetzt so sein Verhalten in dieser ganzen Episode hier, hat Damon eventuell so langsam seinen Frieden mit seinen Ambitionen gemacht, beziehungsweise will er mittlerweile vielleicht gar kein König mehr werden? Ah, ja, ich hab da ne These zu, die kommt aber, glaub ich, auch erst später. Okay. Okay. Was aber, äh, noch hier ganz wichtig ist in der Szene, äh, Sir Simon ist beiden so mehr oder weniger gefolgt. Das Gespräch zwischen denen sehen wir auch teilweise von Weitem gefilmt, weil Sir Simon da eben im Gang steht zum Götterhain. Ja, und das Ganze mithört und, äh, auch nicht so wirklich begeistert ist von dem, was er da aufschnappt, weil letzten Endes diskutieren die hier Verrat, ne? Ja. Und den kann ich auch wirklich sehr, sehr schwer einordnen, weil ich, ich, also dem trau ich auch, äh, keine zwei Meter weit. Ich mag, ich mag den. Irgendwie mag ich den. Ja, der hat auch schon ein bisschen was Knuffisches, das stimmt. Trauen tue ich dem wirklich auch nett, äh, weil ich glaub, das ist auch so einer, wenn du dich dann umdrehst, der rammt dir dann tatsächlich den Dolch in den Rücken. Ja, aber er hat ja bisher dahingehend wirklich nichts gemacht, also ich mein, er hat sich ein bisschen, er hat sich ein bisschen komisch verhalten gegenüber Daemon manchmal, aber Daemon hat den ja auch wirklich übel bedroht zuletzt, ne? Ja, gut, ich versteh halt so von dem, von dem Szenario. Ich mein, Daemon, Daemon ist da als Eroberer eingefallen und hat die Burg für sich behauptet, hat keine, keine Gegenwehr gekriegt, außer halt ordentlich Halluzinationen und irgendwelche Horrortrips. Also hätte Sir Simon schon durchaus das Recht, angepisst zu sein, weil, ich mein, die haben ihm einfach, also alles weggenommen und enteignet, er darf Gott sei Dank noch dort wohnen. Aber, ja, dass da keine Rache-Gefühle da sind, ich weiß es nicht, wie gesagt, also ich trau dem echt keinen Meter. Okay, schade, ich find den, ich find den irgendwie sympathisch. Ja, knuffisch ist er trotzdem, aber, äh. Und er hat ja hier dann auch in der Folge eigentlich seine Treue, zumindest gegenüber Rhaenyra, bewiesen. Ja, das, das, ja, ich, ich guck da mit einem wachen Auge hin, ich trau dem, ich trau dem nicht, auch wenn er, wenn er hingeht und danach natürlich die Infos weitergibt, aber, ja, nein, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ja, ja, okay, wir werden ja noch sehen, wohin das führt in dieser Folge. Äh, springen dann aber noch mal zurück nach, äh, King's Landing, wo Aemond hier durch die Gänge des Roten Bergfriedes, äh, streift mit, äh, Iron Rod an seiner Seite. Der ihm davon berichtet, ja, was, was da so in Folge 7 abgegangen ist, also, dass da eben Boote, einfache Leute nach Dragonstone brachten und dass diejenigen jetzt Drachenreiter sind. Und da muss ich mir ganz ehrlich die Frage stellen, also, Aemond, du bist doch eigentlich auch selber schuld. Also, jetzt mal ehrlich, dass sie das nicht mitbekommen haben, das fand ich schon ein bisschen konstruiert in Folge 7. Allerdings, grad, weil sie ja die Tore und alles geschlossen haben und ja eigentlich keiner mehr rein und raus darf. Zum einen das und weil sie in der Folge vorher auch noch einen Aufstand erlebt hatten, äh, für die er ja jetzt ja auch dann, äh, die, die, äh, Gardisten da bestraft hat. Ja gut, die wollte er in erster Linie loswerden wegen Aegon, aber ich weiß nicht, also, auch, dass Larys da zum Beispiel nichts von mitbekommen haben will. Also, Geflüster nimmt der doch wahr in den Straßen, äh, also, der, der ist ja praktisch der Geheimdienstchef und überleg mal, der hätte ja auch theoretisch, also, angenommen, sie hätten das aufgeschnappt, die hätten sogar theoretisch jemanden in Dragonstone einschleusen können, der dann da vor Ort einen Attentat auf Rhaenyra verübt. Ja, hatten wir ja, also, ich mein, äh, irgendwie schon. Ja, ich, ich mein jetzt einer, der sich unter die Drachensamen mischt oder die hätten einen bestechen können von wegen hier, ne? Also, da, das wäre dann auch eine Rache gewesen, genau für, für, äh, die ersten beiden Folgen, ne? Oder für, für das, was in den ersten beiden Folgen passiert ist. Ja, das stimmt und das, das halt wirklich, äh, dass da Larys nichts mitkriegt, was, und da wird ja nicht mehr offen, da wird ja jetzt nicht mehr hinter vorgehaltener Hand getuschelt, sondern da wird ja ganz offen im Volk ausgesprochen, was los ist. Also, das muss doch jemand mitgekriegt haben. Obwohl, wenn du, stimmt, wenn du überlegst, Larys ist ja nicht mehr Aemond ergeben, vielleicht hat der das bewusst für sich behalten. Könnte auch sein, ja. Wenn du mal drüber nachdenkst, also der, der hat ja mit, mit Aemond, ach stimmt, der ist ja auch von Aemond praktisch auch degradiert worden. Beziehungsweise, der heißt ja nur von wegen, ja, schaff mal Otto Hightower hier ran, zum Meer, zum Meer, äh, bist du nicht zu gebrauchen. Und, äh, ja, die Rache des Klumpfußes, ne? Ja, gut, macht schon irgendwo Sinn, aber wenn du auch mal überlegst, ich mein, Elinda wurde ja auch, äh, äh, also da waren ja auch irgendwie Stadtwachen, die auch auf sie aufmerksam wurden. Also jetzt von den Goldröcken, da hätte doch auch mal irgendwie jemand was riechen müssen. Und ich muss sagen, ich hätte es, glaube ich, auch gut gefunden, kann mir sogar vorstellen, dass das eine geschnittene Szene ist, wie vielleicht irgendwie Elinda die Info weitergibt, ja, hier alle, alle, die da hinkommen zum Strand, hier durch den und den Geheimgang kommt ja aus der Stadt raus oder sowas, ne? Ja, aber die sind ja einfach, das hast du ja kaum mitgekriegt, also die sind ja einfach an den Strand gewuselt in Massen. Ja, das fand ich leider echt, also das, das muss man wirklich schlucken, das ist an der Stelle echt, das, das ist lasch geschrieben an der Stelle, das fand ich, fand ich sehr schade. Aber, ja, Eamon will dann zumindest jetzt Maßnahmen ergreifen, besser spät als nie. Für ihn sind das nämlich alles Feiglinge und er fühlt sich von denen betrogen und getäuscht und ab sofort will er den Schiffsverkehr kontrollieren, sprich, kein Schiff kommt hier ohne sein Erlaubnis rein oder raus. Und, äh, da stößt dann aber Ironrod durchaus sauer auf, weil er dann darauf hinweist, äh, also entschuldige mal, aber das behindert dann auch die Fischerboote und die schaffen Nahrung für das Volk hier rein, ne? Fisch ist ja das Einzige, was die noch so wirklich, wovon die hier noch wirklich zehren können und Eamon ist dann wirklich richtig zynisch abgeklärt und meint dann so, ja, also, wenn der Feind hier kommt und sie tötet, dann brauchen sie keine Nahrung mehr und dann so ganz lakonisch, ach ja, wir müssen alle Opfer bringen, ne? Also, boah. Das ist schon bitter. Also, der, der lässt ihn dann da, glaube ich, wie angewurzelt stehen und Ironrod ist dann auch schon so schockiert. Da merkst du wieder die gute Regie einfach von Jita Patel. Das ist nicht nur einfach hier trocken Gegenschuss abgefilmt, sondern die laufen hier durch einen Gang und dann auch, äh, so, äh, an zentralen Punkten des, äh, Rotenbergfriedes, wo auch gerade echt viele Leute zugange sind mit allen möglichen Sachen, ne? Das wirkt richtig lebhaft an der Stelle. Ja, das stimmt. Der Hintergrund ist echt toll. Ja, da muss ich zugehen, da hab ich jetzt nicht so drauf geachtet, was die da machen. Das ist irgendwie auch ein bisschen unübersichtlich gewesen. Äh, aber fand ich, ah, das wirklich, das gibt dem Ganzen so viel, so viel Leben einfach, ne? Also, man merkt, der Rote Bergfried, der besteht wirklich nicht nur aus, aus den paar Figuren, die wichtig sind, sondern, äh, da sind einfach auch so viele Bedienstete, alles Mögliche, die da rumschwirren. Habt man ja auch schon nachts da in der zweiten Folge gesehen, ne? Da war ja richtig, äh, Halligalli in den, in den Gängen. Äh, aber Aemond begibt sich woanders hin, nämlich, äh, zu Alicent und Helena, die in ihrem Gemach sitzen und, äh, dann, äh, auch so ein bisschen, äh, miteinander reden. Und Helena ist immer noch, also, die ist wohl auch immer noch so gezeichnet von, äh, äh, diesem Tumult da bei der Septe und fragt sich so langsam, ja, warum hassen uns hier eigentlich alle? Und auch, äh, als ich, als ich keine Königin war, da war ich noch glücklicher, ne? Und die sieht auch nicht glücklich aus, muss man sagen. Nee, absolut nicht. Aber ich fand sie in, so allgemein in dieser Folge, fand ich sie wacher. Ja. In der Realität ankommen und fand ich richtig gut. Es hat mir richtig gut gefallen. Man merkt auch richtig eine Chemie zwischen Olivia Cooke und dieser, äh, Fire Saban oder wie die heißt. Äh, und das kommt auch nicht von ungefähr, denn ich hab gelesen, die sind privat sehr, sehr gut befreundet mittlerweile. Also die, äh, soweit ich weiß, leben die mittlerweile fast nebeneinander und haben die Hausschlüssel der jeweils anderen sogar, waren zusammen im Urlaub, alles Mögliche. Und, äh, das, das kommt hier schön rüber, auch wenn es, ich habe immer noch, da können die auch halt nix für die Schauspielerin, ich habe immer noch Probleme, einfach zu glauben, dass das Mutter und Tochter sind. Da stolper ich immer wieder drüber. Ja. Die wirken eher wie beste Freundinnen. Also, äh, das muss man sagen, Olivia Cooke bringt das ja in der Rolle trotzdem gut rüber, sowas leicht Mütterliches ihr gegenüber zumindest, bis zu einem bestimmten Punkt. Und meint dann, ja, also hier, die, die draußen, die suchen ja eigentlich nur einen Schuldigen. Also auch wieder dieser Satz, wer unglücklich ist, der sucht einen Schuldigen, einen Sündenbock. Und, äh, auch wenn Helena dann aber meint, ja, aber es ist doch nicht unsere Blockade. Naja, von der Krone wird erwartet, dass sie beendet wird, ne? Und letzten Endes interessiert das gemeine Volk auch nicht sehr viel mehr und das versteht man irgendwo auch. Vor allem ist mir auch aufgefallen in dieser Szene, Alison trägt hier keinen Halsschmuck mehr. Ja, die trägt weder ne Kette, also ne, ne normale, noch diesen siebenzackigen Stern. Die trägt wirklich gar nichts mehr. Also, sie trug ja auch schon in dieser Badeszene in der siebten Folge, trug sie eher schon türkis als grün. Das sagt auch was aus bei ihr. Jaja, das, das auf jeden Fall. Ja, dann gibt sie Helena was zu trinken und offeriert ihr dann so eigentlich relativ, also auch nicht mal wirklich so durch die Blume, schlägt ihr dann so vor, ja, sag mal, wollen wir nicht gucken, dass wir hier wegkommen? Und, äh, Helena, äh, zögert dann zwar so ein bisschen, also die, die fragt nicht so von wegen, warum sollte ich, ich bin die Königin, sondern, ja, wo, wo sollten sie denn hin? Also, das heißt, sie hat da wahrscheinlich auch schon drüber nachgedacht, ne? Ja, wobei, ich, ja, gut, aber man sieht sie halt immer nur verträumt und in ihrer eigenen Welt gefangen und kriegst du da auch relativ wenig mit von ihrem Innenleben, finde ich. Also, zumindestens mal so auf dieses, ich denke jetzt mal an die Zukunft und sage, okay, gut, ich hab da auch keinen Bock mehr drauf, komm, wir machen uns auf und davon. Ja. Aber es könnte einfach wirklich vielleicht daran liegen, dass sie jetzt einfach wacher ist und mehr versteht oder zumindestens mehr in ihre Welt reinlässt und das fand ich auch, fand ich auch sehr gut und deswegen finde ich gerade so mit dieser, mit dieser These, komm, wir gehen, ähm, passt die Selbstmordtheorie nicht so wirklich dazu, sondern eher die, die Theorie von wegen, ich hab mich von allem isoliert, ich hab gemerkt, ich hab, ich, ich seh die Fehler und ich merke einfach, dieser Ort tut mir nicht gut und wir müssen, wir müssen gehen, damit wir unseren Frieden oder unsere Ruhe wirklich auch finden, da finde ich, das passt mehr zu dieses, zu diesem Szenario zu sagen, wir fliehen. Wie gesagt, mit dem Suizid, ich würde auch eher sagen, dass die Folge an sich das so geriert hat und nicht unbedingt der Plot. Also, es war eher die Inszenierung. Ja, vielleicht nicht nur die Inszenierung, aber ich glaub, wir kommen jetzt auch mal weg von diesem Suizidthema, weil man merkt ja auf jeden Fall, sie, äh, der liegt ja schon was an Helena, ne, das hat man ja schon in der zweiten Folge gehört, als Jaehaerys da tot war, hat sie ja gar nicht mal so sehr den Tod von dem betrauert, sondern eigentlich eher gesagt, oh Gott, was haben die da meiner Tochter angetan, ne, und, äh, die fürchtet ja auch wirklich so ein bisschen um deren Geisteszustand, so ein klein wenig, ne, also, das sind, das sind auch Verweise auf die Vorlage, weil da verliert Helena tatsächlich wirklich so nach und nach den Verstand, äh, über dem, äh, Tod ihres, ihres Jungen, aber da ist das auch noch mal sehr viel heftiger und das werden wir, also, so Blut und Käse werden wir noch mal ordentlich beleuchten im Staffel-Recap nächste Woche, freut euch drauf, oder, äh, Ende, Ende, äh, dieser Woche, wenn ihr das hört, also, Freitag wird das wahrscheinlich erscheinen. Ja, gerade als sie das erwägen, werden sie je unterbrochen, denn, äh, es klopft, der Rickard kommt rein, wo ich übrigens auch anmerken muss, äh, ich hab's ja nur mal nachgesehen, weil, äh, du hattest ja unser Recap gehört und da hatte ich ja gemeint, äh, den hab ich gefühlt noch nie gesehen, aber der hatte anscheinend einfach noch nie eine Sprechrolle, weil der ist tatsächlich schon, äh, in einigen Folgen doch zu sehen gewesen. Hm. Äh, nur fand ich das halt so ein bisschen, also, ich hätt's, glaub ich, besser gefunden, wenn er halt schon wirklich so als Anlauf- und Vertrauensperson für Alicent etabliert worden wäre in der letzten Episode. Na, also, ihr Verhältnis zu Skoll war ja schon ein bisschen, bisschen enger dahingehend auf jeden Fall oder auch längerfristiger. Ja. Aber der Prinzregent trifft ein und der hat Helena anscheinend auch schon gesucht, beachtet Alicent kaum, ihn interessiert es dann auch nicht, dass Helena eigentlich dann gerade zu Bett wollte, weil er meinte, die Krone braucht dich. Ja, und da trifft es ein, was Corlys vorhergesagt hat, dass Aemon versucht, Helena dazu zu bringen, mit ihrem Drachen mit in den Krieg zu ziehen. Und sie ist davon nicht so wirklich begeistert. Was mir, was mir übrigens im Dialog auffällt, äh, auf beiden Seiten, dass die wirklich immer sehr klare Worte wählen für den Feind. Also, während bei Rhaenyra ständig von Usurpatoren die Rede ist, also Thronräubern, spricht Aemon hier von der, äh, also im Englischen, äh, Pretendent, ne? Also, Prätendentin, also von wegen, die, die, die schützt nur vor, dass sie Anrecht auf den Thron hätte, ne? Ja, also das ist im Grunde auch wieder Framing, wenn du's so willst. Die, die hämmern das so wirklich in die Köpfe und in den Sprachgebrauch rein. Ja, Rhaenyra hat neue Drachenreiter und, äh, er meint jetzt, sie müssen, sie müssen es ihnen gleich tun. Helena soll, äh, auf, äh, Traumfeuer kämpfen. Aemon ist es dann auch egal, dass sie nicht kämpfen will, weil hier muss jetzt das getan werden, was nötig ist, um die Krone und den Thron zu schützen. Und Helena weigert sich dann aber auch wirklich schon, Leute zu verbrennen und, oder zu töten. Ja, das widerspricht ihrer Natur. Absolut, das merkt man ja auch. Und, äh, Aemon ist dann das aber völlig egal, meint dann, ja, das ist keine Frage oder keine Bitte und will sie dann zwingen, indem er sie mit sich zieht. Also, äh, der fährt hier dann auch wirklich richtig aus der Haut. Ich meine, der ist ja sonst immer sehr, sehr beherrscht und hat nahezu auch kein Minenspiel oder sehr geringes. Aber der ist hier richtig unter, äh, äh, Feuer eigentlich so ein bisschen, ne? Also, schimpft dann auch wirklich darüber. Eins wurmt ihn nämlich noch viel mehr. Das ist ein Frevel für ihr Geburtsrecht und das ganze Haus, dass da einfache Leute jetzt auf Drachen reiten und die müssen bestraft werden und Rhaenyra natürlich auch, ne? Ja, und letzten Endes ist das eigentlich ein ähnliches Motiv wie bei Jace, ne? Wie Jace, genau, ja. Also, das wird da schon... Es ist das Gleiche, es ist das Absolut, es ist das Gleiche. Er drückt's anders da aus, bloß schmeißt das halt hier Helena entgegen in der Hoffnung, dass sie es vielleicht genauso sieht, aber da hat er halt wenig, wenig Anlauffläche. Das juckt die nicht wirklich. Es entsteht da ein kleines Handgemenge, äh, wo Alicent dann eben dazwischen geht. Also, wirklich so wie bei so streitenden Kindern eigentlich. Und dann auch meint ja, also, das kannst du nicht machen. Helena ist die Königin. Und Eamon geht dann aber plötzlich doch auf sie ein und meint ja, äh, du warst ja auch mal Königin. Und dass wir jetzt hier alle gefährdeter denn je sind, das haben wir letzten Endes deiner Schwäche zu verhalten. Und sie kontert dann darauf, hast du wegen mir, äh, hier Scharfspitze abgefackelt? Oder war das bloß aus blanker Wut, weil du dich nicht beherrschen kannst? Helena kann sich dann so, so losreißen und Alicent, äh, macht dann ihrem Sohn halt wirklich eine, eine klare, also da, da ist halt auch so, wie, wie der die behandelt. Ich meine, das ist immer noch seine Mutter, ne? Aber die scheint wirklich völlig unten durch bei ihm zu sein mittlerweile oder ihm einfach völlig egal zu sein. Ja, ich glaube, egal und vielleicht nicht, aber für die Situation ist er einfach zu, vielleicht zu pragmatisch, ich weiß es nicht. Es ist ja auch so, dass sie ihm dann, wie du ja schon angedeutet hast, wirklich eine Komplettansage macht und sagt, was hier läuft, ist, das geht komplett außer Kontrolle. Mhm. Und das Einzige, was er bringt, ist Leid und Verderben. Nur, nur weil er sich gedemütigt führt und sich wieder mächtig fühlen möchte, ne? Ja, ja. Also sie macht ihm eigentlich klar, was für eine Art Typus er ist und, dass sie das alles halt nimmer so doll findet. Und dass sie sich, äh, auch wirklich dann schützend vor, äh, Helena stellt. Dann auch wieder mit Verweis aufs Buch. Was wird aus ihr, wenn sie den Verstand verliert? Also Alicent kommt ja wirklich so an von mit, sie, sie, sie ist die Sanfteste von uns allen und sie, sie verdient Schutz. Und das, Eamon, äh, meint dann auch so zu seiner Mutter, also nicht nur, nicht nur der Thron wird hier bedroht, sondern auch unser Leben. Und willst du, willst du denn nicht obsiegen? Und Alicent macht ihm dann wirklich so, also auch wirklich so wie so eine Mutter, nicht auf die Art und Weise. Und dann mit so einem Nachdruck, dass Eamon dann doch rausgeht, tatsächlich. Ja, wobei ich mich tatsächlich frag, bei dieser Charakterentwicklung von Alicent, ist es jetzt wirklich nur wegen dem Bart im See einander, also wieder zu sich zu finden? Oder ist es einfach, weil sie merkt, okay, ähm, jetzt sind wir im Hintertreffen und jetzt haben die mehr Drachen? Weil das wieder, also dieser, diese Entwicklung widerspricht ja dem kompletten Bild von der Septe, was wir in Folge, na, drei, drei hatten, ja. Und, und klar, ne, das Thema kommt ja später auch nochmal, aber da dachte ich auch, ja, ich weiß nicht, also irgendwie, hm, das wird mir zu wenig erklärt. Also warum jetzt gerade wieder so dieser 180-Grad-Turn drin ist, weiß ich nicht. Äh, naja, also du musst mal bedenken, was zwischen der Begegnung mit Rhaenyra in der Septe und dem hier jetzt alles passiert ist. Äh, vor allem, äh, Aegon, der komplett im Arsch ist und wo sich Alicent natürlich auch die Schuld dran gibt mit irgendwo, ne? Ja, ja. Und dann natürlich auch noch ihre Schuldgefühle in Hinblick darauf, dass sie jetzt so langsam peilt, oh scheiße, letzten Endes, äh, also, das, das gesteht sie sich ja dann auch gegenüber Rhaenyra hier am Ende. Und da ein bei der Begegnung dann wieder, dass sie doch anscheinend einsieht, dass sie sich geirrt hat, was, äh, Viserys letzten Willen anging, ne? Und wenn du das jetzt so alles zusammennimmst, auch dass Aemond sie aus dem Rad verstoßen hat, sie, äh, sich einfach auch nicht mehr gebraucht fühlt und auch machtloser denn je. Äh, äh, für mich ist eigentlich so alles kulminiert in dieser Badeszene und jetzt ist so der Turn da. Beziehungsweise jetzt, jetzt schaltet so langsam die Vernunft bei ihr ein. Ich weiß nicht. Ne, es ist, mir ist es einfach zu, ja, doch irgendwo auch zu schnell und ich muss auch tatsächlich wirklich sagen, ähm, ja, auch irgendwie ein bisschen zu billig. Also, klar, mit dem Sohnemann ist in Ordnung, aber du siehst ja halt auch nicht wirklich eine große, große Zusammengehörigkeit, also, dass sie ihn mal dauerhaft besucht oder sonst, mein klar, sie sitzt alles mal da und ansonsten ist sie weg. Aber ich nehm ihr diesen Turn natürlich ab. Da ist ja, da ist ja nicht nur, also, Aegon ist ja nur ein, äh, ein Aspekt davon. Da ist ja, da ist ja noch so viel mehr, auch, dass sie eben auch ihre Tochter beschützen will. Ja. Das, also, für mich, für mich ist das schon stimmig und, äh, wie gesagt, es ist wirklich einiges passiert zwischen der Septe und dieser Szene jetzt hier. Einiges. Auch mit Kristen Cole hat sie, hat sie nichts mehr wirklich zu tun. Da hat sie sich ja auch völlig von empfremdet, da hat sie also auch keinen Halt mehr. Letzten Endes will die eigentlich auch, äh, äh, ab einem, weiß ich nicht, also, mittlerweile hab ich den Eindruck, dass die auch des Herrschens irgendwie überdrüssig ist, eventuell. Ja gut, sie hat ja nichts mehr, das ist, das stimmt schon, aber, ja. Ja. Ja, ne, mach, mach mal weiter, mach mal weiter. Ja, Eamon geht und, äh, Alison dann aber auch, beziehungsweise, die geht zu Mr. Orwell. Das ist auch nur eine relativ kurze Szene, aber ich fand das richtig super, dass man sieht, dass Orwell da auch mal irgendwie Sachen macht in seinem Gemach. Also, dass er da irgendwie irgendwas abwiegt oder so, ne. Also, halt wieder, wieder schöne, äh, Interaktion einfach auch, äh, um, um so einen Alltag zu zeigen. Mhm. Aber, äh, sie, äh, kommt jetzt nicht, ähm, um Orwell irgendwas abwiegen zu lassen, sondern sie bittet ihn um seine Verschwiegenheit, denn sie möchte ein Schiff chartern, sozusagen. Wohin, sagt sie gar nicht, aber, äh, das soll im Geheimen passieren. Hast du da kommen sehen, was sie im Sinn hat? Ja, klar. Also, mir war das, was dann halt nach diesem Gespräch da kommt, dachte ich mir, alles klar, okay, gut, jetzt, jetzt, die macht, die, die macht Nägel mit Köpfen. Mhm. Und will weg. Ja, gut, es ist die Frage, wohin? Also, also, hier hätte man ja eher denken können, dass sie jetzt ein Schiff für sich und Helena haben will. Aber das ist ja nicht der Fall, wie wir ja wissen. Hm, sie will fliehen. Nee, sie will nicht fliehen, sie will ja zu Rhaenyra. Und es bei der nochmal fliehen. Ach so, ah, ja, okay, verdammt, nee, da hab ich mal was, da, da, oh, da, da hab ich mal aber was Falsches aufgeschrieben. Okay. Nee, dann, ähm, dann nicht. Wir, äh, kommen dann nämlich von Alicent zu Alicents ehemaligem Loverboy, Kristen Cole. Ja, er lebt noch. Ähm, und ich weiß auch nicht, also, ich hätte ihn nicht unbedingt in dieser Folge gebraucht, aber das war keine schlechte Szene. Das war so mit einer der besseren Co-Szenen, würde ich sagen. Ja, auch hier ist es wieder, also, klar mag ich ihn auch nicht, aber auch da war es so, dass er sehr verletzlich war, sehr kriegsfähig. Nichts müde. Es kommt ja dann auch, äh, zu einer kleineren Konfrontation, in dem Sir Gavin eigentlich mal auch sagt, was Sache ist. Mhm. Heißt das. Seine Schwester begattet. Genau, mit der Ex-Königin da hier, ähm, knick-knack macht. Oder Chaka-Chaka oder Bunga-Bunga, egal. Ähm, und, äh, hebt ihm auch so ein bisschen so's Schwert entgegen. Aber Cole ist wirklich, also, ist wirklich desfertig. Und er geht zwar drauf ein, aber ohne jetzt irgendwie auf Konfrontation aus zu sein. Ich glaub, es wär ihm, glaub ich, tatsächlich auch echt alles egal gewesen. Also, die sind ja, wir müssen das vielleicht noch kurz etablieren, die sind ja bekanntlich beide nach Harrenhall geschickt worden mit dem Heer von Aemond. Also, sind jetzt auf dem Weg in die Flusslande. Und, äh, als dann Gavin ihn da, äh, zur Rede stellt. Also, vorher wird Cole da halt gezeigt, wie er irgendwie, also, er hat ja, glaub ich, als Gunst von Alicent, hat er, glaub ich, ein Taschentuch von ihr bekommen. Wo, glaub ich, auch ihre Initial hier drauf zu sehen ist. Und daran riecht er. Und daran erkennt dann Gavin, glaub ich, endgültig, was los ist. Wobei, man merkt in dieser Szene, dass er schon eine Weile weiß, was da Sache ist. Und er sagt es dann aber auch so, also, er sagt es nicht so im Vertrauen zu Cole, sondern so, dass alle im Hintergrund es auch mitkriegen. Also, da sind mehrere Soldaten, die hören da ganz genau zu, was er gesagt hat. Und Gavin droht ihm dann auch wirklich damit, ihn zur Mauer zu schicken. Womit dann Cole, also, du hast schon recht, der ist so wirklich völlig abgeklärt. Und, äh, also, ich meine, Fabian Franke ist jetzt eh nicht gerade so das, das Emotion-Paket, sag ich mal. Aber so dieses Klein, oder nicht, 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 nicht Kleinlaute, sondern der ist ja wirklich so, ja, eigentlich schon melancholisch. Ja. Ne, mittlerweile geworden. Also, der ist, der ist wirklich gezeichnet. Und entgegnet dann Gavin, ja, äh, wenn ihr das macht mit der Mauer, ja, könntet das halt machen. Aber der Name Hightower wäre dadurch eine ganze Generation lang beschmutzt, wenn halt rauskommt, dass, äh, die Mutter des Königs mit der Hand des Königs Katsching gemacht hat, ne? Und, äh, ich glaube auch, dass Cole durchaus bewusst ist, wenn er so die Entwicklungen auch, was so im, in, äh, King's Landing passiert mitkriegt, dass das alles nicht unter einem wirklich guten Stern steht. Und dass es für ihn halt auch nimmer so in gehobener Position weitergeht, wie er es gern hätte, ne? Ja. Also, Gavin spricht ihn dann ja auch an mit Lord Kommandant. Mhm. Und vorher war er ja die Hand, ne? Das ist er ja jetzt nicht mehr. Ich mein, äh, er steht natürlich immer noch über Gavin, aber, ja, für, für Gavin ist ja vor allem auch nicht Alicent einfach nur, äh, die Königin, sondern es ist seine Schwester. Ja. Dann stellt sich raus, dass Cole aber doch, also, klar, er war irgendwie so ein bisschen ihr, ihr kleiner Fuckboy, aber, äh, dem scheint doch mehr an der zu liegen. Also, er hat durchaus auch Respekt vor ihr. Er meint dann ja auch, die hat mir zweimal das Leben gerettet. Einmal vor dem Henker und einmal vor mir selbst. Mhm. Und da haben wir dann jetzt endgültig die Bestätigung, ich weiß nicht, ob das in Staffel 1 durchkam, aber er rastet da ja erst, äh, auf der Hochzeit aus, dann haut er ab, will sich so, äh, 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 in bester, äh, Tradition von, äh, äh, den beiden, äh, Kagel-Brüdern selber richten. Alicent hält ihn dann davon ab und hat ihn dann im Nachhinein wahrscheinlich auch noch begnadigt, denke ich mal, ne? Ja. Ihm ist endlich mal, glaube ich, bewusst geworden, was sie so für ihn getan hat. Und ich, ja. Vielleicht wird's ihm halt auch bewusst, wie er sie behandelt hat und was er, äh, für sie eigentlich nicht getan hat. Und er glaubt auch an sie. Ja. Er glaubt auch an sie und er kriegt auch Gavin, glaube ich, äh, beruhigt mit einer Aussage, wo er sagt, äh, seitdem sie das für mich getan hat, ist sie mein Leuchtfeuer. Und das sagt er wahrscheinlich auch nicht ohne Hintergedanken, weil das ist ja ein starkes Motiv im Hinblick auf die Familie, auf, äh, auf, äh, Haus Hightower, ne? Also, Gavin ist ja bekanntlich auch einer. Und lässt sich dann davon so ein bisschen beschwichtigen, lässt dann das Schwert singen und dreht sich so halb weg und Co. sagt dann, ja, also, ihr mögt mich verurteilen, aber glaubt jetzt nicht, dass ich, dass ich keine Scham empfinden würde. Und unterm Strich, das Verlangen nach den und den Frauen hat mir eigentlich immer nur Kummer eingebrockt. Und da muss man ja sagen, da hat er ja recht mit, ne? Naja, vielleicht sollte er dann auch mal seinen Lümmel in der Hose lassen. Ja, was dann ja Gavin auch von ihm verlangt und meint ja, eure Männer kriegen das doch auch hin und Cole ist dann so Ja, ist das wirklich so? Also es ist zwar da nicht lustig aber das ist halt so ein Moment wie bei Aegon so zu seiner Leibgarde in einer Folge Ja, ihr lebt doch alle im Zölibat Ja, 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 sicher, genau Wie sie sich da noch kaputt lachen Genau, genau Oh Gott, ah ja, klar, natürlich Das war super, ja Cole hat eine sehr viel pessimistischere Sicht inzwischen, weil er meint Ja, es könnte schon sein, aber vielleicht sind auch alle Männer irgendwie korrupt und verdorben und er glaubt auch nicht mehr und das fand ich auch einen interessanten Satz Er sagt nämlich von wegen Vielleicht ist wahre Ehre ein Nebel der des Nachts kommt und sich morgens auflöst und das ist was sehr, sehr ähnliches was Alicent mal zu ihm gesagt hat Also auch noch in der Szene bevor es so einen gewissen Bruch zwischen beiden gab in der fünften Folge, glaube ich Er sagte so was ähnliches zu ihm und Gavin ist dann doch auch so ein bisschen verwundert wie trübsinnig der eigentlich geworden ist Cole meint dann auch ihm gegenüber so Ja, also mittlerweile lebe ich eigentlich nach keiner keine Philosophie nimmt dann so sein Schwert und meint ja früher war das hier meine Philosophie also nach dem Motto Ich beschütze die, die rechtschaffend sind alle anderen werden bestraft und Friede, Freude, Eierkuchen Aber das hat sich mittlerweile aufgebrochen weil er ja eben einfach wirklich gezeichnet ist Also er ist nicht nur einfach von Rooks Rest an sich gezeichnet sondern auch von dem, was er da gesehen hat was Aemond im Begriff war zu tun mit seinem Bruder Ja, ich denke so das hat sein ganzes Bild komplett erschüttert und ja, ihm wird klar dass das halt hier kein gutes Ende nimmt Er hat ja in der fünften Folge auch wieder in derselben Szene mit Alicent hat er ja schon gemeint wir haben den Krieg jetzt praktisch den Drachen überantwortet Und hier sagt er auch einen tollen Satz von wegen wenn die Drachen tanzen dann sind die Menschen bloß noch Staub unter ihren Füßen Ja Und das ist ja auch im Prinzip das was so auch visuell eingefangen wurde in der vierten Folge wenn da wirklich Vaga ins Bild stapft so groß ist, dass sie gar nicht mehr wirklich in den Frame passt und die Leute wahlweise um ihr Leben rennen oder zur Asche zerfallen Und er meint dann von wegen ja, unsere ganze Altelkeit unser ganzes Streben nach Ruhm und Ehre das ist nichts mehr wert und letzten Endes marschieren wir hier auf unsere eigene Vernichtung zu und der Tod wäre dann eigentlich nur eine Erlösung wo ich mir echt so dachte also ich meine, ich kann den Typen ja wirklich nicht leiden aber zum einen hatte ich hier Mitleid mit ihm und zum anderen fragte ich mich sag mal mutierst du jetzt hier zum Emo-Cole oder was ist los also der ich hab wirklich gewartet bis der noch sein Schwert rausholt und sich ritzt er holt auch sein Schwert raus und fängt wieder an es abzuschrubben also ähnlich wie in der einen Folge diesmal halt ohne Zitrone aber da dachte ich mir auch so also zum einen ist es wieder so von wegen er muss irgendwas zu tun haben damit er mit diesen Gedanken überhaupt klarkommt und zum anderen aber vielleicht auch so ein bisschen ja weiß ich nicht das Schwertpolieren ist ja irgendwie auch so ein bisschen Reinheit ne? sag ich mal ja es ist wahrscheinlich seine Art von Ablenkung dann wo er sagt okay ich putze es jetzt wie nicht so lang dran rum bis es wieder glänzt das ist das einzige was noch zu mir hält und woran ich mich auch festhalten kann weil alles andere kann ich nicht kontrollieren bedeutet nichts mehr und ich bin auch nicht so wichtig wie ich es gedacht habe der ist wirklich der ist komplett gebrochen würde ich sagen ja also das ist wirklich das ist posttraumatisches Stresssyndrom at its best und wie gesagt ich kann den Typen wirklich überhaupt nicht ausstehen also auch die Regisseurin hier Jita Patel die hat auch mal gesagt die hat ihn gehasst in der ersten Staffel aber trotzdem kann man dem ja schon irgendwie auch eine menschliche Dimension geben und ich muss auch sagen Fabian Franke bringt das vielleicht ist das jetzt auch hier halt prädestiniert weil er ist jetzt eben nicht der ausdrucksstärkste Schauspieler und das braucht er dann hierfür auch nicht aber ich finde der hat es gut gemacht also ja hat er gut gemacht finde auch also die Darstellung seines also wie er Cole darstellt das und der wird ja wirklich gehasst ohne Ende also ist es ja eigentlich ein Prädikat für den Schauspieler dass der das so rüberbringt dass die Leute da so drauf anspringen und ich fand die Szene hat er wirklich gemacht und da tat er mir auch wirklich leid also dieses wie er dann an diesem auf diesem Baumstamm da sitzt und der eigentlich ist alles scheiße und irgendwie kacke und das ja nee hat er super gemacht das ist schon krass wie der gebrochen ist ne wenn du mal überlegst wie der am Anfang der Staffel drauf war und auch die Hand und ne auch wie er hier von wegen Alice sind ich bin jetzt der geilste Macker und so ne aber da ist ja wirklich gar nichts mehr von übrig ne da merkt man eben schon wie ja wie der Krieg und diese Erlebnisse wie das Menschen verändern kann aber wir gehen mal weiter denn jemand anders wird hier noch verändert nämlich Tilland zu dem wir wieder zurückspringen auf Essos der wird ordentlich mit Schlamm bespritzt beziehungsweise in den Schlamm gestoßen eben von äh Sarako äh Loha wie sie voll heißt und ja es gibt hier ordentlich Schlamm catchen äh einige stehen drumherum johlen rum und äh sie dominiert ihn aber doch relativ ne ja also er 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 kriegt ordentlich drauf mhm aber dann glaube ich ist es irgendwann so dass er nach nach keine Ahnung den 25. Schlägen die er kassiert ja dann irgendwann sagt ist mir jetzt egal ob du also ich hatte so das Gefühl der hält sich zurück weil das eine Frau ja ja das auf jeden Fall und natürlich weil er halt äh weil er halt Mr. Lauch himself ist ja da muss man einfach sei ist es auch wenn ich ihn mag irgendwann wehrt er sich dann doch und äh sie ist sehr überrascht mhm weil er dann doch kein so leichtes Opfer ist ja er wächst dann kurz über sich hinaus und äh mhm also sie sie will ihn eigentlich schon sie hat ihn einmal so am Schlawittchen und will ihn eigentlich schon so in den Schlamm drücken und dann gelingt es ihm sie zu überwältigen und dann auch äh niederzuschlagen bis sie dann auch wirklich selber Blut spuckt ist dann aber doch relativ beeindruckt von ihm und er meint dann so von wegen ja ist mir alles scheißegal Hauptsache ihr bezeugt jetzt dass ich mich als würdig erwiesen hab und und äh dann auch bitte eure bescheuerten Captains äh und sie dann so ja ich zieh's ich zieh's in Erwägung steht so auf äh hilft ihm dann auch glaube ich auf so ist es nicht also ich dachte vielleicht äh haut sie ihn nochmal in den Schlamm aber meint er so von wegen ja ich überleg's mir nach dem Abendessen und dann fand ich schon ganz drollig wo sie ihn da nochmal so kulturell aufs Glatteis führt ja habt ihr habt ihr eigentlich schon mal eure äh feinde geschlachtet und danach verspeist na also sind das jetzt hier Kannibalen da hatte ich mich tatsächlich echt drauf gefreut ich dachte juhu Kannibalen ja und als sie dann und natürlich klar als sie dann nachdem sie mich um Mr. Krabs genommen haben hab dachte ich endlich mal Menschenfresser jetzt geht's jetzt geht's wieder gut äh gut zur Sache aber ja er ist da wirklich äh äh ne oh Gott ne und äh mach mal nett und ja und wie du schon gesagt hast sie hat ihn natürlich nur also sie hat ihn was ist natürlich sie hat ihn verarscht und und äh er tritt da quasi ins nächste ins nächste Fettnäpfchen rein äh erst erst tut die so von wegen ja ihr schlagt hier meine Gastfreundschaft aus und auch drumherum wirken alle erst so missverstimmend und dann ist das halt einfach nur ein Scherz und äh ich muss auch sagen je länger ich darüber nachdenke also ich hätte mich nicht gewundert wenn die dann in der nächsten Szene Affenhirn auf Eis äh serviert hätten weil irgendwie hat das was von Indianer Chance ja ja schon also naja gut sie hätten sich den Affen am Anfang voll geschnappen können aber da rennt ja bestimmt noch mehr ja ne aber ja war auch toll war auch ja hat mir auch Spaß gemacht an sich eine Szene die hätte auch so aus Vikings ja so sein können die sind schon vom Outfit her ähnlich aber sie ist halt wieder so sie leidet ach es tut mir leid also dieser ganze chillend Handlungsstrang ich weiß einfach nicht der ist ist für sich genommen amüsant auch die Szene hier fand ich nicht schlecht und diese Abigail Faun die hat auch durchaus ne gewisse Ausstrahlung aber what's the point of it also wofür ja ich weiß wir wiederholen uns hier also es kommt ja nochmal was aber vorher wechseln wir zu jemandem der ähnlich trübsinnig ist wie Kristen Cole nämlich auf Dragonstone Jace der da so Depri rumsitzt und ja so schmollend in einem in einem Buch blättert und so eigentlich so tut als würde er lesen und das fällt dann natürlich auch seiner verlobten Bela auf die dann zu ihm kommt und ihn dann ermahnt von wegen ja Prinzen schmoll nicht rum und die Königin wartet auf ihn also kann man davon ausgehen das ist wahrscheinlich wieder Essen so wie in der zweiten Folge die ja auch Sarah Hess geschrieben hat stimmt sie spürt dann aber trotzdem dass das mit ihm was nicht stimmt und er meint dann so ja bist du bist du denn nicht wütend guck dir doch mal an was sie hier machen diese diese neuen Reiter die sind eine einzige Beleidigung für uns und für für das was uns als Targaryen ausmacht ihr ist es egal was für eine Herkunft er hat oder sonst was er ist der Prinz er ist der Prinz der Rechten der Thronfolge der rechtmäßigen Königin und alles andere zählt doch nicht also sie baut ihn sie baut ihn wieder auf das ist auch eigentlich eine tolle Szene weil sie die beiden auch auf eine Weise vertraut zeigt die wir so noch nett gesehen haben ja in der zweiten Folge halt ne ja aber so innig also sie unterstützt ihn sie greift ja okay gut in der zweiten Folge hatten wir es ja stimmt schon und in der fünften auch ne ja ist ja gut ja okay ist ja in Ordnung okay dann sag ich nur was mich stört was mich da schon wieder also da wirklich auch etwas verärgert hat ist wir hatten das schon ja ja so ein bisschen ja dass er sich drüber aufregt und ah die sind nichts wert und wir sind die einzigen hatten wir schon in der Folge schon auch schon bis zum sorry dass ich da jetzt echt langsam aber wir hatten das schon ausdiskutiert ich weiß wir alle wissen dass er das nicht geil findet und daraus erwächst ja auch jetzt nichts es zeigt die Innigkeit die Vertrautheit zwischen den beiden dass sie ihn eher unterstützt und sagt hör zu wir sind nicht nur Drachen sondern wir sind wir und du wirst auch irgendwann wahrscheinlich mal König werden ja ja aber das ist auch wieder zeitverplempert ja zeitverplempert würde ich es jetzt nicht nennen also schließt schon an an die vorherige Szene und dass er sich da jetzt beruhigt hat wäre ja auch unglaubwürdig gewesen und es hat ja es hat also er will ja nicht zum Essen kommen weil diese Typen da sitzen er will sich damit nicht abgeben und vor allem wird ihm das ja auch damit ständig unter die Nase gerieben also da kann ich das schon irgendwo verstehen ähm und vor allem bricht sie ja auch so ein bisschen so sein bocksteifes Verständnis auf weil sie zu ihm sagt ja meinst du meinst du wirklich du bist der erste adelige Bastard also die die nimmt ihm auch so diese diese Illusion dass es nicht vor ihm auch schon wahrscheinlich uneheliche Thronfolger gegeben haben könnte weil ganz ehrlich man hat ja gesehen wie viel Bastarde da ankam als Runeer die hat rufen lassen das waren mehr Einwohner als von einem äh Familienhaus mehr Familienhaus ganz ehrlich also ja es waren viel ja klar und sie meint dann auch dass er sich selber klein macht indem er sich darauf reduziert also sie sie hat halt das Gefühl dass er meint nichts wert zu sein ohne ohne irgendein Statussymbol und an den klammert er sich ja so nach und nach fest also ich fand die ich fand die Szene nicht überflüssig über das Verhältnis zwischen beiden sagt sie ja auch noch mal einfach was aus und dass sie äh auch jemand ist der ihn emotional stützt tatsächlich und dass sie dass sie dann auch da zu ihm kommt weil sie eben merkt dass er äh dem Essen fern bleibt also ich fand es durchaus sinnig tatsächlich war jetzt auch nicht man weiß wie lange Szene ne ja aber wir hatten das Thema echt schon also wir hatten das Thema auch halt das war ja auch vorher schon dass der da mit äh mit Schinkenstraßen Ulf und so nicht nicht Schinkenstraßen genau äh nicht hier äh confirm geht und sagt hey okay lass uns gemeinsam einen Bierhelm leer machen hatten wir schon das war ja direkt davor das führt das ja vor ja so ja aber das war so ein Punkt wo ich mir gedacht hab grad so im ich hab wirklich tatsächlich die ganze Zeit die Laufzeit im Auge gehabt und dachte okay also präsentiert ihr mir hier noch was oder ja ja treten wir auf der Stelle und wir treten auf der Stelle es tut mir leid also zumindestens mir ging es wirklich so ja aber da also da gab es dann andere Szenen also die ganze Tilland Episode dann eher also da muss man auch sagen da sind die sicher auch uneins weil er meint dann ja ja sie hat gut reden weil äh er ist es halt wirklich oder was heißt gewohnt er ist halt damit aufgewachsen dass die Leute jahrelang jahrzehntelang hinter seinem Rücken darüber geredet hat dass er eigentlich ein unehelicher Bastard ist ne darunter leidet er natürlich auch also ich fand das ich fand das nicht unglaubwürdig ich hab auch schon gehört dass Jace manche ein bisschen nervt äh Paul ist ja er rooted ja so ein klein bisschen für Jace beziehungsweise meint der sollte mehr zu tun kriegen also ich fand das ich hätte es auch unglaubwürdig gefunden wenn jetzt dieser Groll von vorher wenn der jetzt einfach weg gewesen wäre nein mir geht es nicht ums unglaubwürdige das ist auch trotzdem eine tolle Szene und das die beiden spielen auch super zusammen aber das ist tatsächlich jetzt bin ich an einem Punkt angelangt wo es mich anfängt zu nerven ja weil es das Finale ist ja ja sie wiederholen und sie wiederholen und sie wiederholen und wenn du dir das also das Gesamte anguckst das ist mir so am Ende dachte ich okay wir sind nicht wirklich weiter dieses Mal hat es mich wirklich angefangen tatsächlich zu nerven es ist ein Megern auf hohem Niveau aber das war das ist ein Beispiel wo ich mir denke oh ernsthaft ja ich ich verstehe es ich verstehe es auch im Hinblick darauf dass es eben das ist das ist einfach kein Staffelfinale das ist das ist das große Problem dieser Folge aber da kommen wir nochmal später zu wir haben dann eine ganz ganz kurze Szene wieder von Rainer die jetzt also wieder im grünen Tal ist nachts da irgendwie äh nicht schlafen kann und friert so so an einem Stein bei der bei der Szene war ich auch erst am überlegen warum ist die jetzt überhaupt da aber so vom Schnitt her fand ich das also die Aussage dahinter Rainer erlebt jetzt hier zum ersten Mal was es heißt eigentlich gewöhnlich zu sein ne weil die ist ja vollkommen alleine du musst bedenken das sind Adelige die ist es gewohnt jede Nacht in ihrem äh Feldbett zu schlafen oder sogar Himmelbett und jetzt hat sie hier gar nichts mehr unter freiem Himmel ja ja war ja auch nur ein ganz kurzer Moment ja ja geht ja wirklich nicht lang denn wir kommen äh erneut zu äh Tilland der äh ja ein Seemannslied zum Besten geben darf beim Festessen der äh Triarchie und ich meine ich hätte da wird glaube ich sogar Tintenfisch serviert ne mhm ja und ich ich habe auf Affenhirn auf Eis gewartet ich schwöre es auch ja ja er singt ein Lied und äh das kommt auch relativ gut an also man merkt diese Loha die fliegt so langsam auf ihn ne ja ja sie ist sein Groupie genau und auch also sie sagt seinen Namen glaube ich immer noch falsch und äh er muss sie er muss sie dann äh auch verbessern aber die ist dann so ja er hat sich er hat sich bewiesen und sie wird mit Freuden mit ihnen segeln dann äh stoßen sie an äh von wegen ja hier morgen geht's in Richtung Gurgel also wir stechen dann in See und sie machen dann auch noch direkt eine Kampfansage ja hier die Seeschlange wird den Tag bereuen an dem wir uns wiedersehen ne also da merkst du auch das ist vor allem auch die Triebfeder sich an Corlys zu rächen ein ganzes Stück weit ne und äh es ist es muss sagen es ist auch eine ziemlich aufwendige Szene einfach ne da ist schon da ist schon wirklich Ausstattung Kostüme das ist schon wirklich richtig äh vom vom Feinsten hier aber zugleich ist es ja irgendwie einfach für einen Fillerplot hier kommt dann ne Tänzerin dann irgendwie an also wie man das halt so ist ja eigentlich schon irgendwie auch ein äh ein Nahost Klischee eigentlich ne Tilland äh will dann ins Bett weil er merkt oh es wird so langsam spät und sie hält ihn dann zurück äh man merkt die steht auf ihn und sagt ihm dann auch relativ unverblümt hey du siehst geil aus du bist männlich lass nackseln alter ich will ein Kind von dir und nicht nur eins da fand ich ihn wieder richtig richtig witzig weil er so ja und dann ja nein nein nicht ich aber hier meine Frauen genau genau sie hat gleich mehrere ja genau und er fragt dann auch nur wie viel ja anstatt anstatt endlich mal juhu zu schreien und zu sagen alles klar jetzt lassen wir's krachen ähm ist er schon etwas etwas besorgt dass es vielleicht doch etwas zu viel für ihn sein könnte also sie ist anscheinend überhaupt nicht an Männern interessiert sie findet ihn halt trotzdem geil irgendwie glaube ich ne oder oder wie hieß das ja oder obwohl die könnte ja auch könnte ja auch bi sein oder was ne äh ne er soll er soll ihre Frauen begatten also gleich mehrere und äh äh da war ich auch echt so ist auch wieder ein Klischee aber im Moment dachte ich wirklich die äh sagte mir jetzt ja ich hab 72 Jungfrauen oder so ja gut aber wenn sie ja sie kann ja nicht schwanger werden weil wenn sie jetzt in den Krieg ziehen wird's ja bläht stimmt hast du auch wieder recht weil wenn sie da mit einer mit einer riesen Kugel irgendwo am Deck steht ähm oder ihr halt doch was passiert ist halt ässig ne mit Kind und mit dem Leben vielleicht weiß ich ja nicht ob die überhaupt lebend zurückkommt na stimmt deswegen da dachte ich mir dann auch erstmal hör warum macht es nicht selbst dachte ich ja ja klar gut wenn die jetzt in den Krieg sind wäre es vielleicht etwas hinderlich da hab ich gar nicht so drüber nachgedacht da hast du schon recht ja ja ich glaub damit ist dieser Handlungsstrang aber auch relativ abgeschlossen ne also ich glaub dann kommt dann ist er nur noch mal kurz in der Montage am Ende die ja ziemlich toll ist aber äh dazu später mehr denn äh wir kommen äh wieder nach Dragonstone wo äh Rhaenyra jetzt äh an der Tafel sitzt mit ja Bela Jace auch noch ein paar anderen und halt den Drachenreitern äh Rhaenyra trägt die Krone und was ich auch ein bisschen also weiß ich trägt die beim Essen immer die Krone aber wir haben die glaube ich auch noch nie so beim Essen gesehen ne aber äh jemand der dann hier seine wunderbaren Manieren unter Beweis stellt ist Ulf äh denn der schreit also erstmal ist er ist das schon irgendwie auch dreist also Rhaenyra sitzt natürlich am Kopfende an der Spitze des Tisches und er sitzt ihr exakt gegenüber ne da ist das auch so von wegen er will er sieht sich eigentlich fast so auch vielleicht mit ihr auf Augenhöhe ne während die anderen so an den an den Seiten sitzen und äh Ulf schreit dann nach nach Wein und und nach nach ja ich er schreit mir nach Vögeln da dachte ich mir so sind das sind das jetzt Chicken Wings also für Ulf bestimmt ja und ich glaube der müsste auch mal dringend dringend ne Knicke äh vor die Nase bekommen haben ja ja weil auch so witzig ich es finde und es lockert ja auch ein bisschen auf aber auf der anderen Seite ist es halt überall anders hätte es eine wirklich tödliche Konsequenz sich so also wirklich wie letzte Sau zu benehmen ich meine ja der furzt jetzt nicht rum aber es geht halt einfach wirklich um die Respektlosigkeit und sie macht es ihm ja auch klar aber ich denke halt wirklich so dieser dieser Knackpunkt ist tatsächlich ey die brauchen uns das weiß das weiß er auch und das weiß er auch genau dadurch hat er Macht über sie auch ein Stück weit ne und das und deswegen glaube ich setzt er halt da nochmal ne Schippe drauf dass der ungebildet und keine Manieren hat klar ja aber der weiß doch schon wie er sich also zu benehmen hat zumindest bei königlichen äh er ruft da dann äh auch wirklich genau nach Meerente oder Gans oder Chicken Wings was auch immer als Rhaenyra sich erhebt und eigentlich einen Toast äh äh aussprechen will äh und man sieht dass auch Adam von ihm also von Ulf schon echt so genervt ist aber Lirum Larum Rhaenyra hebt ihren Becher auf die neuen Reiter die sind zwar von niederer Geburt aber sie haben etwas geschafft was sich niemand vorher erträumt hätte und darauf ist Ulf auch sichtlich stolz ne also Hugh und Adam wirken deutlich bescheidener beziehungsweise haben glaube ich vom Konzept Bescheidenheit schon mal gehört oder davon dass es eine Tugend ist und Manieren wobei beide ja aus demselben also Milieu sagen wir es jetzt mal so stammen das ist ja ein gemeines Volk und die haben wenigstens noch ein bisschen und der Blick die halt immer hinschmeißen von wegen sag mal bist du eigentlich noch ganz sauber in der Birn sind halt auch wieder sprechen halt auch echt Bände wessen Blicke dann auch Bände sprechen sind die von Jace und Bela die dann so äh auch mal kurz Blicke tauschen und er schüttelt da den Kopf und da fällt auf ich glaube die beiden sind die einzigen die nicht aufgestanden sind und auf die trinken ne also da haben die so ein so ein stilles Einverständnis dass sie sich da nicht dran beteiligen wollen okay ist mir jetzt tatsächlich ist mir nicht aufgefallen hab ich nicht drauf geachtet aber Rhaenyra ermahnt dann durchaus auch weil euch wurde jetzt eine Macht gegeben die nur wenigen zuteil wird sie erwartet aber äh dementsprechenden Umgang auch also Treue und Respekt ne und als Belohnung äh dafür wenn sie ihr treu dienen winkt ein Ritterschlag worüber Jace dann auch einigermaßen äh verstimmt ist und Ulf so also auch wieder so nach dem Motto ja geil ich werde Ritter weißt du ich hab ich hab praktisch gar nichts gemacht ich ich fress mich ja durch mir mir wird hier alles in den Schoß gelegt ne das hätte ich vielleicht das hätte ich vielleicht kurz vor bevor wir in den Krieg ziehen erwähnt und nicht Ulf jetzt nochmal direkt auf ja Jürgen Dreefs Vibes geschickt ich bin der König von Malle und der sieht sich und der wirkt und das ist das macht mir trotzdem Spaß als ich als ich sagt ja könnt ihr eventuell zum Ritter und Ulf yeah und flickt richtig aus ach Gott ich hab gut gelacht ja obwohl ich muss sagen ich finde schon unterhaltsam ich mag Ulf trotzdem irgendwie nicht also ich hab's ihm zwar in der letzten Folge gegönnt aber der ist halt der ist halt eigentlich ein Saufbold also Hugh ist Hugh ist ein Schmiedemeister und Adam ist irgendwie auch zumindest ein Arbeiter aber Ulf ich glaub dass der sich nur auf Underlords Kosten durchgesoffen hat wie wir ja auch schon nahegelegt bekamen gesehen haben also Adam sichert ihr seine Treue zu ist aber der einzige der sie wirklich My Queen nennt ne während Hugh dann eher so zurückhaltend ist ja was was sollen wir eigentlich für euch tun und Rhaenyra offenbart dann was sie sich so gedacht hat denn sie hatte ja eine ganze Zeit lang die Überzeugung ja Abschreckung Strategie der Abschreckung würde ausreichen aber Lord Corlys hat ihr ja eingeschärft ne sie muss jetzt angreifen solange sie im Vorteil sind sie gibt dann auch Lord Corlys dort recht und weist sie dann an ja hier lernt eure Drachen kennen lernt die Kommandos ihr fliegt in zwei Tagen und was sie dann für sie tun sollen damit hält sie auch nicht großartig hinterm Berg denn ja die Armeen des Feindes rücken ja vor sowohl der Lennis das als auch der Hightowers und unterbunden soll das werden indem deren Heimstätten jetzt angegriffen werden also Lennis Port und Alsace die sollen die unterwerfen und natürlich dann auch die Armeen beider Häuser Rhaenyra meint dann also ohne diese Verbündeten wird Aemond dann gar nichts mehr anderes übrig bleiben als endgültig klein beigeben zu müssen genau und ich denke da wird denen auch so einen kleinen Ticken mal bewusst dass das hier kein Spiel ist ja sondern dass es hier um Krieg geht und das hatte Jace ja auch vorher hat man ja auch schon auch gesagt hey Leute das hier ist Krieg hier werden Menschen sterben ihr werdet Menschen töten und ja da da sind sie dann alle etwas auch etwas ruhiger finde ich so wenn sie mal realisieren okay das hier ist nicht nur saufen essen und ein bisschen Drachen reiten sondern hier geht es zur Sache ja und auch Bela ist da durchaus verstimmt weil sie eben registriert ja sie soll hier unschuldige massakrieren und Hugh dann auch noch ja und wahrscheinlich auch nicht gerade wenige da merkt man auch dass es Jace also er hat erst in der Ratssitzung hatte er sie ja konfrontiert aber ich glaube er kriegt dann jetzt auch so die Verstimmtheit der neuen Drachenreiter mit und sagt dann so ja es ist es ist zwar hart aber unvermeidbar also da da hat er dann irgendwo was wo er den irgendwie einen pinnen kann mit ja und Ulf zeigt ja aber wirklich die unreifeste Reaktion von allen naja die Strategie von Rhaenyra ist ja letzten Endes sie will Aemons Willen brechen um halt diesen Krieg so schnell wie möglich zu beenden und sie meint halt von wegen ja es lässt sich nicht vermeiden und in einem endlosen Krieg der über Jahre geht da sterben noch sehr viel mehr Adam hat dann noch Bedenken wegen Varga und Rhaenyra natürlich kennt die Varga und ja ist natürlich Name ne die man schon mal so gehört hat aber sie ist ja letzten Endes auch nur ein Drache und Aemond kann ja nicht alle auf einmal bekämpfen ja und da springt dann Ulf natürlich sofort drauf an ja hier überlasst das alles mir Silberschwinge und ich wir sind die Draufgänger wir machen das ihr habt ja alle die Hosen voll wir übernehmen das schon keine Sorge Ulf regelt genau Ulf regelt ja so nach dem Motto lass das mal hier den Papa machen und oh da muss ich 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 hab hier nämlich sogar in Bezug auf Ulf hab ich hier sogar noch ein Stromberg Zitat drin aber ja egal gleich Adam ist dann aber auch so langsam echt genervt weil Ulf spricht ihn dann ja auch so an von wegen so ja du bist ja du bist ja ein Feigling und Adam meint dann ja also wir werden sehen wer sich hier als Feigling entpumpt und da hatte ich das Gefühl dass Ulf da auch weil in dem Moment ruft er nämlich noch mal mehr nach dem Essen da hatte ich auch den Eindruck dass er da kaschieren will dass er eigentlich eventuell am meisten Angst hat von allen ne ja natürlich also er lässt ja seine große Klappe gerne spazieren gehen ja und ich glaube auch dass der dass der wirklich kneift und ich denke halt auch dass es ja ihm auch nicht bewusst also vielleicht wird es ihm bewusst wenn er tatsächlich mal nicht auf dem Drachen hier seinen Jungs in der Schenke zuwinken darf sondern tatsächlich einfach in den Krieg zieht ne das ist das macht schon glaube ich ziemlich viel aus Rhaenyra ist dann so langsam auch die ist zwar man muss sagen die ist ja doch sehr freundlich die ermahnt ein Ritter und insbesondere in Anwesenheit seiner Königin der benimmt der benimmt sich der benimmt sich würdevoll und Ulf kontert das damit dann so wenn das so ist dann schlag mich jetzt aber mal am besten möglichst schnell mal zum Ritter Ulf will alles da fand ich dann auch Jays Reaktion richtig geil wie er sagt von wegen ihr vergesst euch macht so eine Pause beugt sich vor und sagt so Freund ne also drückt sich drückt sich das so raus und Ulf merkt dann so dass er jetzt dann doch ein bisschen weit gegangen ist und ich hab hier wirklich in meinen Notizen stehen und ich muss sagen das fand ich auch eines der besten Zitate der Folge wo er da sagt ich hab's jetzt paraphrasiert von Stromberg Humor ist hier aber auch ein ganz dürres Pflänzchen ne ja das stimmt also ja für Ulf ist alles easy ja aber gibt da auch nur vor ne es ist so ein so ein Prahlhans wirklich schon aber bevor Rhaenyra darauf anspringen kann kommt äh Meester Geradis zu ihr mit einer Nachricht und zwar nicht irgendwo her sondern aus Harrenhall da hakt sie dann direkt nach also die steht auf geht so ein bisschen abseits mit dem und will dann wissen ob die von Daemon kommt aber nein sie kommt von Sir Simon Strong dem Kastellan von Harrenhall den wir ja kennen und den du ja nicht magst irgendwie und von dem heißt es jetzt Daemon hat seine eigene Armee aufgestellt und alles schön und gut aber Sir Simon fürchtet Verrat Rhaenyra will das dann überhaupt nicht dulden und ergreift sofort Maßnahmen und nimmt ja den Drachenreiter mit mit dem sie anscheinend so am meisten anfangen kann den hat sie ja schließlich auch am Anfang kennengelernt und ist auch schon mit ihm geflogen nämlich Adam der soll mitkommen nach Harrenhall ich denke das ist halt auch wo sie glaubt dass sie ihm eher vertrauen kann oder zumindest charakterlich sagt der ist da der ist da eher auf ihrer Wellenlänge weil halt weil halt auch Corlys klar in die Hand ist und sie halt denkt durch diese Familienbande hat sie halt mehr Bezug wäre halt auch witzig gewesen wenn sie Ulf mitgenommen hätte weil Ulf und Ulf und Demen das wird noch spaßig glaube ich ja und deshalb finde ich diese Vorgehensweise von ihr in der siebten Folge da dass sie da Ulf so als Lockdrachen benutzt finde ich sogar noch dümmer oder oder war das doch nicht beabsichtigt keine Ahnung ich glaub's nicht also ich ich hab's auch nicht so interpretiert tatsächlich ich hab's dem nachgelesen und dachte irgendwie ich weiß nicht also mir kam das nicht so rüber mir kam das eher so vor als ob Ulf halt den Drachen null unter Kontrolle hat und halt einfach einen Party-Ausritt gemacht hat also der Drache mit ihm nicht eher mit dem Drachen und ja dass sie dann halt einfach einmal drüber sind und dann zurück mir kam das nicht als Lock kam das überhaupt nicht so vor das hatte ich auch erst gedacht aber es war ja eindeutig eine Falle die Rhaenyra da Aemon stellen wollte sonst hätte sie ja da nicht direkt auf dem Berghang gestanden ja das stimmt ja das also das ach das wird im Nachhinein leider noch holpriger aber apropos holprig wir landen nämlich jetzt in Harren Hall wo Daemon mal wieder in seinem Bett liegt aber auch nicht wirklich schläft ne ne er hat's aber auch nicht gelernt ja wie wird's so schlafen wenn ständig Alice River an deinem Rockzipfel hängt ja das stimmt denn die sitzt an seinem Bett und er fragt dann so ja schlaft ihr eigentlich nie Hexe darauf reagiert sie dann aber gar nicht wirklich sondern sagt sie will sie will in den Götterhain ja und er kommt natürlich mit tja und dann ist es mal wieder Zeit für Schwurbelei mit Alice und Daemon beziehungsweise ja gut Alice war ja bisher nicht so Teil dieser Szene eher nur Daemon aber es war ja wahrscheinlich immer in Verbindung mit Alice Rivers konnte man zumindest also man weiß ja immer noch nicht ob die dahinter seinen ganzen Visionen steckt oder ob das auch der Ort an sich ist gehen beide zum Wehrholzbaum also mitten in der Nacht das ist schon fand ich sehr stimmungsvoll tatsächlich und ich muss sagen ich weiß nicht ob wir das beide schon mal erwähnt hatten aber viele haben ja die Theorie dass sie eventuell Melisandre sein könnte ja hab ich auch gelesen aus Game of Thrones und ich meine auch in der Musik so leichte Anklänge von diesem Lord of Light Thema gehört zu haben mit dem sie ja verknüpft ist in der Mutterserie da ich da soundtechnisch nicht so bewandert bin weil du hast ja schon mal gesagt glaube ich bei letzten oder vorletzten dass da auch irgendwelche Themen vermischt wurden oder zumindest mal Anklänge gefunden haben kann ich ja nicht sagen aber ich soweit ich gelesen hab würde das ganze wohl nicht zeitlich passen dass sie Melisandre ist ich weiß es nicht ich finde auch ich weiß nicht ob man da jetzt zwingend oder ob man da jetzt eine Verbindung rauskristallisieren muss ja ja also soweit ich ja gelesen hab ist ist ja hier die Rivers halt die die Hexe und ich ich hab keine ich weiß es nicht und Damon sieht dann aber noch was anderes etwas dem man zuerst in den Folgen gar nicht so viel Bedeutung beigemessen hatte denn ich hab's auch erst beim zweiten Mal bemerkt er sieht diesen Ziegenbock an dem Baum aber als gehörnte Gestalt wie so ein ja ich sag's mal frei heraus wie so ein Wendigo eigentlich schon und Moment hatte ich echt Vibes von der Serie Hannibal an der Stelle ach so ah wegen wo sowas auch extrem oft auftaucht mit Hirschen und ja ja ich ich hab die letztens gerewatcht großartige Serie aber das das ist mir auch erst so beim zweiten Mal aufgefallen und dann fiel mir halt auch wieder ein ja er sieht ja mehrere Male diesen Ziegenbock in in Harenhallen also einmal so völlig random in der Gegend rumstehen und dann auch nochmal in der siebten Folge als er zurück in sein Zimmer kommt und da merkt man jetzt auch also so völlig egal ist der glaube ich auch nicht ich hatte ja auch The Witch referiert also den den wunderbaren Film von Robert Eggers wo das ja so auch so ein Vorbote des Teufels oder des Bösen ist Black Phillip und so weiter ja das könnte durchaus passen gerade bei ihr ja ja ich meine wir hatten ja auch schon diese diese Eule die gilt ja auch so als Todesschwinge so ein bisschen im Mittelalter so Eulen da muss ich auch noch was verbessern das war keine Schleiereule die dazu ihr kam das war ein Waldkrauz sie geht dann so vor ihm her auf den Baum zu und sagt ihm dann ja als ihr herkam wart ihr voller Zorn und dachtet ihr könntet der Welt euren Willen aufzwingen aber mittlerweile dürftet ihr ja erkannt haben dass diese Welt sich hier nicht beherrschen lässt und dass sich Omen nur jenen offenbaren die danach Ausschau halten was ich dann sehr drollig fand also sie geht vor ihm her macht dann so eine kurze Pause und meint so von wegen hm wo bleibt denn euer Spott dass das alles nur Ammenmärchen sind und er trocken ja mittlerweile ist mir das vergangen also das hat sie ihm endgültig ausgetrieben man muss sagen der wirkt auch sehr viel gesetzt da jetzt insgesamt ne ja der wuselt auch nimmer so so rastlos durch die Gegend der denkt sich jetzt einfach ja gut hier ist es halt so was soll ich machen ich nehm's an fertig ich reg mich nimmer drüber auf genau ich hab's aufgegeben ich lass es einfach nur noch über mich ergehen genau und ja was lässt er hier über sich ergehen sie stehen nämlich beide vor diesem Wehrholzbaum der ich habe jetzt drauf geachtet also man kann's wahrscheinlich dann doch schlecht sehen aber so wenn man vielleicht ein bisschen genauer hinguckt das dürfte dieser Baum sein mit den Gesichtszügen von Josh ja ja aber ich hab's auch nicht erkannt ich muss sagen das finde ich schon eine sehr geile Idee ihn da so zu platzieren in der Serie also statt ihm jetzt einfach nur irgendein random Cameo zu geben ja Alice fordert ihn heraus und meint möchtet ihr wissen was die Vorsehung für euch bestimmt hat denn sie meint er hat ein Leben lang versucht sein Schicksal selbst zu bestimmen und sollte es jetzt ja annehmen was es noch so für ihn bereithält sozusagen dann nimmt sie seine Hand führt ihn zum Baum aber er liegt sie dann relativ selbstständig an die Rinde also sie muss ihn eigentlich nur noch führen und er macht dann was sie will auf eine gewisse Art ist der ihr schon fast ein bisschen hörig geworden habe ich den Eindruck ne ja weil ich einfach ich glaube schon dass dem auch jetzt mittlerweile endlich bewusst sein dürfte dass sie eigentlich so dieser zentrale Punkt für seine Vision ist und er nimmt das an damit verknüpft und genau und er nimmt es an und er weigert sich auch nicht mehr ja also weil sie ihm ja auch sagt ob er die Zukunft sehen will willst du wissen was geht und da habe ich noch gedacht weil er schon so ein ganz also ein bisschen zögerlich fand ich schon weil er so ah ja ich weiß nicht du hast gesagt also ich denke dass auch im Hinterkopf dann dieses dieser Spruch kommt von wegen du wirst hier sterben ja aber dann braucht sie ihn wirklich nur noch so ein klein bisschen anzutippen und er macht eigentlich das worum sie ihn also sie frägt ihn ja nur sie zwingt ihn ja nicht genau aber sie verleitet ihn schon irgendwo ja ja sie gibt ihm schon so einen kleinen Stupser wo er dann sagt oh ja gut ich gucke mir das halt mal an also er legt seine Hand an den Baum und das sind ja eben diese Wehrholzbäume deren Saft so rötlich ist und dann halt wirkt als würden die bluten also die ich muss sagen ich fand die immer sehr faszinierend in Game of Thrones in bester Bran Manier legt er dann seine Hand dort drauf und hat eine Vision ja und jetzt kommt sehr sehr viel auf einmal und sehr sehr viel Fanservice ehrlich gesagt für meinen Geschmack schon zu viel ja es war ja alles so relativ schnell hintereinander hast du hast du das so für dich alles verarbeiten können oder war das für dich wirklich nur so ein Bilderstrom ne ne ich hab ein paar Sachen hab ich durchaus erkannt also was heißt durchaus erkannt natürlich White Walker haben wir natürlich am Anfang direkt und den dreiäugigen Raben genau und den dreiäugigen Raben und dann haben wir auch Daenerys am Schluss und oh ja wir haben die Dracheneier und natürlich ist das ja natürlich ist das Fanservice aber ich hab nichts gegen Fanservice ich brauch's nicht unbedingt klar die sagen jetzt halt hier komm wir nehmen nochmal Bezug auf die Überserie ja man hätt's auch nur eigentlich aufs ich weiß es nicht ob sie nicht gedacht haben komm wir wir machen so einen gesamten Überblick weil wir nicht vielleicht von seinem Schicksal nicht zu viel verraten wollen also das was auf Game of Thrones zutrifft habe ich erkannt so zwischendrin halt Drachenkampf und viel Blut und er läuft durch einen See von Blut und ich denke so dass der wirkliche Knackpunkt ist so das letzte Bild und das ist Rhaenyra auf dem Thron ja wir haben natürlich auch vorher noch einige Andeutungen also ich hatte ja schon gesagt der dreiäugige Rabe und den sehen wir nicht nur als Raben sondern auch als Person aus Game of Thrones also als eben diesen alten Mann der im Baum praktisch festgewachsen ist und da ist auch die Verbindung dann sehr klar tatsächlich zu Alice Rivers weil in der Serie wurde das nie gesagt aber der dreiäugige Rabe ist tatsächlich Lord Brinden Rivers in den Büchern und der hat auch etliche Stände durchlaufen also der war glaube ich mal irgendwie Lord Kommandant der Nachtwache und so weiter und ist dann irgendwann zum dreiäugigen Raben geworden und ich muss sagen da war schon schöner also das war schon in der Hinsicht schöner Fanservice weil man hat ihn mal ganz kurz als jungen Mann gesehen und sogar mit einem sehr markanten Muttermal im Gesicht was wirklich genau auch so im Buch erwähnt wird dann sehen wir die weißen Wanderer und die Wiedergänger die Wanderer da muss ich sagen das sah irgendwie ein bisschen komisch aus also vielleicht auch so ein bisschen stilisiert aber das wirkte fast ein bisschen billig muss ich zugeben und dann wie du schon sagst Daemon wandert dadurch ein blutgetränktes Schlachtfeld oder er sieht dann irgendwie auch kurz den toten Drachen glaube ich von Rhaenyra also hier Syrax das deutet ja Rhaenyras Tod an wahrscheinlich dann auch und was ich dann richtig toll fand dass Daemon dann halt in so eine Pfütze tritt und dann wirklich so förmlich abtaucht also er fällt in diese Blutlache was verdammt geil gefilmt ist und versinkt dann im Wasser und das ist dann schon ja das deutet dann schon sein Schicksal an am Ende der Serie also wie er zu Tode kommen wird in der Nähe von Harrenhal und wer da wahrscheinlich auch noch bei sein wird das wird sich ja dann hier rauskristallisieren du hast ja schon gesagt also wir sehen die Dracheneier wir sehen den roten Kometen aus der zweiten Staffel von Game of Thrones also der so dieses verbindende Element war und ganz kurz oder gar nicht mal so kurz wir sehen Daenerys tatsächlich am Ende der ersten Staffel Game of Thrones wo sie da aus dem Feuer gekommen ist und die frisch geschlüpften Drachen krabbeln an ihr rum da zitiert sogar Ramin Javadi seinen alten Score aus der Szene was ich schon sehr gelungen fand also wir sehen sie zwar nackt natürlich aber wir sehen sie von hinten also es ist es ist nicht Emilia Clarke eindeutig dann kommen wir in den Thronsaal wo ich was bildsprachlich echt toll fand weil Jita Waisen Patel zeigt eigentlich erst irgendwie so ich weiß nicht ich glaube es war eine Art Drachenmaul so im Fokus und dann erst den Thron und bei diesem Drachenmaul seitlich dahinter ist eine Fackel die so genau so in der Mitte dieses dieses Schlund steckt und die immer kleiner wird durch die Kamerabewegung und da dachte ich mir so ja das ist eigentlich die schwindende Macht und der Fall von Haus Targaryen der da irgendwie so angedeutet wird also von wegen die Drachen schwinden ihr Feuer erlischt so ein bisschen das fand ich bildsprachlich sehr stark ich bin da auch beim ersten Mal nicht so drauf schlau geworden und ich also bei solchen Kameraeinstellungen frage ich mich immer warum machen die das so und dann musste man ein bisschen länger darüber nachdenken tatsächlich aber das ist dir nicht so aufgefallen glaube ich ne ja ich habe es nur einmal gesehen also ich konnte leider nicht Stück für Stück es ist viel es geht schnell ich denke das Wichtigste habe ich und das mit der Fackel ist mir aber auch aufgefallen dann sieht Daemon eben Rhaenyra auf dem Thron das Ganze ist auch noch traumwandlerischer inszeniert als ohnehin schon also vor allem das Fackelfeuer sieht sehr komisch aus in der Szene das ist ja wirklich schon so so richtig über oder außerweltlich überstilisiert und dann hört Daemon also als er dann da irgendwie vor Rhaenyra steht hört er eine Stimme die ihm sagt es ist eigentlich alles nur eine Geschichte und das ist aber nicht die Stimme von Alice Rivers sondern von Helena und Daemon dreht sich dann um und dann steht tatsächlich auch die Königin hinter ihm also Helena ihre Stimme sagt dann noch zu ihm dass er nur eine Rolle spielt und dass er jetzt hoffentlich seine Rolle kennt vor allem interessant war auch ist dir das aufgefallen was da zitiert wurde mit diesem er steht vor dem Thron und dann steht Helena hinter ihm nö das war ein Zitat meine ich aus der fünften Folge wo Aemon doch so vor dem Thron steht im Gewitter und dann steht Helena auch direkt bei ihm und spricht ihn dann an und das zieht ja auch nochmal die Parallelen zwischen Daemon und Aemon ne an der Stelle ach Gott das waren so viel so viel Hallus die er gehabt hat dass ich gerade mal überlegen muss ja ja ich glaube ich kann mich dunkel dran erinnern die Hallus enden dann ja jetzt auch denn er ist wieder im Götterhain hat die Hände voll mit diesem ja ich glaube Baumharz das sieht ja aus wie Blut also das ist natürlich auch wieder sinnbildlich er hat Blut an den Händen das war ja auch ein Motiv in diesen ganzen Schwurvisionen bislang und ja er wirkt ich weiß gar ist Alice Rivers eigentlich noch da ich glaube die ist weg ne ne ich glaube auch die ist weg die hat ja da nichts mehr zu erfüllen in dem Moment oder keine Rolle mehr zu spielen ja und er wirkt nennen wir es ein bisschen überfordert ne ja etwas war vielleicht doch auch für ihn etwas viel ja ich meine er ist ja müsste eigentlich schon abgehärtet sein ja ich muss sagen ich fand diese Szene also die die war toll inszeniert keine Frage aber ich glaube sie übertreiben es doch so langsam jetzt mal mit den Verbindungen die sie zu Game of Thrones ziehen wollen ja wie gesagt ich mag Fanservice ich finde in gewissen Filmen zum Beispiel jetzt Indiana Jones und so finde ich gehört es einfach dazu und wenn es gut gemacht ist lasse ich mich da immer gern drauf ein andere meckern ich mag das ich mag es ich mochte es auch hier aber es war mir zu viel also sie hätten sich vielleicht auf eins beschränken sollen oder zwei ja aber das dann am Schluss dann so schnell mit alles rein zu pumpen ja fand ich auch ein bisschen too much ja also inszenatorisch fand ich es eigentlich toll aber ich weiß nicht es ging mir es ging mir echt ein bisschen zu weit also hier mit den also Daenerys hätte ich zum Beispiel nicht nochmal sehen müssen nee hätte nicht sein müssen das stimmt also die die Verbindungen stimmen da zwar auch also wie gesagt auch die Verknüpfung zwischen den dreiäugigen Raben und Alice und dann eben auch Helena wo dann jetzt hier wirklich durchkommt alle drei sind also der Begriff taucht ja in Game of Thrones glaube ich nie auf aber das sind Grünseher Alice Helena und der dreiäugige Rabe sind allesamt Grünseher was Damon dann hier hört also er hört ja nochmal die Stimmung und es ist wieder die von Helena die sagt du weißt was du zu tun hast und dann haben wir nämlich den Übergang zu Helena und ja da merkst du auch die hat wohl eine wirklich starke Verbindung auf jeden Fall also daher weiß man jetzt endgültig woher die diese Vision hat das offenbart hier letzten Endes auch diese Folge dass das so schnell wechselnde Szenen waren das kennt man ja auch schon aus Game of Thrones wo Bran irgendwelche Visionen hat auch schon von weiß ich nicht Daenerys die alles abfackelt und so oder auf jeden Fall von dem Drachen über King's Landing und was ich auch schön fand dass das war auch ein schöner Metamoment als es heißt von wegen es ist alles nur eine Geschichte und wir sind alle nur Figuren da drin das war auch schöne Liebeserklärung auch irgendwo an die Bücher hatte ich den Eindruck Ja das stimmt schon das Einzige was mich so ein klein bisschen auch wieder hier geärgert hat ist wir verplempern teilweise also jetzt nicht böse gemeint weil ich es trotzdem noch eine geile Serie finde aber wir verplempern teilweise Zeit für Schlamm catchen und irgendwas anderes ja was wir schon 20 mal gesehen haben aber sowas wie Helenas Background Story sozusagen das wird hier so ja so relativ schnell weggefrühstückt also du musst dir da noch deine eigenen Bilder machen und ja natürlich ist sie besonders und man man munkelt sie hat Visionen jetzt weiß das eher aber wenn ich mir überlege was für Zeit in andere Sachen investiert ja ja das stimmt schon und dann hast du das hier wo ich denke das ist doch 5000 mal wichtiger als ich bleibe jetzt mal beim Schlammkäppchen als als Tilland als Tilland der sich im Schlamm rumwält das hier hat doch einfach einen größeren Impact als das andere also und das dann einfach so nebenher ein bisschen passieren zu lassen ja obwohl das war ja schon ein Höhepunkt die Szene hier so ist es nicht ja natürlich aber du hast ja schon du überlässt in dem Fall finde ich schon eher dem Zuschauer die Interpretation was jetzt um Gottes Willen nicht schlecht ist aber andere Sachen werden zu Tode erklärt und hier hier ja komm jetzt guckt ihr mal ob ihr da damit irgendwie was anfangen könnt so kam es mir so ein bisschen vor ja das ist halt das Problem an dieser ganzen Folge die ist einfach also auch wenn das hier durchaus ein Höhepunkt war und auch in Teilen das ist zu sehr um the nose und auch mit den weißen Wanderern da potenziert sich jetzt auch einfach ein Problem was die Serie schon von Anfang an hat nämlich dass sie ständig diesen Eis und Feuer Mythos beschwören muss ich meine wir wissen nun mal einfach wie das enden wird und das Ende also ich weiß nicht ist es so klug auf dieses wirklich umstrittene Ende ständig zu verweisen mit so einem Holzhammer halt auch also das das tut der Serie auf Dauer nicht gut erzählt einfach eure Geschichte ich habe ich habe kein Problem damit wenn man mal irgendwie auf Game of Thrones anspielt aber das war jetzt wirklich schon sehr explizit vor allem überlegt mal Leute die House of the Dragon gucken und Game of Thrones nicht gesehen haben gut die dürften in der Minderheit sein aber die verstehen ja halt wirklich gar nichts ja aber wie gesagt ich glaube halt wirklich dass die da vorausgehen und sagen okay gut die Leute die die Game of Thrones geguckt haben gucken jetzt auch House of Dragons und nicht umgekehrt es ist halt Franchise ja aber wie gesagt ich Fanservice wenn er gut ist macht Spaß aber hier haben sie es echt ein bisschen übertrieben also man hätte es ein bisschen ein bisschen kürzer halten wir kommen dann aber mal zur nächsten Szene die ja hier direkt dran anschließt und das ist jetzt halt auch wieder der Grund warum ich ihr da draußen ich hatte wirklich überlegt das in die einzelnen Storylines zu teilen und die dann hintereinander abzufrühstücken wir hatten das ja also letzte Woche hatte ich mit Paul ja auch so Sachen mal zusammengelegt das geht hier aber nicht weil halt diese Schnittabfolge also du hast halt diesen Ausspruch von Helena und dann siehst du sie da auf der Mauer da ist ja wirklich dann direkt die direkte Verbindung im Schnitt auch ja jedenfalls sehen wir hier Helena abends auf der Mauer stehen in ihrem Gewand so relativ über der Stadt ne und Eamon kommt dann hinter ihr ran und ja sie weiß wahrscheinlich auch dass er kommt aber sie dreht sich nicht um und sie reagiert auch nicht auf ihn ne und jetzt kommen wir auch dazu dass ja auch Eamon jetzt versucht ihr nochmal ordentlich auf dem Zahn zu fühlen um zu sagen ey du musst kämpfen dir bleibt eigentlich gar keine andere Wahl und auch so nett halbherzig aber klar er versucht es zu überreden ja er versucht es dann aber jetzt zumindest ein bisschen mal so auf eine feinfühligere Art subtiler ja genau hey wir wir sind ja beide vom gleichen Blut und ja ich weiß ja du willst nichts Böses und er ist dann auch schon wirklich also man merkt der fühlt sich von ihr angezogen schon lange und ich hatte auch schon so länger die Theorie dass er sich während Aegon da ja nicht mal mehr also dass er nicht mehr zeugungsfähig ist ist ja noch sein geringstes Problem glaube ich ich hätte ich hätte es Eamon durchaus zugetraut dass er sich Helena auch wirklich so unter Nagel reißt ne also dass er die wirklich zu sich nimmt sozusagen und hier ist er auch schon wirklich so ja also er streckt so seine Hand fasst sie fast an ne die reagiert immer noch nicht auf ihn und er meint dann so von wegen ja in in schweren Zeiten da hängt das Wohl des Reiches von uns ab und unsere Mutter die kann das ja gar nicht verstehen die versteht diese Berufung nicht äh weil sie sie ist ja kein Drachenreiter äh oder oder keine Drachenreiterin und er will dass sie mitkommt nach Harenhall mit ihm und dass sie dort gemeinsam Dämon also er will dort Dämon und seine Armee vernichten und auf Gewalt mit Gegengewalt antworten was natürlich bei Helena eventuell nicht so gut ankommen könnte und äh was ich noch zu der Szene sagen muss ähm wir haben als er darüber redet von wegen hier Berufung und das Wohl des Reiches da haben wir eine richtig tolle Totale von Kings Landing bei Nacht wo man wirklich sieht die stehen wirklich ganz oben also sie stehen wirklich über den Dingen und die Stadt ist unten ne ja das war auch nochmal sehr sehr ausdrucksstark fand ich auch ich fand es es war eine war eine tolle eine tolle Szenerie das schöne Bild und bei Nacht und das wenn du dann draußen also wenn sie da oben auf ihren äh an dieser Zinne da auch stehen und gucken finde ich die bringen eine tolle Atmosphäre auch rüber du kannst dir dieses dieses laue warme Lüftchen ja schon fast vorstellen das so um dich rum weht wie es so halt bei dem bei dem schönen Sommerabend wurde dann was über über dein Reich guckst und denkst ja alles gehört mir und ja das war es ist super gemacht und ich fand es dann auch so weil ja die Stimmung auch relativ schnell wieder kippt zwar nicht von der Tonalität von von Helena her sondern einfach was sie auch sagt weil und das ist so ein Punkt gewesen deswegen kommt mir dieser Hellseher Punkt der bei ihr nicht wirklich groß rausgearbeitet wurde meiner Meinung nach auch nochmal zum tragen weil er sie ja weiterhin bequatscht und betört und ja das kriegen wir schon hin und es wird vielleicht alles nicht so gut kannst du ja auch beim Drachenfeuer wenn deiner spuckt die Augen vielleicht zuhalten dann siehst es nicht oder machst du noch ein bisschen Watte in die Ohren dann hörst es nicht aber sie ihm ja auch wirklich sagt ich weiß was du getan hast ja ohne die Stimme zu heben oder wirklich ihren Ton zu ändern und das in einem ganz leisen und trotzdem beschwingten Tonfall ihn das so unterbreitet da ist man wirklich eiskalt im Buckel runtergelaufen das fand ich eine mega geile Szene und weil sie das auch so so beiläufig sagt aber halt auf eine gewisse Weise trotzdem betont also wirklich saugut gemacht und er bedroht sie dann aber auch schon also sie meint ja wirklich so ja was was ist denn wenn ich mich weiger verbrennst du mich dann wie deinen Bruder oder wie unseren Bruder und er tut das dann ab von wegen das ist eine Lüge und ja sie hat es gesehen er hat ihn verbrannt und fallen gelassen genau man merkt Aemond will an ihr dann auch so seine Macht demonstrieren von wegen das ist eine Lüge das ist Hochverrat ich könnte dich dafür töten lassen höpfen ja na und sie meint dann das kannst du gerne machen aber das wird nichts ändern an deinem Schicksal und sie sagt ihm dann auch sein Schicksal voraus denn Aegon wird wieder König sein er wird noch einen großen Sieg einfahren wird dabei auf einem hölzernen Thron sitzen und du wirst tot sein du wirst tot sein verschluckt vom Götterauge und nie wieder gesehen ja bloß frag ich mich welcher hölzerne Thron äh ja dazu kommen wir dann am Ende von Staffel 4 ja weil es ist ja nicht der eiserne Thron ne ja dann dachte ich noch okay ich will ja ich will ja ich will ja nicht spoilern aber sie sieht es ja schon und ja ich meine man zieht ja auch die Verbindung jetzt bei Aemond zu zu Dämen dass sie beide ja wohl vom Götterauge verschluckt werden oder auf jeden Fall von Wasser verschluckt werden hier ist der Schnitt auch wieder raffiniert denn es ist glaube ich kein Zufall dass wir als nächstes wieder in Harenhall landen oder bei Harenhall zumindest und sehen wie Syrax und Seerauch genau über diesen See der Götterauge genannt wird hinwegfliegen ja auch sehr toll gemacht ja ich hab's ich hab's tatsächlich verstanden ja bevor ich dich jetzt spoiler hast du weil du meintest ja schon du hast mal mehr gelesen als dir als der lieb war hast du schon mitbekommen wie das mit ihm und Aemond ausgehen wird ja aber ich hab's Gott sei Dank vor Wochen okay und ich hab's wieder vergessen aber die Serie leistet ja jetzt wirklich schon also die hat ja Aemond praktisch ähnlich wie Alice Rivers hat sie Aemond seinen Tod vorhergesagt damit kann er dann auch nicht wirklich umgehen also ich muss übrigens auch nochmal zu der Szene sagen dann kommen wir jetzt auch gleich zu der anderen ich finde ich finde das Spiel von von Ewan Mitchell hier sowas von genial in der Szene du siehst auch so ein leichtes Bedauern bei ihm über Aegon und gleichzeitig aber auch wie er das kompensieren will also man muss ja sagen gegenüber Helena lässt er dann irgendwie vielleicht auch ein bisschen oder oder ich ich glaube er lässt da mehr Schwäche zu als er möchte an der Stelle ja das Gefühl hatte ich auch also das nimmt ihn trotzdem alles mit ja auch auch wenn er es nicht zeigen will aber er zeigt da wirklich wie du schon gesagt also und für ihn ist ja diese diese Annäherung dieses beschwichtigende dieses ruhige reden und ja wie er mit dir umgeht das ist schon für ihn in seinen Augen ein Zeichen für Schwäche und ich denke da versucht er auch das zu kaschieren ja vielleicht auch wieder genau indem er da seine Muskeln spielen lässt ich könnte dich aus dem Weg räumen lassen und sowas ne ja kein und zwar Probleme weil die weiß die weiß ja was aber ganz ehrlich das also ich meine das ist ja auch so die Krux an Helenas Figur der hört ja nie jemand zu also auch ihre Mutter nicht ich meine die hat schon so viele Vorhersagen gemacht so völlig beiläufig in der ersten Staffel schon und hier auch wieder mit den Ratten und trotzdem hört es keiner weil die einfach in ihrer eigenen Welt lebt eben also wenn ich mich mit der unterhalten würde und die würde mir sagen guck mal hier was für einen tollen kleinen Käfig und da habe ich übrigens Flip eingesperrt den guck mal hier Flip würde ich irgendwann auch denken okay aber du hast nicht mal alle Murmeln in der Schüssel du wirst hier dein Ende finden ja und und weißt und dann halt beiläufig ja klar natürlich nimmst du es irgendwann nicht mehr vor und denkst nur noch ja beiläufig so du wirst hier sterben du wirst durch du wirst durch die Grillen sterben oder was also das ja man hat ja von Helene hat schon mehr gesehen in der Staffel was aber echt so ein bisschen rätselhaft ist aber ich muss sagen ich finde diese Schauspielerin also vor allem in der Szene hier mit Eamon hinterlässt die echt Eindruck finde ich mir gefällt so Wacher auch viel viel besser als ja total verschalten irgendwo rumsitzend also jetzt hat es endlich mal ein bisschen was zu tun wir kommen zur nächsten Szene die daran anschließt in Harrenhall wo Syrax und Seerauch genau über den See hinweg fliegen und ja wer sich dann vor allem auch freut seine beiden Drachenkollegen wiederzusehen ist Caraxes der wirklich so gelangweilt da nur noch rumliegt und sich wahrscheinlich fragt sag mal gibt es überhaupt nochmal irgendwann Action in dieser Staffel da ist er nicht alleine und er muss ja nicht mehr ums Essen kümmern das kriegt er ja auch noch angeliefert ja auch wieder ein schöner Meta-Moment irgendwie fast hier fand ich übrigens auch das Sound-Design einfach klasse weil du hast da begrüßen sich ja wirklich so diese drei Drachen gegenseitig und jeder von denen hat wirklich also Caraxes hat ja wirklich so ein Brüllen wie so ein Quietschen fast sehr eigensinnig und die beiden anderen klingen da auch nochmal anders und das ist wirklich großartig und auch hier nochmal die Kamera da haben wir eben wieder Jita und ihre tolle Kamerafrau die ist wirklich sowas von souverän umgehen einfach wie alle anderen Regisseure da Rhaenyra an ihrem Joystick zu zeigen nämlich also diesmal ist es zwar nicht direkt aus der Sattelperspektive aber sie vermeiden trotzdem so diesen digitalen Stickcam sag ich mal also die Kamera ist so leicht hinter Rhaenyra positioniert wie sie dann landet und das ich muss sagen am liebsten sollten eigentlich alle Drachenflugsequenzen nur noch so aussehen oder zumindest zu großen Ja das findet ihr auch großartig also diese POV-Shots das ist einfach geil ja Rhaenyra macht dann einen Anflug über Soldaten hinweg also da ist ja wirklich eine ganze Zeltstadt mittlerweile aufgebaut vor Harenhall die kriegen natürlich leichte Panik und das ist natürlich auch nicht völlig unbeabsicht denn natürlich muss sie als Targaryen Königin einen großen Auftritt hinlegen und was ich dann aber interessant fand Seerauch landet nicht ne der kreist weiter am Himmel ja ne also Adam auf Seerauch also da da habe ich mich auch so ein bisschen gefragt warum hat sie ihn eigentlich mitgenommen so im Nachhinein also so beim zweiten Mal fiel mir dann ein ah ja das soll wahrscheinlich weiter Eindruck schinden und Respekt einflößen irgendwo auch beziehungsweise auch eine Botschaft an Dämen senden vielleicht ja auf jeden Fall ich meine die gehen ja dahin mit dem Verdacht auf Verrat und ich denke halt auch als kleinen obwohl Adam ja absolut unerfahren ist aber es ist ein kleines Backup es ist nochmal ein Drachen der Drachen ist ja auch kampferprobt und natürlich musst du auch den Soldaten zeigen übrigens ich bin nicht alleine ich habe noch einen Drachen dabei und noch einen Drachen Reiter und da auch vielleicht auch unter den Soldaten noch so mal ein bisschen überlegt euch gut was für Mist ihr da gerade vorhabt ja vor allem Rhaenyra landet ja auch nicht einfach irgendwo sondern setzt ihren Drachen Syrax also parkt sie direkt vor dem Eingang und neben der Zeltstadt ja und die Männer sind da auch sichtlich eingeschüchtert von aber sie begibt sich dann nach oben und entgegen kommt ihr natürlich dann Sir Simon wo wir dann mehr von der Außenfassade nochmal von Harrenhal sehen auch dann mal bei Targ und dass dort tatsächlich jetzt wirklich Targaryen Banner an der Burg hängen und ich finde ich meine klar die haben in der Zwischenzeit auch dran gearbeitet und es ist ja nicht alles jetzt wirklich dahin gewesen aber das macht auch so bei Targ echt einen tollen Blick und du siehst auch endlich mal so von außen her wie groß das Ding wirklich also wie die Größe wie imposant es ist ich meine das war innen drin schon so dass du gedacht hast okay ich glaube das ist tatsächlich schon ziemlich groß aber wenn du es so von außen siehst auch bei Tag und hat mir auch super gefallen dachte ich das hätte der auch vielleicht früher bringen können aber super schön stimmig toll ausgeschmückt und du kannst dir jetzt auch wie gesagt eigentlich mal vorstellen okay das Ding ist riesig und jetzt geht es endlich mal voran Harrenhall ist ja in Teilen zumindest immer noch vorhanden und du hast ja eben immer noch diesen wirklich riesigen Turm der ist ja immer noch beeindruckend ich fand das auch im Hinblick auf die Größenverhältnisse fand ich das auch klasse wir haben hier nämlich eine sehr große Totale die von sehr weit weg gefilmt ist also wo man halt sieht dass beide Menschen winzig klein sind also wo halt Rhaenyra und Sir Simon sich so entgegenkommen ähnlich gefilmt wie mit Adam und ihr am Anfang der siebten Folge und dass aber selbst der Drache klein ist gegen Harren klein wirkt also selbst der wirkt klein gegen diese Burg und da ging mir auch so durch den Kopf im Grunde sind die alle vergänglich die Menschen werden irgendwann sterben der Drache wird irgendwann auch sterben aber wenn das soweit ist dann wird Harrenhal immer noch hier stehen und man hat es dann ja in Game of Thrones erlebt also Harrenhal ist ja noch eine ganze Weile da präsent aber wer ja auch präsent ist ist Sir Simon Strong der sich ihr erst vorstellt ohne Umschreife mit meine Königin empfängt aber auch etwas überrascht ist weil er hatte jetzt nicht mit ihr persönlich gerechnet unbedingt ne trotzdem trau ich diesen kleinen überhaupt nicht über den Weg ja ach man ich mag den irgendwie zwischendurch habe ich mir wirklich auch mal Anthony Hopkins in der Rolle vorgestellt aber dafür hat HBO wahrscheinlich nicht genug Geld ja Rhaenyra ist natürlich selber bekommen weil sie ihm dann sagt die Botschaft hat sie doch dann schon sehr beunruhigt und die Sorgen beider waren nicht unbedingt unbegründet er führt sie nach oben während wir dann sehen dass also Seerauch kreist wirklich über der Burg die ganze Zeit ist wahrscheinlich auch irgendwo eine Art Absicherung gewesen könnte ich mir vorstellen auf jeden Fall ist es ein strategischer Schachzug und sie scheint ja Adam da auch zu vertrauen die Tore werden geöffnet und Rhaenyra tritt in die große Halle die so groß ist dass dort ganze Zelte Platz finden also die dürfte wirklich so groß sein wie weiß ich nicht das hatte teilweise was irgendwie von einer Messehalle oder von irgendwie einem keine Ahnung Jahrmarkt oder so das war ja wirklich richtig groß und selbst da kommen dir die Zelte echt klein vor denkst du okay ach Gott da passen ordentlich viele Leute rein und ich finde damit wird auch also ja wird halt einfach auch die Größe schön demonstriert ja und es ist halt wenn du dich erinnerst in der dritten Folge haben wir ja also auch von Jita Patel haben wir ja zum ersten Mal die Halle gesehen und da war die ja noch leer und klamm und nass und das ist jetzt halt ein krasser Gegenentwurf und du kriegst halt wirklich ein Gefühl wie unfassbar groß das ist und kapierst dann jetzt auch warum die das alle haben wollen ich meine ganz ehrlich diese Burg ist ein absoluter Drecksstall und auch nur noch in Teilen vorhanden haben wir jetzt wirklich x-mal gesehen und gehört aber das hier hier kannst du du kannst hier du kannst eine ganze Armee hier drin unterbringen mit mit Feldlagern und allem ich meine jetzt wird es auch klarer am Anfang was mit dem 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 Lungenentzündung holst ja aber ja nee jetzt ist jetzt ist jetzt ist klar die Soldaten sehen dann auch Rhaenyra so nach und nach natürlich während ihr Drache Syrax angeflogen kommt und sich direkt auf die Zinne über der gesamten Belegschaft sag ich jetzt mal da hockt ne ja das dürfte auch ein strategischer Zug gewesen sein Rhaenyra sucht dann so Dämen mit den Blicken und und wendet sich dann auch mal so kurz so an Sir Simon weil sie ihn anscheinend nicht finden kann und dann kriegen wir eine totale die zeigt ja dass diese Armee wirklich schon ziemlich groß ist sagen wir es mal so also jetzt nicht so erschlagend wie ein Herr der Ringe aber es sind schon wirklich einige da 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 musste ich auch so ein paar mal hinschauen weil man sieht da nämlich dass Dämen so zwischen den Männern durchläuft und er sticht dann auch relativ raus wegen seinem Haarschopf und was mir auch gleich aufgefallen ist ich meine die wissen ja sie gucken sie ja an sie wissen ja wer sie ist aber es verbeugt sich keine es geht keiner auf die Knie und ich meine sie kämpfen für sie sie kämpfen in erster Linie für Dämen also ja genau eben aber sie ist ja das höhere das höhere gut sozusagen und es hat sich auch dachte ich naja es ist schon sehr bezeichnend dass sich noch keiner am Anfang verbeugt ich sag jetzt mal gleich am Anfang ja aber sie gucken sie an aber es kommt keine Reaktion sie warten eher erstmal ab die bilden eine Gasse also lassen so so Dämen durch und man sieht da auch kurz Herr Orphred den ja Rhaenyra bekanntlich auch noch kennt ja der ja auch auf ihre Weisung hier ist aber Dämen geht dann auf Rhaenyra zu und hat dabei sogar einen recht ernsten Gesichtsausdruck kommt ihr dann auch so relativ nah und sagt ihr dann im Prinzip eigentlich dasselbe wie es der Simon also mit dir hätte ich jetzt hier nicht gerechnet und sie ist sie ist wirklich sehr reserviert ihm gegenüber meint dann wirklich so also sonderlich vorausschauend ist das ja nicht ne wenn du nicht erwartet hast dass ich jetzt hier andrücke also dann denkst du nicht sonderlich weit aber sie bemerkt dann auch ja er war ja anscheinend erfolgreich letzten Endes kommt sie eigentlich gerade richtig weil die Armee ist bereit und ihm treu ergeben und dann natürlich auch um jetzt so ein bisschen Tacheles zu reden hebt sie dann die Stimme also spricht deutlich lauter zu ihm sodass jetzt das wirklich auch alle hören können stellt ihm die finale Frage die wir ja noch aus der zweiten Folge kennen wem bist du eigentlich treu ergeben und zwar ohne große wie du schon gesagt hast ohne große Umschweif sie kam direkt auf den Punkt hat mir richtig gut gefallen ich muss sagen ich mochte da auch sehr das Minenspiel von ach Emma Darcy ist einfach großartig also auch wie die da reinkommt halt in ihrem Gewand und an ihrem Auftreten also selbst wenn die diese Gewänder nicht tragen würde dann würden irgendwelche Soldaten glaube ich sofort merken oh das ist jetzt wirklich ne Hoheit die hier kommt das ist nicht irgendeine Kommandantin oder sonst was oder irgendeine andere Frau sondern das ist wirklich die Königin die ihr andrückt ne ja und dann kommt der Augenblick der Wahrheit er zögert nämlich erst tritt dann näher zu ihr und einmal mehr das tut er ja eigentlich immer wenn sie so im Vertrauen miteinander kommunizieren möchten er spricht hochvalyrisch mit ihr das versteht natürlich keiner außer uns wenn auch mit Untertitel nur man merkt er ist jetzt so langsam kuriert und erzählt ihr dann ja die Welt ist anders als wir uns das ausgemalt haben und hier dieser Krieg ist nur der Anfang der Winter naht ja und jetzt kommen wir zu einem weiteren großen Problem von mir mit dieser Folge denn wie gesagt ich fand ja schon diese Vision von Damon sagen wir mal zwiespältig aber ganz ehrlich dass jetzt irgendwas was total diffus ist und von dem ich auch weiß dass es erst in über 150 Jahren anrückt das soll jetzt hier sein Motivator sein also er ist jetzt hier wirklich so ein bisschen im Jon Snow Modus von wegen ja alles ist egal die Toten kommen aha wandeln in 150 Jahren okay ja ja also das ist boah das gefällt mir nicht wirklich nee nee das ist ich meine du hast ganz klar dann noch diese diese Referenz dass du irgendwie halt sagst ja in der ersten Folge waren sie ja auch oben auf der Mauer und dann hieß es ja auch wir wir wollen nichts einsperren wir wollen was aussperren und ja da habe ich es noch gefeiert weil ich dachte cool das ist nett das ist ein nettes Gimmick das ist okay aber das ja das ist das da komme ich später auch noch drauf wenn ich losschimpfen darf das ist auch so ein Punkt wo ich mich auch so ja so auch wieder leicht verarscht gefühlt habe also wo ich gedacht habe okay gut wir hatten jetzt vorher die Vision ist in Ordnung jetzt hast du anscheinend den ultimativen Durchblick du bist der Mann mit dem Plan ja jo a la hop dann ja aber aber ist das dein ja wie du schon gesagt hast ist das ist das jetzt so der 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 turning point zu sagen Winter kommt ich bin ich bin jetzt bereit für den Krieg und für dich also da frage ich mich dann halt auch ist diese ganze Therapie Session diese wirklich mehrteilige Therapie Session mit Alice Rivers ist die jetzt eigentlich nur darauf hinausgelaufen dass sie ihm zeigt was halt seine Zukunft ist und was da was da kommen wird ist dieses ganze Eingeständnis von wegen ich will gar nicht König werden und mein Bruder wollte das auch nie und er hat eigentlich Rhaenyra erwähnt ist das ist das jetzt eigentlich fast nur noch Nebensache und das ist das was mich halt wirklich ja das hat mich wirklich geärgert wie du schon gesagt hast wir haben hier wirklich wenn man es wahrscheinlich hochkommt und zusammenschneiden wird vielleicht was weiß ich anderthalb folgen in Harrenhall Anführungsstrichen vergeudet dafür dass Destebei jetzt rauskommt er kniet nieder und sagt ich folge dir wohin du willst und ja also das hättest du auch mit zwei Visionen abspeisen können ja durchaus ich hab tatsächlich gedacht er kommt vielleicht ist es so Sir Alfred kommt nach Harrenhall macht die Tore auf überall liegen Leichenteile und sonst irgendwas rum weil der andere total durchgedreht ist weil sie ihn so dermaßen in den Wahnsinn getrieben haben dass er nimmer unterscheiden kann zwischen Realität und und Fiktion und jetzt hast du das ich mag die Szenen in Harrenhall ich find die sind super ich mag die Visere Szenen ich find das ist alles toll gemacht und das meine ich mit 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 wir sind wir sind einen halben Schritt nach vorne gegangen in einer ganzen Staffel ja ich mein gut Daemon hat ja schon irgendwie eine gewisse schon eine gewisse Entwicklung durchgemacht er hat jetzt diese Erkenntnis der Winternaht und erkennt jetzt auch oh es es muss jemanden geben der das Reich dagegen anführt und ihr Bruder also Viserys hat Rhaenyra gewählt und deswegen ist sie jetzt seine wahre Königin das ist schon irgendwie okay aber ich weiß nicht diese ganze der Winternaht Nummer die passt für mich da nicht rein ja wie gesagt er hat ja jetzt den Durchblick und sieht okay das muss so und so ablaufen da wird unsere Welt im Endeffekt überlebt ja weil wenn er jetzt irgendwie was ändern wird dann wäre ja alles aus den Fugen da könnte man es vielleicht noch mit erklären aber ich find's wir haben einfach so viel Zeit verplempert ja leider das hätte man mit zwei drei Visionen auch hinkriegen können durchaus auch wenn auch wenn die Visionen toll sind aber wie gesagt jetzt hast du dann das ist das Ergebnis da fühlst du dich ich muss sagen ich fühle mich verarscht ja vor allem überlege ich mir ich meine er hat ja auch also er hat ja das gesehen was wir gesehen haben er hat ja also auch dann Daenerys hat er ja auch die Vision von gehabt und da müsste er ja eigentlich überlegt haben ja die scheint ja eine Targaryen zu sein warum ist die denn da ne also ja gut er kann das halt nicht wissen ich meine das ist ein Blick 150 Jahre in die Zukunft weit über seine eigene Existenz hinaus aber ich weiß nicht dieser Motivator funktioniert für mich einfach nicht das von wegen es ist jetzt alles egal weil ganz ehrlich auch ohne diese Vision also mal angenommen es hätte es hätte nur den Teil mit Rhaenyra auf dem Thron gegeben ja und er muss jetzt hier seine Rolle spielen und das mit Daenerys und dem 3-äugigen Raben und auch den Wanderern hätte es nicht gegeben ich glaube es wäre dasselbe Ergebnis gewesen ja natürlich und das wäre dann aus seinem Charakter herausgekommen und dem was er gelernt hat und nichts oh ich hab in eine Kristallkugel geblickt ich meine du musst bedenken er kennt ja den Kontext da nicht er weiß nicht dass das wirklich noch über 100 Jahre weit weg ist wir schon klar aber ich weiß nicht also das funktioniert für mich gar nicht und das wirkt auch wieder erzwungen Richtung Richtung Mutterserie leider keine Ahnung ob sie eine Timeline noch eingeprägt haben ja aber das meine ich also dafür was was er durchgemacht hat und was natürlich auch die Zuschauer durchgemacht haben ja und dann ist das das Ergebnis dann fand ich schwach ja wobei ich eine Nuance so schön fand als er dann sagt erschwört ihr die Treue bis zum Tod oder bis zum Ende seiner Geschichte sagt er da spannte auch wieder den Bogen schön zu dieser Schwurbelsequenz da von wegen es ist alles nur eine Geschichte er hat jetzt glaube ich verstanden dass er Teil eines viel größeren Ganzen ist aber ja ich weiß nicht das hat ja eigentlich nichts damit zu tun dass er sich jetzt eingestehen muss dass Rhaenyra nun mal einfach die rechtmäßige Königin ist aber es knien dann alle nieder auch Ser Orphred wenn auch leicht widerwillig ne da deutet sich schon an ja der ist ihnen zwar irgendwie treu ergeben aber so richtig passend tut ihm das nicht ne natürlich weil er ja eigentlich mit was mit einer ganz anderen Intention da noch hin ist ja und gehofft hat dass er jetzt sich schön einschleimen kann und daemon halt seinem geruf gerecht wird und ja dann doch sagt alles klar ich mach's da stelle ich mir halt so die Frage ist jetzt dieser Konflikt daemon hätte sich zum König ernennen sollen es ist die Frage ob das jetzt einfach so beiseite gewischt wird ich glaube nicht ne glaube ich auch nicht da kommt noch was und Ser Orphred ist nicht unwichtig kann ich nur immer wieder sagen ja Ser Simon steht ja hinter Rhaenyra und ist dann auch relativ überrascht über diese Entwicklung und Rhaenyra ist auch ja so sie ist schon irgendwie ein bisschen gerührt nimmt dann auch daemons Hand und spricht dann auf Valyrisch mit ihm aber ist dann auch so also macht ihm eine klare Ansage von wegen lass mich noch einmal im Stich und dann wird's dein Ende sein ja da hat's auch grad recht und ja da hat sie ihn schon kuriert und er er steht dann auf und sagt ich kann es so oder so nicht also dir von der Seite weichen ich hab's ja ich hab's versucht und da fand ich dann auch wieder schön im Dialog dass er also das sagen beide auf Valyrisch und dann nennt er sie aber wiederum meine Königin in der gemeinen Zunge so dass es dann halt alle hören können will ihr dann natürlich auch als ihr so den Kopf so leicht senkt will er ihr so näher kommen man darf ja nicht vergessen die sind ja verheiratet ja aber lässt ihn dann doch noch so relativ abblitzen also da ist noch nicht alles Eierkuchen ne ja fand ich sehr gut dieser Moment der deutet ja wirklich auf noch einen auf einen Schmatzer hin ja aber der wird der wird verwehrt hat mir auch echt gut gefallen das war das ah das ist einfach die haben einfach auch eine tolle Chemie also sie sie weicht ihm eher so aus ne als er so mit mit seiner Stirn an sie heranrückt ich mein der hat sie jetzt auch lange nicht mehr gesehen und die sind ja die sind ja auch schon jetzt einige Jährchen auch verheiratet ne aber er muss das dann so kompensieren indem er sich abwendet zur Armee und äh bevor dann da überhaupt jemand mal so drüber nachdenken kann hm vielleicht hängt da vielleicht auch der Haussegen nicht allzu gerade äh hält er so eine kleine Spartakusräder zieht sein Schwert und für jeden für jeden von uns der fällt fallen hundert von ihnen im Kampf für unsere Königin heizt sie dann noch so an die jubeln alle da ist auch muss sein es ist auch schön musikalisch untermalt also auch diese ganze Sequenz da zitiert Javadi sehr viel von dem Material aus am Ende der ersten Staffel wo ja Rhaenyra die Krone aufgesetzt bekommt da am Ende ne was auch ein sehr sehr schöner Moment ist also ne die die feiern dann da eigentlich fast schon und da merkt man da ist jetzt endgültig ne da kehrt jetzt so ein bisschen Ruhe ein und aber auch äh Kampfeslust äh und was ich eine sehr schöne Nuance fand äh die Kamera ist so auf Rhaenyra gerichtet hinter ihr steht Sir Simon der es irgendwie auch so Beifall klatschen will und es dann aber doch lässt weil er merkt dass Rhaenyra doch das ganze relativ nüchtern aufnimmt ne ja wobei ich bei ihm du traust dem nicht ja ja ne ist schon klar aber ich mag den Team Sir Simon aber es ist wirklich so dass dass ich mir als gedacht hab vielleicht ist er auch ganz froh dass er jetzt die ganzen Spasselacken so ein bisschen los ist ja weil die Steine Krieg Krieg ja und überdenkt sich um Gottes Willen ey jetzt kann ich endlich mal wieder in keine Ahnung in Jogginghosen am Tisch sitzen ja und muss mir da nicht von irgendeinem halb ihren gestörten irgendwelche Messer in den Mund drücken oder irgendwas vorwerfen lassen keine Ahnung ne ja wie gesagt aber ich glaube es kam mir so eher vor von wegen ach Gott sei Dank hauen die ab ja obwohl die werden ja erstmal nicht abhauen die werden das ja als Stützpunkt erst recht benutzen ne also aber Damon ist ja auf jeden Fall mal los zumindest mal wenn der in den Krieg zieht ja ja das schon aber also also ich hatte den Eindruck dass er eigentlich so also das war wirklich so bei der Nackenkanone zum Beispiel liegen sich doch dann also beim ersten Teil liegen sich doch am Ende auch so alle in dem Stadion in den Armen und so ein Moment war das eigentlich auch und Sir Simon will das auch glaube ich so mitmachen und merkt dann dass Rhaenyra so relativ ja distanziert ist immer noch also das zwischen ihr und Damon das ist noch nicht wieder völlig heile was aber auch sehr glaubwürdig ist das wäre jetzt das wäre jetzt wirklich total lächerlich gewesen wenn die sich da jetzt in die Arme gefallen wären und also das ist ja kein Disneyfilm Enrico Palazzo auftaucht was was Enrico Palazzo auftaucht bzw. Nationalfilm nein aber es wäre natürlich wenn also wenn sie jetzt schon drauf anspringen würde und sagen würde okay anscheinend ist ja jetzt echt alles in Ordnung und hier Damon hat den hat den Weitblick und der rafft alles und jetzt ist alles gut dafür ist ja auch einfach wirklich viel zu viel passiert ja und das wäre auch nicht nachvollziehbar gewesen das innerhalb von drei vier Minuten dann abzuhandeln nee absolut sie hat ihr Misstrauen zu Recht ja er hat so ein bisschen so die gelbe Karte gekriegt jetzt eigentlich würde ich sagen okay nee stimmt nee es war eigentlich schon die zweite gelbe Karte und nächstes Mal gehst du den Platzverweis ja egal Kopf ab Kopf ab genau dann landen wir aber ganz woanders wo die Stimmung auch nicht wirklich so toll ist nämlich auf Driftmark und da fand ich inszenatorisch toll also diese Musik von Javadi hier die ist ja relativ triumphal natürlich aber die zieht sich hier bis in diese Szene was dann auch nochmal untermalt hey selbst die kämpfen für Rhaenyra selbst die kämpfen für die Königin denn hier werden Schiffe bereit gemacht Anker gelichtet und wir haben dann eine Szene zwischen Arlin und Corlys also Arlin kommt zu Corlys an den Pier weil der ihn hat rufen lassen Corlys wittert dann so ja also die Möwen fliegen aber ziemlich tief und das Wetter wird wahrscheinlich umschlagen wo Arlin dann so meint ja es könnte noch dauern aber nur für den Fall macht er die Sturmsegel bereit Corlys entgegnet dann ja also draußen bei der Blockade auf der Gurgel das wird so oder so gefährlich und deswegen ist es mir wichtig dass ich ein gutes Verhältnis zu meinem ersten Mart habe und wir erinnern uns ja er hat ja Arlin zum ersten Mart ernannt und der ist dann erst so am überlegen also es hat auch wieder sowas von ein bisschen vom Mitarbeitergespräch habe ich irgendwas falsch gemacht ne habe ich habe ich irgendeine Pflicht vernachlässigt oder so und nein es ist aber gar nicht dass Corlys ist hoch zufrieden mit ihm eher aber was ihm halt auffällt Arlin ist sehr ja reserviert sehr wortkarg auch andere merken dass er irgendwie distanziert ist und meint dann ja also wenn er Leute anführen will dann muss er Leute begeistern können ne also im Prinzip genau der Gegenentwurf zu Damon vorher ne es ist ja so dass dann endlich auch mal zur Sprache kommt warum Arlin hat diese ganzen ich nenne es mal Geschenke ja also ich meine die Beförderung hat er sich bestimmt also die hat er definitiv sich verdient aber die wollte er nicht die wollte er nicht und auch diese ganze Zuneigung und Zuwendungen die Corlys eben entgegenbringt hat er ja immer wirklich sehr kalt abgeschmettert und da kommt es dann jetzt auch Gott sei Dank endlich mal zur Aussprache und Arlin macht klar warum er so reserviert und kalt auf ihn reagiert ich meine wir hatten ja auch schon irgendwie spekuliert ich muss sagen im Nachhinein fühle ich mich schon ein bisschen dumm weil eigentlich hätte man es sich denken können und ich kann es auch absolut nachvollziehen denn es ist so dass also Arlin bittet bittet erst um Vergebung weil er da irgendwie halt so vorlaut war und sagte ja ich wollte den Posten ja nie den ihr mir gegeben habt und dann von wegen Globbesserung will schon gehen und Corlys ruft dann so hinter mir her ja komm ich will dir doch eigentlich nur helfen und dann bleibt Arlin so wirklich wie angewurzelt stehen mit dem Rücken zu ihm dreht sich so so halb um und dann ganz und meint dann so aha Hilfe nach all den Jahren die wir irgendwie gucken mussten wie wir selber über die Runden kommen soll ich dann jetzt dafür dankbar sein dass du mir irgendwelche Brotkrum zuwirfst sozusagen ja und Corlys will dem dann aber ausweichen und meint dann so von wegen ja war nicht böse gemeint hier du darfst du darfst jetzt wegtreten ist jetzt gut und dreht sich dann so selber weg und meidet den Blick hat sich schon geschämt aber ja was ich halt nicht wusste ich dachte tatsächlich dass beide schon immer im Dienste oder zumindest Arlind schon als Kind im Dienste der Seeschlange jetzt standen und dem war anscheinend ja nicht so und man kriegt halt so diesen diesen Weg mit den die beiden beschreiten mussten mit Hunger Missachtung Verachtung ja du kriegst halt einfach mal das Rundumpaket präsentiert was man als als armer Bastard alles durchmachen muss und da kannst du es natürlich auch verstehen dass man sich die Haare rasiert und sagt ich hab mit dir nichts zu tun ich will mit dir nichts zu tun also in dem Fall nichts zwanghaft zu tun haben und ich möchte auch nicht aussehen wie du aus Alin bricht hier wirklich alles raus also man merkt der hat die ganze Staffel über förmlichem Vulkan in sich unterdrückt und der bricht jetzt aus und ich muss sagen ich ich mochte diesen Schauspieler diesen Abu Bakar Salim mochte ich ja schon sehr gerne auch in Race by Wolves und hier finde ich ich finde den super ich habe jetzt auch noch mal gelesen das wollte ich dir eigentlich gestern noch mal schreiben aber habe es mir jetzt hierfür aufgespart hier du hast ja die Assassin's Creed Spiele gespielt ne bestimmt der spricht den Barjag in Assassin's Creed Origins tatsächlich und da spielt der da spielt der so gut und ich muss auch sagen also nichts nichts gegen Steve Toussaint als als Corlys den feiere ich eh so ein bisschen wie vielleicht aufgefallen ist aber Abu Bakar Salim spielt ihn hier fast an die Wand in der Szene der lässt wirklich alles raus also nicht nur dass er irgendwie erzählt dass er dass er irgendwie geschuftet hat von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang auf dem Fischmarkt und dass sie vorher Schmähungen erleiden mussten dass sie als Bastarde beschimpft wurden dass sie kaum wussten wo sie irgendwie Nahrung herbekommen und dass sie halt auch ohne Vater aufwachsen mussten genau das wollte ich gerade noch sagen dann erzählt er halt noch so wie er mal auf dem Markt war und dann da Corlys mit seinem Sohn vorbeilief der mit einem Pelz bekleidet war und Alin dann miterlebt hat wie beide zusammen sich dann irgendwie Zuckerwerk aus dem Markt ausgesucht haben das dann abends am Feuer gegessen wurde und das ist schon verdammt bitter ja ne wenn er wenn er das so erzählt also da da merkst du auch wirklich also auch in seinem Gesicht da ist wirklich jahrelange Verbitterung und Frust auf Corlys er merkt jetzt halt auch es ist schon interessant dein Sohn ist tot also glauben sie ja zumindest dass Lenor tot ist dem seine Schwester ist schon vorher gestorben und dein Erbe sprich Luceres ist auch tot und auf einmal fällt dir ein dass es uns gibt ne also dass es Alin gibt dass es Adam gibt und dann dann soll er sich doch nicht darüber wundern dass die jetzt nicht Jupp Heidi schreien wenn ihnen mal so ein paar Brotkrumen an Aufmerksamkeit und Gunst zugeworfen werden ja und das ist auch finde ich alles absolut nachvollziehbar ja man hätte es man hätte es sich eigentlich auch schon denken können aber ich dachte dass da vielleicht auch irgendwas noch gewesen wäre ich auch ja wo der den da aus dem Wasser gezogen hat dass das vielleicht auch irgendwie keine Ahnung dass da noch irgendwas gewesen sein könnte oder so ne vielleicht also auch im Hinblick auf den Krieg auf den Trittstein oder sowas hätte ja auch sein können aber nein es ist einfach ein vernachlässigter Junge wo man auch wirklich obwohl ich muss sagen ich hab mit beiden mitgefühlt Alin da hast du wirklich den Schmerz und die Entbehrung gesehen und bei Corliss also der ist ja auch wirklich komplett still da der Scham und auch Traurigkeit also der ist sich seiner Schuld schon bewusst das siehste ja und wo mir dann vor allem auch mal eingefallen ist zum einen hat er seine Söhne halt am langen Hunger am langen Hals verrecken lassen ne also hat sie einfach missachtet ein Leben lang aber zum anderen muss man sich fragen warum war das denn so weil Corliss war ja ewig auf Reisen früher ne und hat sie wahrscheinlich auch deswegen vernachlässigt und die Reisen hat er letzten Endes nur angetreten um Raines zu beeindrucken ja und ich glaube auch keine Ahnung wie ich meine Raines wusste ja davon wo er ja auch immer so überrascht getan hat und sie ja ich bin halt blöd ich glaube wenn wenn er gesagt hätte hey pass mal auf wir nehmen die beiden mit und nehmen sie bei uns auf oder irgendwas glaube ich nicht dass sie da irgendwas dagegen gesagt hat also so schätze ich sie so hätte ich sie nicht eingeschätzt ne die hat ja schon gesagt versteck ihn nicht auf See und man darf das ja auch nicht falsch verstehen wenn man jetzt mal guckt wie alt Alin und Adam sind ja obwohl es ist die Frage wann hat Corliss die wohl gezeugt war er da wohl schon mit Raines verheiratet also ist er ihr untreu gewesen oder weiß man nicht ich denke schon weil so wie wie sie damals reagiert hat und wie er reagiert hat das war schon von wegen ach hoppla sie hat mich doch erwischt ich meine so jung sind sind die beiden Brüder jetzt auch nicht mehr also die dürften schon so in der 30 sein Corliss hat ja wie gesagt er hat lange lange Seereisen gemacht die wir ja hoffentlich irgendwann mal zu Gesicht kriegen bist du komm du bist doch nach der Szene hier bist du doch auch so langsam mal geil auf die Corliss Serie oder aber nicht als animiert ja anders geht es nicht anders geht es nicht ach was das geht schon heutzutage geht alles soll man kein Quatsch erzählt ne die haben das schon gesagt also jede Woche neuer Hafen und völlig neue Welt erschaffen das das kriegen die mit einem Fernsehbudget einfach nicht geschultert glaube ich ach wenn sie das gescheit aufziehen und dann halt auch was gescheits noch draus machen mit ein bisschen mehr Impact also ich kann mir nicht erzählen dass die da an der Serie nicht ein Arsch voll Geld verdienen ja das ist aber auch eher so ein bisschen Special Interest ja aber zieht ist weiß ich nicht aber also ich muss tatsächlich sagen hätten sie es in wenn sie Live Action machen würden okay würde ich sagen klar gucke ich mir an bin ich dabei aber halt animiert da bin ich kein Freund von mal ab warte doch mal also ich gucke es mir auf jeden Fall an dann ist so gut ich bin ich bin so wir machen auch Recaps so wahrscheinlich aber nächstes Jahr kommt ja erstmal Hedge Night nein die Szene ist aber hier noch gar nicht zu Ende sondern Alin macht ihm noch eine klare Ansage er dient ihm weil er das muss aber er wird ab sofort jedes weitere Angebot von ihm ausschlagen und wenn er den Krieg übersteht dann wird er danach genauso leben wie vorher nämlich allein also Alin will all alone bleiben außer vielleicht sein Bruder und ja das war schon eine harte Ansage und also ich ich konnte ja beide Seiten auch irgendwo nachvollziehen auch dass Corlys jetzt insbesondere seit Reynes tot ist sich noch mehr eigentlich bemüht da irgendwie was wieder gut zu machen ne ja ich glaube auch teilweise vielleicht ein bisschen Eigennutz drin ist weil er auch alleine ist ne ja natürlich und er hat auch keine Erben mehr ich scharre sie um mich um ja aber es ist manchmal ist es halt auch einfach wie in dem Fall eventuell zu spät dass man sich seiner Gefühle entsinnt seiner Verantwortung mit mit Einsamkeit allein sein das zieht sich dann auch im Schnitt weiter durch denn wir haben wieder ganz kurz Rainer im grünen Tal die ja da auch wirklich komplett isoliert ist ne und auch ziellos wirkt das sind man muss sagen das sind auch tolle Aufnahmen da siehst du auch das haben sie also im Making of haben sie es ja gesagt das ist in Wales gedreht ne und du siehst dass das ein echter Drehort das sieht das sieht wirklich wirklich toll aus sie ist ziellos erschöpft und weiß nicht weiter und hört und sieht dann auf einmal so den Drachen von Weitem ne und rennt dann los ah dass das so über diese Folge verteilt ist aber zumindest also die die Stellen wo sie es hinsetzen die haben vom Schnitt her schon irgendwie ihren Sinn finde ich aber ja es wirkt auch wie so Brotkrum ne aber ja es ist ja nur ein ganz kurzer Moment denn wir kommen nach Dragonstone wo wir dann eine Szene haben zwischen Rhaenyra und Mysaria die beide Drachen von Weitem beobachten also auch wieder sehr ähnlich wie in der ersten Folge von Jita Waisen Patel Mysaria redet ihr da nochmal zu mit ja sie sie hat gewagt was keiner vorher getan hat und ist dafür belohnt worden sie kann sich der Gunst der Götter sicher sein denn die legten ihr ja jetzt praktisch mit diesen Drachenreitern alles in die Hände und Rhaenyra ist dann aber da doch nicht so begeistert ne also dazu muss ich übrigens anmerken ich hab diese Szene hier vorher gar nicht so wahrgenommen sondern eher dass sie nur im Bett liegt und dachte mir so oh die kommt aber verdammt schnell von Harrenhal wieder nach Dragonstone also das ist jetzt schon weil ich hatte nämlich wirklich erst gedacht dass die im Bett in Harrenhal übernachtet und dann vielleicht auch noch Vision ich wollte gerade sagen um Gottes Willen die hat wahrscheinlich schnell gerafft dass man da wieder weg muss weil es doch gar crazy ist die Drachen die dann im Hintergrund sind sind das Seerauch und Syrax oder viel ist es ist es sogar nee nee Caraxes nein Caraxes kann ja nicht sein weil Daemon ist ja immer noch auf Harrenhal welche Überraschung der ist auf Harrenhal geblieben aber Rhaenyra ist zurückgekehrt aber sie hat also sie sie hat durchaus Bedenken was so jetzt das weitere Vorgehen angeht also auch im Hinblick darauf dass sie dass sie ja trotzdem immer noch durch ihr Handeln Tausende zum Tode verurteilen muss und sie auch glaubt dass ihr Vater das wohl kaum gewollt hätte und da muss ich sagen vielleicht hätte man die Szene weglassen können definitiv also klar klar vielleicht ist es nicht verkehrt das nochmal irgendwie ambivalenter zu zeichnen aber hätte man es vielleicht nicht einfach mal stehen lassen können dass sie ja auch mal irgendwie unmoralische Entscheidungen trifft vor allen Dingen wir haben die Szene mit Corlys ja wo sie auch unentschlossen ist ja und wir haben ja eigentlich gedacht es wäre jetzt endlich mal Tacheles geredet letzte Folge hat sie oder vorletzte hat sie dann im Rat auf dem Tisch Kaunach gesagt okay alles klar jetzt reicht's ja also wir hatten da schon die entschlossene Rhaenyra und jetzt haben wir wieder die 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 ganze ach ja ich weiß nicht auch kurz sterben vielleicht doch ein bisschen arg viel ich bin mir jetzt doch nicht mehr so sicher und jetzt haben wir die ganze die ganze Scheiße wieder von vorne also es hat mich auch wieder echt stinkig gemacht gerade weil ich auch gesehen habe oh verdammt die Folge geht schon 50 Minuten ne ja das ist das Ende ja ich weiß genau wie die Folge Ende da kommt nicht mehr viel ja und du stehst wieder vor dem selben Szenario wie wir schon was weiß ich seit Folge 3 stehen ja würde ich jetzt nicht ganz sagen also es macht es macht ja auch im Hinblick auf ihren Charakter Sinn so ist es nicht aber dann hätte man es hätte man anders schreiben sollen mit erst dass sie dass sie sagt von wegen ja wo gehobelt wird fallen Späne so ein bisschen am Tisch ne beziehungsweise sie sterben für ein höheres Wohl und dass sie dann da jetzt doch wieder Gewissensbisse hat also ich bin ich bin unentschlossen die Szene ist nicht überflüssig aber auch nicht so richtig ja ja aber ich dachte einfach so seit seit dem Treffen in der Septe ist jetzt endlich mal klar es ist Krieg ja die einen wollen dich vernichten ja und dass man jetzt dass man natürlich Gewissensbisse hat oder sagt okay ja vielleicht sterben dann doch Leute die da damit relativ wenig zu tun haben oder okay aber das hatten wir schon ja du musst du musst aber bedenken äh es ist natürlich jetzt auch nochmal auf eine neue Ebene gehoben worden mit den Drachenreitern einfach ne also sie delegiert ja jetzt welche auszuziehen und zu töten also nicht mal wirklich selber ja aber macht sie was macht was macht denn was macht denn Damon also für mich zählt das als als Entschuldigung für diesen wiederholten ich bin unentschlossen Trip zählt für mich nicht weil die die requirieren Soldaten und die töten ja auch für sie und die schickt die schickt sie ja indirekt auch weg ja natürlich das hat sie das hat sie aber auch schon mal gesagt dieses von wegen ich bin hier ich bin jetzt so Passivität verdammt und andere werden von mir in den Krieg geschickt und sterben für mich das ist schon das ist schon dahingehend irgendwo schlüssig aber du musstest es 5000 mal erzählen ja ich hätte ich hätte also ich hätte die Szene mit Musari jetzt nicht unbedingt gebraucht und die ist ja auch nicht so sattelfest also die sagte dann ja auch erst so man hat euch ja eigentlich keine Wahl gelassen und ihr wollt ja wohl kaum denjenigen das das Reich überlassen oder Pfeil bieten die nur Macht im Sinne haben statt wie ihr Frieden wo man dann aber auch natürlich die Frage stellen könnte weil naja also letzten Endes kämpft Rhaenyra auch für ihren Machterhalt richtig und den der Targaryen also das darf man darf man nicht vergessen und letzten Endes kratzt sie ja also das ist ja da muss ich ja sagen das finde ich ja so interessant an der Staffel dass sie mit diesem Drachenreiter vorhaben dass sie damit eigentlich ihren eigenen Herrschaftsanspruch in die Waagschale legt auch beziehungsweise den der Targaryen weil ganz ehrlich die also Ulf ja gut der hat noch irgendwie leichtes Targaryenblut aber also der könnte sich auch sagen warum soll ich eigentlich für euch kämpfen ich kann mit meinem Drachen hier machen was ich will und na also könnte auch noch was kommen aber Mysaria ist ist auch nicht so sicher weil sie findet letzten Endes nicht eine Antwort darauf als Rhaenyra sagt ja und wer bezahlt den Preis dafür ne das ist natürlich auch wieder so das Grundthema der Folge oder der der Staffel ne von wegen wer wer leidet am als erstes unter dem Krieg na ja das gemeine Volk ne ja aber nicht nicht nur das gemeine Volk sondern auch die Kamera die zeigt dann ja auch kurz die Drachen über dem Meer also bevor die Szene zu Ende ist und da dachte ich mir letzten Endes zahlen die auch dafür ne die Drachen weil die sind ja eigentlich auch nur Werkzeug ja klar der Mächtigen es ist eine Waffe mehr ist es nicht ja ja es ist es ist eine Waffe Brian Condell zieht ja auch mittlerweile selber die Parallele zu Atomwaffen also man man hat sie um irgendwie Respekt anzuflößen und den Schach zu halten aber man setzt sie halt eigentlich kaum ein naja wir kommen noch zu einer weiteren Szene mit Rhaenyra die im Bett liegt und nein es ist nicht in Harenhall es klopft an der Tür Selorent kommt rein und es ist anscheinend etwas Wichtiges sie steigt dann die Treppen hinab und zuckt dann ein bisschen zusammen als sie sieht was hier Sache ist und wer sieht es nachts belästigt das ist ja eigentlich auch so ein bisschen wie bei Dämen ne wer stört das Königsschlummer ne oder den den königlichen Schlummer ja wer ist es äh niemand geringeres als Alicent und auffällig ist die trägt einen Kapuzenmantel aber nicht in grün und auch nicht in türkis sondern in hellblau und das ist eine Farbe die hat sie ganz am Anfang der Serie getragen als beide noch jung waren stimmt ja ja stimmt bevor sie zu grün gewechselt ist ja hast recht ja und dann auch so direkt der Übergang ne erst hatte sie grün dann türkis und jetzt blau also das hat Symbolkraft in dem Moment und das verdeutlichte auch ihre Entwicklung ne und äh Rhaenyra ist einigermaßen überrascht sie hier zu sehen und äh will dann auch wissen wer davon weiß und Alicent versichert ihr dann ja nur meine Wache wahrscheinlich Sir Rickard der ist mitgekommen der hat sein Schwert vor ihrem Tor abgelegt und sie ist auch nicht bewaffnet oder sonst was und das glaubt ihr Rhaenyra dann auch relativ schnell ja gut ich meine die weiß halt dass Alicent jetzt auch nicht so unbedingt so wahnsinnig viel drauf hätte glaube ich ne ja also sie schickt ihre Wachen weg aber sie ist doch noch recht reserviert was Alicent jetzt hier eigentlich will und ja hier spätestens merkt man äh wenn man sich erinnert dieses Aufeinandertreffen in der Septe hatte halt auch Jita Patel inszeniert ne also da kommt hier das eine zum anderen und äh letzten Endes geht es dann nochmal um den Konflikt zwischen beiden wo sich Alicent dann jetzt so langsam doch ein Irrtum eingesteht und dann eben offenbart dass sie dass sie aufwuchs mit einem Glauben an die Ordnung der Dinge und und das Vorherbestimmung da bis zu einem Punkt äh irgendwo Gewissheit verschaffen könnte und sie offenbart dass sie es Rhaenyra auch wohl früher übel genommen hat ne ganze Zeit lang dass der alles ziemlich egal schien und die von Anfang an wusste was sie wollte denn Alicent äh legt jetzt offen dass sie eigentlich nie wirklich wusste was sie wollte und immer nur das gewollt hat was man von ihr erwartet hat und da merkt man da fällt äh du musst bedenken Otto ist ja auch schon länger jetzt nicht mehr in der Stadt der Einfluss ist jetzt auch von ihr abgefallen ne ich hatte mit der Szene auch echt meine Probleme also ich hab aber echt wirklich von ich hab auch geflucht also ich hab wirklich auch geflucht dass ich dachte okay müssen wir das Ganze jetzt nochmal aufarbeiten ernsthaft haben wir nicht schon genug ich mein klar dass es eine gespiegelte Version ist und es ja nicht nur darum geht zu ja nennen wir es mal kapitulieren sondern ich hab die Entwicklung auch durchaus verstanden aber ja für mich kam es einfach ne auch nicht erzwungen vor das hört sich jetzt blöd an das da jetzt nochmal mit reinzupacken auch nochmal um um irgendwie Zeit zu schicken ja ich weiß äh du siehst das nicht so aber ich fand zwischen den beiden ist alles gesagt ne nicht an dem Punkt mehr ja das stimmt ja natürlich aber sie haben die Unterhaltung ist im Endeffekt genau das gleiche wie in der Septe bloß umgekehrt und natürlich wurde noch was weil Alicent sagt ja auch ja wie du schon gesagt hast jetzt die Ketten der 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 Sklaverei in dem sind los sie hat sich sie hat sich von allem entledigt und es geht ihr jetzt besser und nach ihrem Campingurlaub geht es ihr noch besser und sie sieht jetzt endlich klar und sie bittet sie ja auch mitzugehen und sagt pass auf komm doch mit und das ist für mich so die einzige Erweiterung gewesen ne das würde ich aber nicht sagen oder was ein Mehrwert ist nein da ist mehr weil du könntest dann im Endeffekt jetzt weil mir kam es halt einfach so vor ja okay gut ähm ich hab jetzt ein bisschen mehr Durchblick aber ihr habt mehr Soldaten und jetzt auch noch krass mehr Drachen und ach komm einfach mit wir machen uns keine Ahnung wir machen einen Massagesalon irgendwo auf oder und das könntest du jetzt einfach dann in der nächsten Staffel auch nochmal vorführen wenn jetzt was weiß ich sagen wir mal Ulf äh sich entscheidet eine Insel zu nehmen und dort äh Ballermann zu machen keine Ahnung Feuer genau Rambazamba zu machen und sagen jetzt Dragon Island oh Gott bitte nicht bei mir gibt es Saufen und Frauen und dann kommt die nächste wieder und sagt ach weißt du was Alicent oh sorry es tut mir leid wir haben jetzt einen Drachen verloren ähm ach gut weißt du was ich hab auch nochmal durchgeblickt du hast recht komm weg ich würde sagen es ist schon irgendwo eine Fortsetzung der Unterhaltung in der Septe die es ja auch so in der Vorlage nicht gibt das hier auch nicht das sei schon mal gesagt aber es ist schon mehr weil letzten Endes offeriert sie ihr ja auch also nicht nur dass sie dass sie endlich frei sein will von dem Ränkespiel also Rhaenyra ist ja relativ reserviert die ganze Zeit versteht eigentlich also das ist ja irgendwo auch Teil der Handlung die versteht selber nicht was die eigentlich noch von ihr will weiß ich nicht Alicent meint dann ja sie ist vom Weg abgekommen und sie hat ja irgendwie allen vertraut also Viserys Otto Cole also letzten Endes hat sie sich auch über die definiert und Rhaenyra fällt dann auch so auf ach ja ach dein Loverboy also hier Cole also sie sagt zwar nicht den Namen Cole aber sie kann sich wahrscheinlich denken wer es ist und dann kontert Alicent mit ja Rhaenyra verurteilt das was sie letzten Endes selber mal getrieben hat also mit Harwin Harwin Strong da hat sie auch einen Punkt und sie meint dann auch ja Viserys war tot und ich war in Trauer und ich hab halt auch Bedürfnisse und Rhaenyra ist dann einigermaßen davon überrascht weil Tugendhaftigkeit war ja immer so das Aushängeschild von Alicent du musst bedenken vielleicht ist sie mittlerweile sogar auch vom also auch sprichwörtlich vom Glauben abgefallen daran hält sie ja auch nicht mehr so wirklich fest und meint dann ja ja auch dass ihr so jetzt so Gedanken kommen ja was wie würde mein Leben jetzt eigentlich aussehen wenn die Pflicht nicht immer an erster Stelle stehen müsste vielleicht bestimmt bin auch ich vielleicht teilweise so ein bisschen das Problem weil ich mir halt für die letzte Folge ein bisschen mehr gewünscht hätte ja ich auch ich auch ich werde sie mir am Montag auf jeden Fall noch mal oder am Sonntag naja doch am Montag wahrscheinlich wird es werden am Montag noch mal angucken dann werde ich vielleicht auch noch mal ein anderes Auge drauf haben aber ja ich dachte mir so jetzt haben wir acht acht Folgen für das und das ist jetzt auch wirklich meckern auf hohem Niveau ich fand trotzdem die Szene toll gespielt einfach oh großartig gespielt großartig wirklich weil sie ihr ja auch es ist ja nicht nur so dass sie ihr die Sachen vorwirft und sie sich gegenseitig natürlich auch wieder mit mit allen möglichen Anschuldigungen bombardieren aber sie macht ihr ja auch am Schluss noch mal ein Angebot sie erklärt ihr einfach nachdem sie geklärt haben okay gut pass mal auf du bist genauso verdorben wie ich macht sie ihr ja ein Angebot in dem sie sagt komm in drei Tagen nach King's Landing die Armeen und Aemond und Vargasin treffen sich dann mit Cole zusammen ja und du übernimmst den Thron ohne Blutvergießen meine Wachen werden die Waffen weglegen und gut ist genau sie meint ja sie will auf Aegon einwirken weil auf seine Mutter hört der noch so ein bisschen genau also sie möchte dann auf Ford mit Helena und deren Tochter also Jahera Rhaenyra hat dann aber das Gefühl dass Alicent sich dann irgendwie auch so ein bisschen reinwaschen will also auch im Hinblick auf ihren Verrat weil letzten Endes das muss man ja sagen die hat dem Verrat der Hightowers und alle anderen Verschwörer auch Tür und Tor geöffnet beziehungsweise sie hat sich auch daran beteiligt und Alicent meint dann aber zu ihr ja man hätte eigentlich so oder so an dir gezweifelt weil diese Welt einfach nur mal so funktioniert also es wäre darauf hinaus gelaufen ja Alicent kriegt dann nicht so wirklich das was sie sich hier eigentlich erhofft hat und Rhaenyra ist dann auch eher so spöttisch so von wegen ja dann geh doch verpiss dich leb in der Wildnis und werd da glücklich hier bei mir kriegst du keine Absolution und da fand ich auch wieder bei Olivia Cooke im Spiel toll dass die wieder kurz an ihren Nägeln kaut während die Rhaenyra den Rücken zudreht und dann dreht sie sich zu ihr um und sagt dann auch so mit dir und deinem Vater ist es doch eigentlich so gewesen dein Vater hat im Grunde nie aufgehört seine erste Frau zu lieben selbst über ihren Tod hinweg und ihretwegen hat er an deinem Thronanspruch eigentlich festgehalten und das ist für sie auch halt ein bisschen scheiße weil sie sagt dann ja also ja Viserys mochte mich und ich auch ihn aber so richtig ich meine du musst dir vorstellen die ist die beste Freundin seiner Tochter die ja dann plötzlich einfach heiratet die darf sich damit abfinden auch damit dass sie nur eigentlich zweite Wahl ist ne ein Leben lang tja so ist es und Rhaenyra hat dann aber doch und das ist auch ein interessanter Moment du hältst ja also selbst wenn du das jetzt glaubst mit meinem Vater du glaubst ja immer noch daran dass er sich am Ende umentschieden hat ne also wieder dieses hat sie es jetzt missverstanden oder nicht und darauf antwortet Alicent gar nicht so richtig also ich ich frag mich wann wird der Moment kommen wo Alicent sich das wirklich eingesteht glaube die ist auch mittlerweile so in dem Modus die will die will mit gar nichts mehr zu tun haben die will eventuell sogar ihren ihren gesellschaftlichen Stand alles aufgeben und einfach nur noch frei leben das sagt sie ja auch ja ja und dann offeriert sie eben Rhaenyra diesen diesen Vorschlag dass hier du kommst als Eroberin du besteigst den Thron und dann muss der Krieg jetzt enden bevor er so richtig begonnen hat ja und dann ist es so dass Rhaenyra dann fragt aber was ist dann eigentlich dann mit Aegon weil er hat mir ja nach wie vor den Thron gestohlen und Alicent versichert ihr dann ja komm der ist komplett gebrochen den kannst du gar nicht mehr wiedererkennen er hört noch auf mich und vielleicht kann ich ihn dazu überreden vor dir das Knie zu beugen ne das ist so eine naive Hoffnung eigentlich von ihr und Rhaenyra ist dann einigermaßen entsetzt und stellt fest wow die verteidigt immer noch ihren Sohn und meint auch eigentlich ihrerseits keinen Preis zahlen zu müssen und dann legt ihr Rhaenyra offen die Karten auf den Tisch dass wenn sie den Thron besteigt wird sie die Opposition ausmerzen müssen und Aegon enthaupten lassen müssen vor aller Augen sagt ihr dann noch dass Alicent es im Grunde auch weiß aber es nicht wahrhaben will es nicht sehen will und das war ein Bezug letzten Endes bewahrheitet sich hier das was Otto Hightower Alicent vor etlichen Jahren vorhergesagt hat Rhaenyra wird dazu gezwungen sein deine Kinder zu richten hm naja gut musst halt gucken dass du da irgendwie irgendwie wieder dein Ansehen herstellst also Rhaenyra sagt ja dann auch ihr bleibt ja nichts anderes übrig sie muss das tun dieses von wegen sie weiß es und doch will sie es nicht sehen genauso ähnlich hat das Otto Hightower auch zu ihr gesagt es endet dann damit dass Rhaenyra Alicent vor die Wahl stellt willst du jetzt so weitermachen gibst du auf und verziehst dich sonst wohin oder aber bringst du es zu Ende und bist du bereit ein Opfer zu bringen und dann sagt sie also nicht nur ein Opfer zu bringen sondern ein Sohn für einen Sohn hm was ja dann auch den Bogen schließt zum Anfang der Staffel ja und Alicent ist dann also die ist schon sehr aufgelöst und verschnupft man merkt die ist die ist wirklich fertig sind aber auch beide beide am sehr nah am Wasser gebaut das siehste also es fällt ja fällt ihnen beiden nicht einfach also Rhaenyra hat auch schon so leicht Tränen in den Augen und glaube ich auch fast schon Mitleid und da merkt man auch die waren also die waren sich ja einfach mal sehr nahe und und merkt dann auch oh Alicent hat sich aber sehr verändert auch wahrscheinlich seit der letzten Begegnung in der Septe und Alicent ist dann aber letzten Endes nur so ja komm fuck it bringen wir es hinter uns und für Rhaenyra stellt sich dann aber noch so die Frage ja was mache ich jetzt eigentlich hier mit dir da fand ich auch die Bildsprache sehr stark weil die stehen sich ja da in diesem Raum gegenüber so ist ja diese diese Bibliothek ne und beide jeweils auf den Seiten relativ weit auseinander und zwischen ihnen der Gang wo es halt reingeht zu diesem Drachenkopf Altar ne also da siehst du das ist so eigentlich so symbolträchtig so die Bestimmung die sie die sie auch spaltet dann an der Stelle beide ne Alicent meint dann ja also es ist ja eigentlich ganz einfach du du lässt mich gehen ich halte mein Versprechen du kommst in drei Tagen in die Hauptstadt du steigst den Thron oder aber du kannst ja auch mich für eine Lügnerin halten hier ich hab keine Waffen ich hab keine Rüstung das einzige was ich dir anbieten kann ist mein Leben meint dann noch sie ergibt sich der Gnade einer Freundin ja die sie einst geliebt hat ne ich weiß es ist für dich eine Laberszene und ich kann ich kann auch den Frust verstehen in einem Staffelfinale aber was was ich hier noch ergänzen kann es ist sehr interessant was Rhaenyra da nämlich zu ihr sagt nämlich von wegen ja die Geschichte die Geschichte wird dich als die Schurken sehen als die kalte Königin die die nach Machgriff und dabei gescheitert ist und das ist eine schöne Anspielung auf die Vorlage wo Alicent nämlich so geschildert wird also das hat ja alles längst nicht so viel Tiefgang und ja in den Niederschriften wird Alicent eben als deutlich niederträchtiger gezeigt und da merkst du eben die Geschichte wird von den Siegern geschrieben ne ja so ist es halt aber Alicent ist das eigentlich auch alles relativ egal denn sie hat zu sich selbst gefunden was so ein bisschen kitschig wirkt aber komm ich will eigentlich nur frei leben und ich will alt werden frei sein und völlig unbeachtet sterben äh und das klingt dann für Rhaenyra eigentlich fast schon wie eine Traumvorstellung und da macht dann Alicent ihr wurde schon meintes äh meint dann zu ihr ja eigentlich komm doch mit mir mhm obwohl da hab ich mich da auch schon so gefragt will sie die dann jetzt mit in die Wildnis nehmen oder weil das würde dann ja auch den Bogen schlagen zu Rhaenyra die ja mal in der ersten Staffel gesagt hat ja ich will eigentlich nur mit dir auf den Drachen reiten und Scheiße bauen und Kuchen essen ist doch besser geht's doch gar nicht also ja nein ich kann das auch verstehen und ich glaube auch dass das mit den beiden gut funktionieren würde und durchaus für beide auch besser wäre als die Situation jetzt klar mit dem Krieg schon aber dass einfach auch beide Spielbälle von anderen Mächten sind die die halt versuchen in gewisse Bahnen zu lenken und beide befreit mit einem kleinen Vermögen irgendwo an so einem kleinen See meinetwegen und in Essos in Essos dann wird der Drache macht dann immer so das Barbecue oder die Grill an und ja super also da würde ich auch gern wohnen und ich glaube für die Leben und ich glaube für beide wäre das tatsächlich sie wissen beides ist ein Wunschtraum der nie so stattfinden wird egal wie es jetzt läuft aber beide wünschen sich das auch also Ruhe und Frieden die wollen mit dem ganzen Scheiß eigentlich nichts zu tun haben ja aber Rhaenyra also erkennt halt dass sie eigentlich keine Wahl mehr hat dass sie hier ihre Rolle zu spielen hat ob sie will oder nicht genau und dass das auch schon lange für sie entschieden wurde es ist eben nicht nur ein Hinblick auf ihre Thronfolge sondern eben wahrscheinlich auch das Lied von Eis und Feuer also sie fühlt sich dann natürlich auch in der Verantwortung und schickt dann Alicent weg ja und dann beginnt die Schlussmontage mehr oder weniger dieser Folge die ich für sich genommen wirklich fantastisch finde eigentlich sie ist nur halt ein riesiger Teaser ja während Alicent geht oder während Rhaenyra da noch steht setzt ein Klavierstück ein also Ramin Javadi greift wieder zum Klavier wie könnte es anders sein auch ohne Miguel Sapochnik Alicent geht streift sich die Kapuze über und dann geht das eben über in eine Montage und mit einem Musikthema was wir auch schon mal in der vierten Folge gehört haben während Hugh, Adam und Ulf jeweils jetzt ihre Rüstungen angelegt bekommen beziehungsweise kriegstauglich und kriegsfertig gemacht werden ja die Reiter machen sich bereit zum Kampf von dem wir übrigens in der Staffel nichts sehen werden war auch echt toll gefilmt tatsächlich also hat mich hat mich so ein bisschen daran erinnert wie die Zwerge im dritten Hobbit so ihre Rüstungen anlegen aber im Gegensatz dazu sehen wir dann halt auch noch die Schlacht für die das gedacht ist äh ja und dann haben wir die große Abschlussmontage die hier drauf aufbaut die im Grunde nur noch an Einanderreihung von Szenen besteht aber ich muss sagen ich fand das musikalisch vor allem großartig weil Ramin Javadi hier wirklich nochmal so einen Umschlag macht um alle möglichen Themen herum die so einwebt in dieses Stück und das dann am Ende kulminiert das fand ich richtig richtig toll also er zitiert hier das das Lannister Thema das Stark Thema das ist alles so so eingearbeitet in diesen Rhythmus fand ich großartig aber was kriegen wir zu sehen wir kriegen Reyna die durchs grüne Tal rennt wir kriegen äh Alison die in Verfolgerperspektive durch den Gang sieht dann haben wir einen Schnitt wir sehen das Heer der Hightowers die auf die Flusslande marschieren und über dem Heer kreist der blaue Drache Thessarion von Darren Targaryen den wir natürlich noch nicht zu Gesicht bekommen weil er noch nicht gecastet wurde aber ja der Drache ist schon der ist zwar klein aber sehr flink anscheinend ne hat mir auch gut gefallen das kommt schon mal rüber ja wir hatten übrigens das muss ich noch ergänzen zu Folge 7 das Heer der Hightowers das wurde ja und auch hier Thessarion das wurde ja schon in Folge 7 in der Ratssitzung da erwähnt also da hieß es A dass Thessarion jetzt Flügge ist was wir im Podcast erwähnt hatten und B dass Ormond Hightower sehr sehr langsam nur vorankommt und dass die fürchten bald in ein zwei Frontenkrieg zu geraten weil nämlich auch äh House Beastbury gegen die vorgeht die wurden ja auch schon mal erwähnt das ist ja dieser Lord der bei der ganzen Verschwörung da von Kristen Cole im Rat getötet wurde ne und die wollen jetzt Rache natürlich für den das wird auch noch eventuell eine Rolle spielen wir kriegen einen Schnitt auf jeden Fall dann noch innerhalb dieser Montage auf die Zwillinge wo ein ordentliches Heer von House Stark jetzt äh die Brücke übertritt also es sind natürlich alles diese Graubärte aus dem Norden aber das war schon eindrucksvoll oder? ja aber du weißt dann auch wir werden hier für was geteasert was wir nicht mehr so schnell zu sehen kriegen werden aber äh unabhängig davon äh haben wir da noch ein also noch ein Gegenschnitt auf das Heer der Lannisters die mit Löwenkäfig im Schlepptau auch in die Flusslande unterwegs sind und da sieht man auch schon in der Ferne den Turm von Harrenhall ne also die sind wirklich nicht mehr weit weg noch ein Schnitt auf Dämen der aus Harrenhall kommt in voller Rüstung nach draußen tritt äh vor die Zeltstadt vorne noch ein Schnitt auf die Flotte der Triarchie mit Thailand an Deck auf ziemlich stürmischer See Loha neben ihm während die Flotte segelt die schon ziemlich eindrucksvoll aussieht vor allem in diesem Sturm ne es peitscht ihm die Gischt in sein neu erstarktes Gesicht ja die steht neben ihm und äh ja ist auch immer noch glaube ich ein bisschen geil auf ihn wir bleiben dann auch auf See denn wir haben dann noch Alice und Corlys die mit einem Boot auf ihr Schiff gebracht werden beide in voller Rüstung und da fand ich ein sehr schönes Detail Corlys hat auf seiner Rüstung sogar das Handsymbol dann haben wir wieder einen Schnitt auf Rayna die über ne Wiese und ne Hüge hinauf rennt und dann auf einmal große Augen macht als sie endlich den Drachen Schafsdieb gefunden hat der offenbar gerade irgendwas verspeist ob er sie dann verspeist wird abzuwarten sein auf jeden Fall sieht er sie und brüllt ihr entgegen noch ein Schnitt auf jemanden den wir schon wirklich lange nicht mehr gesehen haben Otto entgnascht nämlich Otto Hightower wo sich jetzt hier aufklärt dass der anscheinend in Gefangenschaft geraten ist er sitzt jedenfalls hinter Gittern bis er dann irgendwie aufmerkt weil weil Licht kommt da wäre jetzt so die Frage wer hat den wohl gefangen genommen also ich konnte mir da nicht wirklich einen Reim drauf machen und ich meine es ist auch nicht Teil der Vorlage keine Ahnung die Brackens aber wir sollten die in den Finger gekriegt haben vielleicht eher die Tyrells oder weiß ich nicht ich weiß es nicht aber er sieht nicht sehr also es sieht nicht sehr bequem aus und er sieht auch nicht wirklich also er sieht schon ziemlich mitgenommen aus ja ich meine es wurde ja die ganze Staffel über mal immer mal wieder so gerätselt wo der eigentlich ist und ich muss zugeben ich habe ihn in den Ratszenen auch vermisst weil durch Otto Hightower war da noch mal deutlich mehr Dampf irgendwie in den Dialogen zumindest aber ja wir kriegen dann einen Ausblick dass er vielleicht dann in Staffel 3 wieder dabei sein wird ansonsten kriegen wir aber erstmal nichts mehr zu sehen von Rhys Ifans was ich sehr schade finde dann wieder ein Schnitt auf eine Kutsche die durch die Landschaft fährt drinnen sitzen Larys und Aegon Aegon der immer noch ziemlich mitgenommen ist aber die jetzt wohl wirklich dann weg von Kings Landing gehen also in der Totalen später sieht man dann auch von weitem so die Drachengrube und was ich ein interessantes Detail fand die fahren nicht nur einfach mit einer Kutsche sondern mit einer in der viele Rabenkäfige stecken ne ja also um wahrscheinlich den Nachrichtenverkehr handhaben zu können und vielleicht sogar Propaganda zu streuen wer weiß oder auch um einfach nicht so arg aufzufallen das vielleicht auch das könnte auch gut sein dass sie dass sie vielleicht einfach eine Konvention eine herkömmliche Transportmethode gewählt haben weil wenn die da jetzt mit einem mit einem Prunk mit einer Monsterkutsche wie sie als gern mal auch bei Game of Thrones oder auch hier mit Prunk und Klimbim behangen dadurch Lande ziehen fällt es natürlich schon auf und in diesem naja doch sehr einfachen Gefährt mit Gitter und allem drum und dran fallen sie ja auch nicht so auf und er hat ja auch die Kapuze ins Gesicht gezogen also man sieht schon Stimmt dass er da eher also dass er da unerkannt natürlich sich davon gemacht hat das schon ja ja da hast du schon recht und dass er halt draußen nicht auffallen also das wäre ja und dann sind wir jetzt auch wirklich fast am Ende der Folge wir haben da noch halt also wieder einen Schnitt auf Alicent die irgendwie in den Sonnenuntergang blickt so auf der Klippe die nach rechts blickt Schnitt auf Rhaenyra die nach links blickt also da ist auch das fand ich auch toll parallel geschnitten eigentlich ihr setzt auch eine Musik ein die wir auch glaube ich gehört haben in der Szene in der Septe in der dritten Folge und dann haben wir die letzten zwei Einstellungen dieser Staffel die aber leider also es ist ein schönes Schlussbild für diese Folge aber nicht für die Staffel also das ist ja nicht mein Cliffhanger wie fandst du die letzten beiden Einstellungen ich fand die bildsprachlich ziemlich toll ja die sind schon ja sind sie sind sie aber ich glaube da war mein Ärger schon also mein Frust auch schon ziemlich ja ja ich verstehe es ich habe beim ersten Mal war ich auch deutlich da war ich auch schon ziemlich ernüchtert aber lassen wir mich nur kurz auf die Bildsprache eingehen also wir haben ja eine Gegenüberstellung Alicent und Rhaenyra werden relativ weit jedenfalls voneinander gefilmt Alicent steht komplett vor dem Horizont auf einer Klippe also ist wirklich frei sie ist unerkannt unter der Kapuze aber es wirkt auch irgendwie ein bisschen ein bisschen Ziel und ratlos und bei Rhaenyra ist halt die wird gefilmt ich glaube durch die Regale mit Schriftrollen die Schriftrollen die begraben sie förmlich und schließen sie förmlich ein in diesem Bild also da merkst du die kann ihrer Bestimmung nicht entkommen und das lastet auch förmlich auf ihr also das fand ich ein richtig tolles Bild und eben diese Gegenüberstellung also von wegen Rhaenyra ist gefangen im Grunde genommen in ihrer in dieser Erbfolge in dieser ganzen Tagaren-Tretmühle und Alicent ist jetzt eigentlich völlig frei aber im Grunde genommen eigentlich nur noch niemand sozusagen also auch dann mit der mit der Kapuze ja so kann man es gut beschreiben schöne Schlusseinstellung auch wieder gefilmt mit Gegenlicht aber ich sage es nochmal das ist kein wirklicher Cliffhanger und bevor der Podcast jetzt hier noch wer weiß wie länger wird weil wir machen ja noch einen Staffel-Recap aber ja wir sind jetzt am Ende und ich glaube du kannst dann jetzt deine Ernüchterung über dieses sogenannte Staffel-Finale freien Lauf lassen bitte schön Sven ich bin enttäuscht ich bin wirklich enttäuscht ich konnte die Leute vorher zwar auferstehen wenn sie gesagt haben ja ach weißt du irgendwie bewegt sich nichts voran aber für die letzte Folge einer Staffel die schon kürzer ist ne die schon klar vielleicht hätte man auch wirklich sagen müssen okay passt auf wir bleiben bei wir nehmen zehn Folgen viele haben ja kritisiert es wird nichts gezeigt du kriegst die Sache bei der Gurgel nicht wirklich zu Gesicht du kriegst das nicht gezeigt du kriegst dies nicht gezeigt und dieses Mal fand ich mich tatsächlich so ein bisschen verarscht weil wie gesagt also klar hast du eine Weiterentwicklung und klar hast du vielleicht noch so die ein zwei Momente die das Ganze nochmal ein bisschen gewisse Sachen verschärfen oder sonst was aber ich hätte zum Beispiel jetzt was ich auch vorhin schon gesagt habe kein zweites Treffen zwischen den Mädels gebraucht das hätte man auch mit einem mit einem WhatsApp Raben klären können this should have been an E-Mail wir hatten das alles schon die Fronten waren klar ja und dass Rhaenyra sich die ganze Zeit immer ach Gott und ja und kann ich auferstehen aber irgendwann denke ich mir okay jetzt es ist Krieg Herrgott da sterben Leute und klar du schickst einen Haufen Leuten in den Tod und sonst irgendwas keine Frage aber dass man sich da dann in jeder Folge nein nein nicht in jeder Folge aber sagen wir mal jede zweite Folge wo du jetzt endlich denkst Herrgottmädel ist jetzt der Groschen gefallen verdammt nochmal nein ist er nett ja sondern es wird wieder angefangen ach Gott ich weiß nicht ob ich das machen soll verdammte Scheiß doch machs ja also ich hab wirklich ich war wirklich da gesessen und hab echt geflucht und dann halt auch wenn ich die die Demon Haunted Hill Haunted House Story gut finde und mir auch wirklich viel Spaß gemacht hat aber für das Ergebnis war die Zeit die sie einfach da rein investiert haben viel zu groß verstehst und dann hast du am Schluss also ich hatte so wirklich das Gefühl wir sind jetzt einfach nur ein zwei kleine Schritte weiter und haben eine riesen Reise gemacht die immer gut aussieht die immer super beleuchtet ist die einen Haufen Atmosphäre ich will die Serie jetzt um Gottes Willen nicht schlecht machen aber für ein Staffelfinale war das nix auch wenn alles super hochwertig und top aussieht aber das kannst du vielleicht machen wenn du wenn du die Staffel splittest und sagst okay Edge Badge in zwei Monaten geht es weiter dann kommen die nächsten vier dann hätte ich gesagt ist in Ordnung aber jetzt zwei Jahre oder anderthalb aber jetzt hockst du da zwei Jahre und ich befürchte tatsächlich dass sich einige die sowieso mit der Serie nicht so ganz warm geworden sind obwohl sie Game of Thrones Fans sind dann auch tatsächlich sagen okay mir geht es genauso ich fühle mich jetzt einfach verarscht wir haben jetzt acht Folgen für den Arsch gemacht also jetzt nicht komm ne ich überspitze es jetzt ein bisschen also das würde ich wirklich nicht sagen dafür passiert acht Folgen für den Arsch gemacht und wir sind genauso weit wie am Anfang ne ne also da stimmt wirklich nicht aber jetzt halt bewaffnet ja aber jetzt hockst du da und denkst ja okay ja mir fehlt schon ein bisschen die Action ich geb's zu und mir fehlen auch schon ein bisschen ich hänge mehr Drachen und wenigstens mal ein zwei kleine Schlachten die gehören auch einfach verdammt nochmal zu zu dem Universum dazu also ich kann mich sehr da anschließen ich war als ihr erst mal die Folge gesehen habt war ich wirklich doch reichlich ernüchtert vor allem dachte ich mir was soll das mit Tilland was soll und die die Schnittweise gefiel mir auch nicht beim zweiten Mal ist es dann schon gewachsen bei mir wie man jetzt vielleicht auch gemerkt hat aber dennoch ist es als Staffelfinale merkwürdig unbefriedigend es ist es ist eine gute Folge aber es ist die achte Folge mhm einer Staffel die eigentlich mal zehn Episoden hatte und die jetzt hier einfach aufhört das das hat einfach nicht genug Dampf für ein Staffelfinale und das am Ende das ist einfach nur ein riesiger Teaser für Staffel 3 ja diese Montage ist wunderbar die hat mich mein Gott als ich als ich da schon irgendwie ich gebe es zu ich habe es kurz mal auf TikTok gesehen da war ich schon richtig angefixt und im Nachhinein habe ich mir mal so gedacht ja aber natürlich klar das ist das Ende der Staffel und dann auch weiß ich nicht alle machen sich hier kriegsbereit die die Schlacht auf der Gurge steht bevor die eigentlich auch gekommen wäre die haben sie dann jetzt in die dritte Staffel geschoben ich gehe aber auch nicht ich gehe aber auch nicht davon aus dass die dritte Staffel damit anfangen wird sondern wahrscheinlich das wird erst in der Mitte der dritten Staffel passieren und da muss ich dann auch ganz ehrlich sagen bei diesem Erzähltempo und angenommen es werden wieder nur acht Folgen nächstes Mal was aus Budgetgründen nicht unwahrscheinlich ist dann muss ich Ryan Condell ganz ehrlich sagen macht da fünf Staffeln draus oder da werden fünf Staffeln draus ihr schafft das nicht mehr in vier da kommt noch so viel aber ich meine die haben sich jetzt die sind alle unterwegs und wenn sie jetzt bei der nächsten bei der dritten Staffel wieder anfangen mit zwei Folgen Piano nein das glaube ich nicht also weißt da denke ich mir naja komm also du kannst jetzt den nächsten also eine riesen Schlacht anteasern die Leute auf Krieg einschwören und sagen geil übrigens Edge Badge geht erst in der dritten Staffel wirklich los und dann noch was weiß ich hier fünf Stunden kleinen Radzeichen nein aber es fehlt es fehlt es fehlt einfach dieser Staffel fehlt ein ein Höhepunkt einfach und das steht auch irgendwie sinnbildlich dafür dass dass die Staffel 2 insgesamt auch ziemlich ruhig war das ist so die Krankheit jede Folge dieser Staffel hatte eigentlich am Ende also selbst die Langsamen hatten am Ende immer so ein Ausrufezeichen und das fehlt hier dieses Mal das ist es das das würde ich sagen aber gut bevor das jetzt hier in Staffel Recap mündet da kann ich ja sagen das wird noch kommen im Laufe der Woche da werden zwei Stimmen zu Wort kommen eine kennt ihr schon allerdings nicht zu House of the Dragon und Game of Thrones und die andere kennt ihr noch gar nicht freut euch drauf wir sind jetzt hier ansonsten am Ende also ja gut mein Fazit zu der Folge war jetzt auch so ein bisschen ein Staffelfazit aber das setze ich das nächste Mal nochmal fort Sven ich danke dir wirklich recht herzlich für deine ganze Zeit für deine Geduld vor allem jetzt auch bei dieser Folge die dir ja anscheinend wirklich überhaupt nicht gefallen hat dass du dir trotzdem die Mühe gemacht hast sie mit zu besprechen ich muss Osami tut das auch ein bisschen leid also ich hab dich da auch nicht getäuscht oder täuschen wollen oder so du hast gesagt es gibt Action ja ich wusste es doch auch nicht du hast gesagt du hast gesagt diese Folge darfst du mit besprechen da kracht es gewaltig und was ist passiert einzige wo es gekracht hat war in meiner Buchse weil ich gedacht Moment ich hab sie ich hab sie aber da auch noch nicht gesehen gehabt kannst du aber nicht sagen dass da Action die Schlacht auf der Gurgel die wird ja noch kommen aber ja gut wenn du keine Lust hast also ich ich werde Staffel 3 auf jeden Fall gucken aber ansonsten würde ich sagen machen wir jetzt hier den Deckel druck verabschieden uns mit einem klein wenig ernüchterten also ich zumindest mit einem klein wenig ernüchterten Walla Morgulis und Sven du kannst noch gerne ein paar Worte an die Zuhörerinnen und Zuhörer richten und sagen vielleicht wo der Tele-Stammtisch noch so zu finden ist und ich sag schon mal ciao ciao also uns gibt es natürlich überall wo es Likes gibt folgt uns auf Social Media es gibt sogar eine eigene Website www.tele-stammtisch.de alle Folgen sogar nach Redakteuren gestaffelt da könnt ihr extra nochmal gucken könnt da einen Haufen Zeug rumlesen hört die aktuellen Ausgaben vielen Dank dass ihr euch hier durchgequält habt durch die langen wirklich sehr ausführlichen Recaps vielen Dank an Andi für die Screeners und vielen Dank natürlich auch an Dom für seine Megaleistung hier alles aufzudröseln und aufzuschlüsseln ich danke vor allen Dingen auch Wikidom heißen die glaube ich das ist die Fanseite die auch Game of Thrones Leute betreuen und wo man alles nachlesen kann super gemacht Eis und Feuer Wiki mega Arbeit Hammer dass ihr da so viel Zeit investiert krasse Fanliebe und natürlich mochte ich die Serie also die Folge auch und ich werde auch die dritte Staffel gucken ich muss es nur nochmal sagen aber wie ich schon erwähnt habe das ist kein würdiges Finale macht's gut bis zum nächsten Mal vielen Dank fürs Zuhören und die die Interesse haben wir hören uns beim Staffel Recap bis dahin Walla Morgulis sehr geehrte Damen und Herren wertes Publikum liebe Hörende vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit ich hoffe es sehr euch hat gefallen was ihr gerade gehört habt wir in der Redaktion des TeleStammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcastprojekt zum Selbstmitmachen also meldet euch bei uns wir weißen auch außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcastplattformen wer möchte darf uns gern immer und überall empfehlen alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes vielen Dank und bis zum nächsten Mal euer Andi